einen schönen sonntag wünsche ich euch meine lieben freizeitstrategen da draußen herzlich willkommen hier zurück zu total war warmer 3 wir spielen heute wieder die sarina katharin wie sie auf englisch heißt oder katharina die sarina von kislev und sie ist nicht die einzige dame in unserer armee und ich habe auch vor dass sie nicht die einzige dame in der armee bleiben wird denn wir haben beim letzten mal mit viel mühe und not die goldene ritterin nariska laser freigeschaltet die wir aber erst mal entwickeln müssen damit die überhaupt ihre geilen boni bringt und ich habe auch noch vor und jetzt kommt ja tatsächlich auch noch urika irgendwie noch in diese armee hinein zu riemeln aber das ist zukunftsmusik sage ich jetzt mal da stelle ich mir schon mal ein paar sehr sehr witzige situationen in der zukunft vor mit einer so übermächtigen armee hallöchen an alle die da sind hallöchen an insus black razor gore star daniel gabler waltanu zauberer wulfgar orgeist penman miss schinter und wahrscheinlich kommen auch noch gerade immer ein paar weitere leute rein willkommen willkommen schön dass ihr da seid ich bin mal gespannt welche abgefahrenen mächtige armee du mit den drei engeln für uns gut ja genau du hast es erfasst genau da will ich hin oder wie machen die da so so in der art und weise stellt euch die drei frauen halt einfach mal so in so einer drei engel für charlie pose vor in der mitte die sarina katharin und auf links und rechts also nariska und auf der anderen seite dann haben wir dann urika bisschen damals sehr sexy genau mehr ich war schon kurz davor diesen stream hier mehr frauen power geht nicht zu nennen aber ich bin ein mann und dafür wäre ich garantiert kritisiert worden und deswegen mache ich das gar nicht erst ich überlasse das feld sozusagen den damen im spiel auch wenn sie von mir gesteuert werden hallöchen blank you very much grüß dich hatte ich auch einen chaoten zwar hatte ich auch einen urlock willkommen willkommen leute schön dass ihr da seid ich grüße euch also wir rufen uns mal gerade eben noch mal in erinnerung was diese dame hier alles kann die ist sehr sehr absurd stark wenn es um die besonders starken moment genau hier um die besonderen elite einheiten geht sowas wie eiswachen natürlich und auch die zarengarde wird von idee von von ihr her wirklich radikal gebufft das ist schon echt sehr sehr heftig muss man mal sagen hallöchen pass wenn bandena magdeburger willkommen leute willkommen ob denn kostaltin bosley in dem vergleich ist ich muss an dieser stelle leider gestehen zauberer dass ich mich mit drei engeln von charlie nur so weit auskenne dass ich weiß dass sie existiert und dass es halt drei frauen gewesen sind und dass es eigentlich eine klassische serie ist und das ist eine neuauflage glaube ich um die 2000 herum gegeben hat mehr weiß ich darüber gar nicht weil ich habe es nie gesehen zwar nicht meine welt weil dann und mein falls es dich interessiert die quest für den legendären helden von kate bekommen bist du mit level 13 das ist eine gute info tatsächlich aber ihr habt gesehen ich habe es seither nicht geschafft für youtube da irgendetwas zu machen ich muss zurzeit meine pausen halt wirklich radikal nutzen um dafür zu sorgen dass es mir gut geht hei destroyer penman willkommen bei dena grüßchen alle wenn man meint als ich also ich war vorher nicht so sehr kissler fan aber mit den letzten änderungen und mit laser ist die armee so brutal das hat sie aber auch ein bisschen gebraucht aber das hat der springende punkt niemand spielt gerne ein dauerhaft eine fraktion die einfach nur schmerzhaft ist die leute beschweren sich zwar immer wieder so wenn ein neuer opa overpowder lord oder sowas rauskommt aber in wahrheit spielen die leute das gerne und auch ich spiele es gerne obwohl ich auch die herausforderung mag aber es darf halt nicht so eine sisyphus arbeit sein so nach dem motto boah jetzt habe ich sieben armeen zerschlagen jetzt kommt schon wieder 14 ihr erinnert euch vielleicht noch an diesen einen sogar von der gamestar gezeigten ausschnitt da hat der jules mal so ein video gemacht gehabt über total war das war vor einem jahr oder so eine hat er extra ein ausschnitt von mir genommen wo ich als not man die hochelfen invasion gesehen habe mit ihren über 20 full stacks die zu mir und wir haben sie besiegt wir haben sie damals besiegt aber es war ja es war eine phase eine phase des spiels und auch eine phase von uns das zu akzeptieren für mich macht spaß ist aber sehr zeitaufwendig das ist hat genau der springende faktor das zeitaufwendig man darf nicht vergessen ich schlage sehr sehr gerne schlachten in diesem spiel sehr sehr gerne aber wenn es redundant wird wenn ich einfach feststelle dass die schlachten nur noch zum selbstzweck da sind und es eigentlich quasi nur so ist so du schiebst oder es ist es ist so eine art schneeschippen noch währenddessen der schneesturm fegt dann fragst du dich halt auch warum mache ich das eigentlich ne und destroyer erinnert sich noch an die szene ja das war das war köstlich damals also was ich damit sagen will es ist halt besser dass es weniger armeen sind also quantität ist nicht immer besser qualität ist halt besser und da hat man halt auch mehr spaß damit stranger willkommen ein fremder tritt ein zur rechten stunde grüße dich ein zitat von ihr von dir hallöchen auch an rottma skittles willkommen willkommen der rice ist da hallöchen leute schön dass ihr da seid ja also wie gesagt die damen hier will ich auf jeden fall hier hart trainieren und mal gucken was wir aus diesen heftigen heftigen boni hier alles noch raus kitzeln können was war das hier noch mal treue wächterin ah genau noch mehr verlust verstärkungsrate abrang 12 und natürlich nicht zu vergessen ihre mega krasse ausrüstung ich würde sehr sehr gerne eigentlich ihr auch eine richtig geile rüstung geben aber wir haben momentan keine zur verfügung wir haben momentan keine rüstung zur verfügung die das jetzt hier irgendwie möglich machen würde wohl frick gegen ultra auf bella kurs insel ach ja stimmt ja 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 das das war die szene damals genau zauberer wir waren auf bella kurs insel und dann kamen die hochelfen es war einfach es war eine völkerwanderung wieder zu uns das treue mal habe sie gestern komplett gespielt bekommen war nice war die buff königin das glaube ich sofort das glaube ich und wenn man dann noch ulrika noch da rein und ich glaube dann wird es einfach nur und lustig alle und ich meine man darf nicht vergessen die armee die wir jetzt gerade eben haben diese eigentlich noch sehr sehr lächerlich das ist ja eigentlich ein witz wir müssen eigentlich jetzt gucken dass wir die kohle zusammenbringen und jetzt hier direkt kitzleff auf stufe 4 zu bringen weil dann können wir auch mal anfangen die richtige armee die ich haben möchte hier ins feld zu stellen und dann können wir auch auf einige einheiten hier de facto verzichten okay dass wir springen jetzt mal gerade eben also wir fangen jetzt auch schon im grunde weitgehend an hier machen wir auch schon gleich ein bisschen mehr geld wir müssen auch die wirtschaft von kitzleff ordnen denn nicht vergessen bei kitzleff da dreht sich ja ganz ganz viel um diese gehölze und so weiter und so fort als insbesondere diese gebäude hier wir bekommen halt einfach genau durch höfe noch mal 50 prozent mehr geld also ich muss einfach irgendwann gehöfte machen um noch mehr geld zu verdienen und dann diesen heiligen wald noch irgendwie mit rein zimmern das ist momentan so ein mein ansatzpunkt den ich gerne machen möchte wird aber nicht so leicht passieren das gemeine ist der booms geht nur auf die region und nicht auf die provinz vielleicht schon mal nach daddy und omi scouten 6 konföderation das wäre tatsächlich eine idee ich denke dass ich felix dafür zweckentfremden kann ich schicke felix in den norden weil ich brauche gottrik und felix ja eigentlich gerade eben nicht wirklich so sehe ich das zumindest und ihr bleibt jetzt hier erstmal hier und behaltet fort ost ross jetzt hier im auge hi xavier grüß dich dankeschön für den 14 prime sub willkommen willkommen zauber meint die wulfree kampagne war insgesamt nicht schön nein nicht wahr ist ich bin immer noch der meinung dass die wulfree kampagne insgesamt eine überarbeitung braucht oh ein nicht angriffspakt mit partei warum nicht nehme ich auch noch ein bisschen geld mit an der stelle die westlichen provinzen wollen jetzt auch mit uns handeln das habe ich beim letzten mal gar nicht mehr mitbekommen die robsmann machen einen handelspakt mit uns geil vielleicht könnte ich die auch noch konföderieren und so erhebt sich aus der asche passt jetzt nicht so richtig aus dem eiskühlfach aus dem igloo oder so so macht es in meinen augen vielleicht sogar noch sie und es erhebt sich aus dem igloo okay wir werden es trotzdem das jetzt mal aufbauen denn wir wollen die gesamten gebiete hier verbessern ich bin aber überlegen ob ich mir streit suchen soll irgendwo ich bin echt überlegen ob ich mir streit suchen soll zum beispiel ich könnte mir streit mit mit den untoten streit suchen kommt mir gerade eben gelegen denn wir haben hier im norden grad eben nicht mehr so viel trouble was ist denn das hans macht das mal bitte weg nicht hans zauber macht das mal bitte weg ich habe noch krieg mit also ja lass den mann doch spielen das können die hier übernehmen hier läuft übrigens noch der rest von diesen skaven rum das ist übrigens sehr sehr interessant dass sie noch nicht vernichtet sind so du gehst du noch da rein dann könnte schnell regenerieren er kontrolliert dass sie die ratten dann können wir die runde beenden die vampire bleibt denn das imperium hat das imperium das leicht und der südnis gesichert das ist der plan vor allem dort mit gold ich könnte tatsächlich ein stück weit imperium gebrauchen das imperium kann mich glaube ich als eigenständigen herrscher nicht zu einem kurfürstner nennen also lostius grüß dich hallo ich noch ein friedrich karl franz nimmt gerne land ich kann es ihm auch zurück verkaufen das ist wohl wahr dann freut er sich die gute alte ich erobere feindliches land und diplomatische beziehung mit der orthodoxie ich soll ein militärisches bündnis mit jemandem eingehen ja die orthodoxie wir werden die orthodoxie in absehbarer zeit sowieso essen hallo ich noch in den black alu card grüße wie bist du denn jetzt in fast 30 gründen zu dem status gekommen sonst dauert das immer ewig mit kislev welchen status black alu card bitte verzeih mir wenn ich jetzt einfach mal selbst ironisch sage du weißt doch mit dem du hier redest ich muss selber darüber lachen nee es lief eigentlich alles sehr sehr glücklich es lief alles sehr sehr glücklich mit dem patch habe ich das gefühl gehabt dass sich hier einiges verändert hat und das ob er mir doch tatsächlich eine unterstadt und dass es nicht mehr ganz so hart ist sie früher kann aber auch sein dass ich einfach nur glück hatte und das ist bei euch jetzt nicht ganz so glücklich läuft also bei mir war es zum beispiel so ich habe halt in dem moment eingegriffen als die höllengrube sich hier gerade eben um fort stragov mit kostalten geprügelt hat und die höllengrube war gewinnen aber als ich dann fort stragov genommen hatte um die truppen von der höllengrube schon angeschlagen waren kann man ja alles im letzten stream nachgucken wusste ich das ist die gelegenheit um sie jetzt endgültig aufzumischen und wir haben ja fort stragov halten können und die skarven wurden dann nach und nach zerschlagen und deswegen existiert überhaupt noch der olle kostalten überhaupt noch also es war zum richtigen moment die skarven angegriffen was normalerweise die ki mit dem menschlichen spieler macht das einzige was ich eigentlich mache ist die strategien der ki immer wieder gegen sie selbst wenn tschuldigung durch langjährige beobachtung und hartes abusen von dem bullshit was die ki fabriziert so wir gehen es derweil mal in diese richtung ich möchte ganz das ist die gelegenheit du meister ich kämpfe mit ihr immer hardcore genau destroyer meint merb hat immer glück genau kein skill es ist nur glück immer hallögen seifenlord grüß dich so los ist dir auch einen schönen sonntag muss der streue meinung muss sagen bei mir kommt immer archaon die norse chaos zwölge die verfluchten skarven sassel in runde 20 war koste halt in der das ist wirklich ein absolutes katastrophenszenario habe ich kenne sowas ja auch also wer mich schon langjährig verfolgt der weiß dass ich auch solche pechphasen habe das berühmte beispiel ist mein repos de lyonnaise let's play auf youtube das ist auch schon seine drei jahre auf dem buckel halt auf youtube das power to the bauer wo ich eigentlich mit ihr wo ich nur bauern benutzen durfte nur bauern keine ritter außer helden helden durfte ich benutzen und ich hatte alles im griff bis zu dem moment wo ich feststelle dass auf platz 1 malekit ist und malekit den gesamten lustria und nagaritischen kontinent erobert hatte und dann der weinung war in arabia ist jetzt auch sehr sehr schön wenn der dann halt mit 20 full stacks um die ecke kommt du hast drei du hast nur bauern für deine challenge dann kann es halt auch nichts mehr machen und selbst mit rittern wäre das schwierig geworden kugas war schön als ich ihn als ich ihn gespielt hatte war aber auch hart schön ist immer so 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 eine relative sache der kann jetzt hier entsetzen wo sagen wir waren jetzt hier mal die restlichen skaden hier weg gönnen uns ihr das geld dass wir gebrauchen haben einen heiltrank und der züchter clan war nicht mehr hände zwietracht ist ein helm der zwietracht auf einer riska laser leute man mache sich das mal klar schild des mutterlandes rüstung plus 10 für die gesamte armee des helden i take it so moment also den heiltrank kann ich ihr leider natürlich nicht geben aber ich kann ja den helm der zwietracht geben der vorteil von händler zwietracht ist schon mal gar nicht mal so schlecht hi gaius grüß dich na wie geht's hoffentlich gut der sternen eisenring oh warte mal warte mal warte mal warte mal hier gebe ich den sternen eisenring und ich denke ich gebe ihr noch den heiltrank ja ich gebe ihr noch den heiltrank das kampftraining lohnt sich schon early aber ich nehme auch gerne die rüstung erst mal du hast schon recht aber ich meine ich mache schon kampftraining mit ihr das kommt alles noch das kommt alles noch hallo ihr untoten so was kostet mich das jetzt hier die stadt aufzubauen mir fehlt nicht viel mir fehlt nicht viel wisst ihr was bei solchen lords manchmal fehlt so ein buff der einem die baukosten lokal reduziert das fehlt in meinen augen wirklich haben viel zu wenige so kann ich jetzt hier mit diplomatie noch geld verdienen mit ostland ein militärisches bündnis ein verteidigungsbündnis eingehen aber lieben gerne doch mit wem hast du krieg du hast nur krieg mit den fruchtbaren der hügelgrablegion ein richtiges militärisches bündnis ja jetzt habe ich die kohle perfekt und jetzt habe ich sogar noch diesen quest jetzt hier erfüllt standarte der leeren steppe vorhut aufstellung bären mit vorhut aufstellung ich lasse mir das gerade eben also auf der zunge zergehen so unsere hauptstadt kislev die jetzt hier helvetica heißt wird jetzt hier natürlich aufgewertet auf die nächste stufe ob ich wofür einen wofür habe ich einen anhänger ich bin schon wieder geistig drei schritte weiter zauber ich weiß schon gar nicht mehr was ich gesagt habe hallo lehans grüß dich willkommen so also er hier bleibt hier weiter hier stehen stimmt nicht warte mal ich könnte sie eigentlich nach Norden schicken die Oma ist doch weit im westen wisst ihr was ich schicke sie und das ist jetzt kein gag hier rüber ich schicke sie hier rüber vorausgesetzt die leben dann alle noch ein nicht angriffspakt mit der orthodoxie er erkennt uns an hi arzend grüß dich dankeschön für deinen prime sub im 33sten schönen sonntag wünsche ich dir und hallöchen auch in sim äh hallöchen simser sim ich habe mal eine frage was muss ich machen dass ich mir die legendären helden erspielen können du meinst jetzt so wie nariska laser du meinst also oder Ulrika bevor ich antworte warte ich auf deine antwort auf meine gegenfrage weil das wir uns im grunde erstmal nur Kislev spielen also die dame ist ja ein du brauchst erstmal jetzt für sie speziell brauchst du auch den shadows of chains dlc hashtag bei gamesplanet günstiger als auf steam einfach mal ausrufezeichen rabatt oder zähle in den chat dann kannst du da nicht draufklicken aber das mal sonst nebenbei und dann musst du einfach nur wenn du das dann installiert und aktiviert hast mit ihr spielen und dann kommt irgendwann eine questreihe dann kommt einfach irgendwann eine questreihe und dann musst du diese questreihe halt machen also bei nariska laser war es level 11 werden und da musstest du dann 1500 gegner in der schlacht töten nachdem du diese 1500 gegner in der schlacht getötet hast musste man hier die königliche kaserne bauen und wenn diese kaserne abgeschlossen war war nariska laser da so einfach war es im grunde und bei ulrika ist es ein bisschen ähnlich da musst du im grunde eigentlich auch nur erstmal ein bestimmtes level erreichen ich glaube es war auch level 15 und je nachdem du dann das imperium spielst oder kislev im falle von kislev brauchst du dann dieses gebäude wenn du dieses gebäude dann gebaut hast musst du 15.000 gold ansammeln und dann kommt eine entscheidung was du mit ulrika machen musst und dann nimmt man sie natürlich als heldin und dann kannst du sie auch also das ist im grunde der way to go aber im grunde läuft es immer darauf hinaus zuerst zugriff zu haben und dann das level mit dem entsprechenden charakter zu erreichen und dann dieser quest zu folgen hi defcon grüß dich an den melonen auf eis natürlich noch ein white shadow muss man nicht aus dem steam accord mit creative assembly verbinden das kann sein tg das kann sein das weiß ich aber nicht mehr das gilt aber nicht für alle also ich bin mir also es würde mich wundern wenn die goldene ritterin nariska laser dafür auch verbunden sein müsste weil die ist eigentlich bestandteil des dlcs eigentlich aber da bin ich überfragt also da stecke ich auch jetzt nicht so tief drin um exakt zu wissen wie das jetzt hier sich im detail mit den einzelnen da also es kann sein dass es den einen oder anderen braucht also bei den freeload content sachen bei denen musst du bei total war.com dein steam account miteinander verbunden haben so bekommst du zum beispiel auch prinz imrik nur so als beispiel und ich meine auch ihr schlitten hängt an diesem total war.com verknüpfen aber nicht etwas was jetzt offiziell zum dlc gehört das wäre ja eine fragwürdige bedingung und aus meiner sicht ich bin kein jurist aber juristisch zweifelhaft behaupte ich jetzt einfach mal als laie das ist kein fantasy verplant was timberborn angeht läuft ja auch auf youtube also können wir uns wie das brezel backen das ist der wahnsinn was eine videos und timberborn für aufrufe haben im stream werden wir es auch wieder tun bloß zur zeit ist jetzt halt einfach wieder eine phase wo wo so viel ansteht das ist typisch schmerz februar wo halt einfach sauviel neue games kommen und dlcs hier auf twitch wird wieder kommen keine sorge wird wieder kommen aber nicht in den nächsten zwei wochen das schaffe ich einfach nicht tatsächlich aber ich werde ich habe es vor das freut mich das freut mich das freut mich aber keine sorge ich habe auch vor mehr timberborn auf youtube noch zu machen allein natürlich ich sehe es ja wie es abgeht und ich ich liebe dieses spiel wirklich ich liebe timberborn es macht einfach so spaß es ist einfach so friedlich und niedlich so wir haben jetzt hier acht technologien erforscht jetzt habe ich das blut des mutterlandes dadurch bekommen warte mal was ist das für ein item das ist leider keine rüstung ne ne ist es nicht und die krone der herrscher wir haben jetzt auch mehr bewegungsreichweite auf der kampagnenkarte warum läuft er durch mein land oh ich habe das gefühl dass ein paar stinkstiefel mir hier auf den zeiger gehen wollen hi möglicherweise habe ich auch erstmal noch eine andere aufgabe vor mir vielleicht mache ich diese alten stinker hier zu meinem projekt das wäre auch eine möglichkeit hi bitte holz grüß dich hat ihn hat gefragt mit welchem skill waffen kommandanten die neuen kislev krieger doch doch den gibt es das ist nur ich war am anfang auch irritiert ich habe sogar schon an ca geschrieben sag mal habt ihr das vergessen dann habe ich es aber selber noch bemerkt und geschrieben ach ich habe es gefunden das ist der schießübungs skill in der ersten stufe kriegen die gar nichts deswegen glaubt man erstmal höh werden die nicht gebufft ab der zweiten stufe bekommen sie plus vier auf die nahkampfabwehr und ab der dritten stufe bekommen sie dann plus sechs und hier hinten bekommen sie dann später auch noch die plänkeltradition mit tatsächlich aber ja auch ich war erstmal irritiert magdeburg es existiert noch nicht es existiert noch nicht dieses cc programm von ca es soll wohl kommen aber das zeichen dass sie mir vorab zugriff gegeben haben deutet wohl sehr stark auf ja hin das heißt also sie waren wohl glücklich mit mir naja auf der anderen seite ne ich habe den release von warmer 2 fast alleine gestemmt mit unterstützung von günner ein bisschen damals aber das das bin auch fast wahnsinnig geworden das alles zu organisieren gibt es eigentlich pläne wann lord kapitän opa wieder handel treibt ähm tatsächlich gerade eben nicht bandena tatsächlich gerade eben nicht ich muss zugeben ähm das spiel würde ich also finde ich cool wenn ich es einfach nur für mich spiele aber ich finde es zum streamen also wollen wir 40.000 roguetrader ich finde es zum streamen aufgrund der schieren anzahl der texte ist sau anstrengend weil man hat auch kaum wirklich vorankommt das ist auch die kritik die von anfang an schon an dem spiel hatte also es ist für mich einfach fast schon zu sehr novelle mit ein bisschen d und d flair das ist das problem was ich damit habe ein paar lesehilfen und woher soll ich die nähe im defcon hallüchen dark new grüß dich hallüchen auch an äh last shadow grüße auch an phil oh dann erstmal gute besserung phil und hallüchen auch an st ohm grüße grüße das große problem was halt ganz ganz viele warmer spiele haben und auch warmer 40.000 spiele haben ist dass die umsetzung halt leider als spiel immer so ein bisschen nicht den idealen punkt trifft das ist halt immer wieder der fluch den warmer hat warum weiß ich nicht und bei roguetrader ist es halt genau das ich kann roguetrader in ein youtube let's play umwandeln ja wenn ich irgendwann mal die zeit dafür habe dann kann ich darüber nachdenken aber aktuell nicht aber das liegt halt auch einfach auch ein bisschen an old cat games games also ne old cat games hat halt einfach seine fans und ähm das ist auch berechtigt aber diese spiele dauerhaft zu verfolgen als creator ist eine lebensaufgabe es ist einfach eine lebensaufgabe und ähm weil sie einfach so riesig sind und gleichzeitig aber auch wiederum haben haben diese spiele halt auch nicht unbedingt die allergrößte fangemeinde und wie bei jedem spiel das du machst nimmt die zuschauerzahl mit der zeit halt leider ab weil die leute das interesse verlieren aus unterschiedlichen gründen sie haben keinen bock mehr sie mögen den stil nicht wie man es macht oder ähm sie waren von anfang an nie der große fan gibt tausend gründe oder sie werden von was anderem abgelenkt das ist auch gar nicht so sehr die schuld der leute es ist einfach nur so dass du dann als creator natürlich darüber im klaren sein musst ja und irgendwann mal mache ich diesen riesen aufwand für 100 leute die zugucken ähm das ist wenn du dann normalerweise drei oder vierhundert gewöhnt bist natürlich dann nicht mehr so lukrativ man betreibt ein business jeder streamer betreibt ein business und das ist halt das tragische an der ganzen sache deswegen bin ich auch ein fan von der sache ähm geworden von der aussage spiele sollten nicht zu groß sein damit man sie kompakt noch präsentiert also lieber kompakt und gewaltig als lang gezogen wie ein kaugummi you know what i mean das ist so dieses ähm problem was manche spiele haben aber schon seit längerer zeit hi realgo grüß dich willkommen so was leveln wir denn jetzt hier was forschen wir denn jetzt hinterlader schaden durch geschosswaffen moment eisrieten das brauche ich alles nicht was kann ich hier in kislev noch machen in kislev kann ich hier noch mehr verbesserung des mutterlandes diplomatische beziehung mit dem imperium das wäre mal nicht schlecht oder wir nehmen sie direkt die zaren gerade der wird das wird heute aufgelöst bandena heute heute soll irgendwann der non main streamer aufgelöst werden ich weiß die uhrzeit tatsächlich nicht aber es könnte sein dass es während unseres streams stattfindet ich weiß den stand gerade eben nicht aber heute heute ist der tag der 25 in irgendeinem stream soll das jetzt wohl heute passieren ich guck mal gerade eben ob ich es finde weil er gerade eben fragt oh Gott oh Gott wann wird der aufgelöst wann wird der gezogen ich habe das neulich durchgelesen ich finde es gerade eben nicht auf die schnelle vielleicht kann ja einer von euch den text selber kurz durchlesen also jetzt so mitten im stream das jetzt durchzulesen das übersteigt glaube ich gerade eben meine möglichkeiten und wäre auch für manche leute langweilig aber ihr habt ja den link und könnt mal lesen dann könnt ihr schreiben ah 20 uhr dann wird es so gerade zum ende des streams oder nach dem stream sein also ihr habt die möglichkeit jetzt noch abzustimmen wenn ihr es noch nicht gemacht habt so ähm ich glaube zarenwache ich finde die zarenwache nach wie vor immer noch ziemlich geil aber sie ist auch teuer ich gehe auf die kosten der gebäude die möchte ich reduzieren we stand against chaos we stand against chaos yes we do also warum habe ich plesk kann mir das jemand kurz mal erklären warum ich plesk habe wie bin ich zu plesk gekommen habe ich das irgendwie mit rein konfiguriert die enklave hatte das scheinbar ich nehme jetzt erstmal diese zwei gebäude hier raus ne dann habe ich auch wieder ein bisschen geld daraus fort strager werde ich noch nicht ausbauen weil ich weiß ja was ihr potenziell gleich rüberkommt und mir auf den zeiger gehen will er bleibt immer noch hier so und jetzt bist du hier endlich im wasser jetzt gucken wir mal dass wir dich zum daddy bringen von ihr bevor der hops geht das wäre das was wir vermeiden wollen ein unnötige verluste innerhalb von sehr sehr nice die diplomatie wird gerade immer angenehmer ich kann sogar ein schutzbündnis jetzt hier mit ihr eingehen ist aber nicht besonders stark die stärker 118 was zum teufel ist denn mit der los ja ok ich sehe was hier los ist ungünstig genau du wuselst jetzt hier richtung westen und siehst zu dass du mutter aus dankjahr kennenlernst ich glaube auch dass die von chaoskriegen überrannt wurde so sieht es aus ja sie hat ihre startstadt nicht mehr und ich kann ja leider nicht mal helfen dankeschön bendena dankeschön also 20 uhr ist der auf der auf dem youtube kanal von den machen von early game so verbündete beginnt mit einem bau eines außenpostens das ist nett der ist jetzt suchtmeister geworden die fruchtbaren ignorieren das verbotene betreten unseres landes ganz im ernst ich bin gewillt ihnen den arsch aufzureißen und verlangen nicht mal geld dafür so mein freund und kupferstecher gibt dir noch die fahne für noch mit führerschaft ist der legendäre terrakotta hält eigentlich unsterblich weil konstrukt ne der ist ein konstrukt der kann genauso zerfallen dann ist der halt tot dann muss er halt wiederkommen also unsterblich im sinne von helden unsterblich ja logischerweise das sind die alle die nehmen die können nicht sterben und für immer weg bleiben die haben von anfang an diesen unsterblichkeitspannock ähm aber tatsächlich na komm wir spielen uns hier selber mal zum reinkommen aber tatsächlich natürlich kannst du in der schlacht zerfallen und dann ist der charakter erstmal verwundet und muss ein paar runden aussetzen ich glaube ja äh äh stranger du bist da was auf dem pfad da kommen dann trümmermännchen mit uhukleber so kleine drachen weißt du sind das so die dann kommen so bastel bastel ich hab da noch so ein stückchen das sieht aus wie ein ell so stelle ich mir das vor so und nicht anders da kommen so diese da kommen so lauter so kleine drachen so kleine rote drachen wie bei ähm bei dem disney film äh wie heißt das denn nochmal ah Gott ich krieg den namen grad eben nicht zusammen aber ihr wisst was ich meine wo das mädel mulan genau wie bei mulan wie die sind lauter so kleine rote drachen genau so stelle ich mir das vor und nicht anders so du bist auch ein nahe kämpfer okay dann stelle ich dich jetzt hier mal rein das ist mal ne geile position ich liebe alles daran oh ist das herrlich so ihr macht jetzt hier mal diese stellung und ihr stellt euch noch dahinter als nummer 3 dann habe ich ja noch die flügelulanen die ich dann hier drüben hier in den wald stelle sarina katharin steht hier nariska laser steht hier und du stehst hier jetzt können wir sie auch mal aus der nähe ist schon ein geiles model ne sie betet wohl grad zu osun sie betet sehr innig zu osun okay dann wollen wir mal das ist das das ist das das die 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 werden jetzt hier gleich was Dummes machen. Oh, da wurde sie schon eingefangen. So, Nariska, du kannst dir mal den hier direkt mal krallen. So schwer gepanzert wie sie ist, fällt sie, glaube ich, schwer da reinzukommen. Okay. Ich heil sie mal gerade eben direkt schon mal. Ein erhabener Heldes Mörgel. Und Nariska, dem ist ja aber gerade eben schon ordentlich den Arsch aufgelöschen. Hi, Keosouls, halte ich noch von Minty, halte ich noch von Miraculas. Grüße euch, Leute. Wauwens Opfer. Heili hoch. Ja, die macht nun gerade ordentlich fertig. Vor allem halt auch dank ihres krassen an dieser Kronis gegen Kumpel-Tree. Das ist gar kein Wunsch gegen Groß. Ich dachte, das hat ja einen Vorteil gerade eben gegen Wunsch gegen Groß, aber nee. Eieieieiei. So langsam aber sicher habe ich das Gefühl, die kitzlebitischen Hellebaden-Träger sind an ihre Grenzen. Jetzt will ich sie verlangsamen, damit sie nicht so leicht fliegen können. Trotzdem sind sie leider sehr schnell und ich habe die Kabel-Logie nicht mehr benutzt. Naja, Friedrich, ich sehe es mal von der Seite, auch wenn sie jetzt nicht mit der Underdog sind, mit den nächsten Patches, vor allem Thrones of Decay, das ist ja de facto direkt neben ihnen, glaube ich, dass dieser starke Status, den sie jetzt gerade eben haben, bald wieder verlieren könnten. Das sollte man einfach nicht vergessen, dass das früher oder später passiert. So, diese Barbaren, das Nörgeln waren jetzt hier auch noch verfolgt. Und niedergemacht. Wenn die ja weg sind, dann haben wir es erledigt. Y-Team fragt, was hältst du von der Idee Armeen und Garnisonen ohne Einheiten-Obergrenze? Bitte definiere das. Das kommt für mich jetzt einfach mal so aus dem Nichts. Ich habe so meine eigenen Ideen, wie Garnisonen funktionieren sollten und Armeen funktionieren sollten. Bitte näher ausführen. Nicht vergessen, hier könnt ihr mehr schreiben als nur eine Zeile. Das hier ist nicht Twitter-X. Destroyer hofft, dass das Imperium endlich mal gut spielbar ist. Irgendwann muss es halt abgeschlossen sein, ne? Hi Akerschnacker, grüß dich. Hi Honani-Skills. Stranger Mind by Decay bin ich auf ein Kugas Let's Play 3.0 gespannt. Findet die Reihe auch mega. Meinst du meine, die allererste? Oder welche meinst du genau? Oh, hier kann ich wieder ein bisschen Hingabe bekommen. Aber Geld wäre auch nicht. Ja, Hingabe habe ich eigentlich genug, ganz im Ernst. Ich nehme das Geld. I met crazy, grüß dich. Zurück auf den eigenen Grund und Boden. Dann regenerieren wir noch mal eine Runde. Halt ich hier noch in Arthas. Friedrich meint, ja, ich hoffe, dass allerdings sind Empire und Darby ja eher auf der Seite von Kislev. Aber da hast du auf jeden Fall recht, dass CA-Balancing ein bisschen so funktioniert bis zum nächsten DLC. Nicht nur bei CA. Das ist etwas, was grundlegend in der Gaming-Industrie so ist. Das beobachte ich seit Ewigkeiten. Das läuft fast immer so. Nicht bei jedem, aber fast immer. Die Eisherrin noch mehr Trefferpunkte, Rüstung und Waffenstärke. Das machen wir später. Mehr Geschwindigkeit. Ne, ich mache es ja die Kahnkönigin. Die Kahnkönigin. Mein. Dann bekommt er hier noch mehr Glutaugen. Wie sehr sollen die Augen blühen? Ja. Defko meint, ich wäre ja für Einheiten liebes wie bei Kemri oder Chaos-Zwerge und bei den Garnisonen wie bei den Ogern. Ja, das ist ja im Grunde mein Vorschlag. Das habe ich ja immer wieder über die letzten zwei, drei Jahre ja gepredigt. Genau das. Also, dass besondere Eliteeinheiten begrenzt sind. Meinetwegen auch pro Armee begrenzt sind. Also, dass du keine Doomstacks mehr machen kannst. Oder, dass man es halt wirklich macht, dass alle halt im Grunde die grundlegende Mechanik von Kemri haben. Also nicht, dass die Einheiten kostenlos sind. Sondern, dass du halt für bestimmte Gebäude eine bestimmte Anzahl an elitären Einheiten freischaltest. Das verhindert halt, dass du im Endgame halt von nur noch Schwertmeistern und Schwestern quasi angegriffen wirst. Und zum Beispiel Hochelfen sind. Weil das auch Quatsch ist, dass es so viele gibt. Und bei Garnisonen sollte der Spieler selber definieren können und dann halt aber auch ein bisschen dafür bezahlen. Natürlich sollten sie Rabatt dafür bekommen, weil sie halt nicht rumlaufen, sondern in den Städten sind. Aber, dass du halt selber bestimmen kannst. Ich will lieber eine Menge Krab, billigen Krab in der Stadt haben, weil diese Stadt nicht so wichtig ist. Oder ich möchte gerne lieber eine große, äh, elitäre Truppe drin haben. Aber für die berappe ich auch, weil das meine wichtige Grenze ist. Äh, und, äh, das würde ich persönlich besser finden. Das ist so meine Sicht der Dinge. So, okay, ähm, begleitender Kommandant. Oh, das ist nett. Ich nehme erstmal hier die verzauberte... Ne, jetzt nehmen wir erstmal das Kampftraining. So. Naja, Made Crazy Genius, ich sag's mal so. Wir reden seit über 10 Jahren darüber, dass man der KI beibringt, ausgewogene Armeen zu bauen. Ich bezweifle langsam aber sicher, dass CA weiß, wie man es ihr beibringt. Und irgendwann mal musst du einen Workaround vorschlagen. Das große Problem ist, dass, äh, die Spielerschaft seit Ewigkeiten immer wieder auf bestimmten Forderungen beharrt, die aber einfach nicht kommen. Wie diese zum Beispiel. Und irgendwann mal muss man sich halt einfach mal eingestehen, ähm, ich glaube nicht, dass sie es absichtlich nicht machen. Sie machen das nicht aus Gehässigkeit nicht so. Sondern vielleicht, weil sie es nicht können. Warum sie es nicht können, wissen wir nicht. Aber dann muss man sich halt überlegen, okay, wie kann man drum rum? Das wäre ein Workaround. Dem Spieler mehr Kontrolle geben. Über sein eigenes Reich, was ja auch Sinn machen würde. Ähm, wollen wir das jetzt hier machen? Ja, ich möchte zuerst 14.000. Ich kann mehrere Sachen gleichzeitig machen, stelle ich gerade eben fest. Dann bauen wir dich noch auf. Wir bauen das hier noch auf. Und dann bauen wir das hier noch auf. Nee, das ist zu lange her, lieber Selostius. Diese Rabattcodes gibt es leider immer nur zum Release. Und auch nur dann, wenn sich der Shop mit dem Publisher einigt auf einen Rabatt. Und den kann ich dann halt an euch weitergeben. Ansonsten musst du jetzt halt entweder auf einen Sale warten oder den aktuellen Rabatt. Das aktuell gibt Nutzen. Aber ich habe leider keine Ahnung. Ehrlich gesagt hatte ich eigentlich jetzt mit einem Rabatt gerechnet. Aber es gab zwar einen Sega Sale. Aber sie trennen komischerweise immer Total War von den anderen Sega Games. Die haben die meiste Zeit über nicht gleichzeitig einen Rabatt. Warum, weiß ich nicht. Also ich stecke da auch nicht so tief drin. Ich kriege nur die Informationen vom Shop dann halt mitgeteilt. Ich bin da auch nur Informationsempfänger. Und kann da leider wenig mitreden. Ähm, wir machen jetzt hier mal eine Mauer hin, dass wir hier nicht so leicht angreifbar sind. Fort Ostrosk ist wichtig. So. Was machen wir hier jetzt noch rein? Ich würde sagen, hier machen... Hallo. Hier machen wir jetzt einfach mal nur Geld. Gehöft. Und das da. So. Ich gucke gleich, was ihr noch geschrieben habt. Ich muss auch noch nebenbei ein bisschen spielen. Was ist das hier nochmal? Das hier ist wieder ein... Ein Hof. Genau. Moment. Das haben die halt auch. Ja, aber ich finde es in Ordnung, dass das Ding jetzt hier wächst. Das soll ruhig weiter wachsen. Dann... So, kann ich hier noch irgendwas machen? Nee, hier kann ich nichts machen. Die müssen jetzt hier regenerieren. Dann kann ich Wolfenburg angreifen. Das hier überspringen wir nach wie vor. Und was hat die Informatie? Hochland möchte gerne mit mir militärische Zugänge haben. Und nicht anderes Pakt. Ja, Nordland. Lass uns mal einen Verteidigungspakt an den Start bringen. Kurs. Warum nicht? Noch ein militärisches Bündnis. Die Ostmark möchte auch. Ein Schutzbündnis. Affirmative? Never. What? Approach as friend. All right? Hier eskaliert gerade eben mal wieder die Diplomatie ein bisschen. Ready? But... Before... Dark New Mind, aber wäre es eine klare Ansage von sie, ey, auch der erste Schritt. So in der Art, wir haben den Wunsch vernommen, können diesen aber auch aus Grund XY nicht umsetzen. Das werden die nie machen. Das werden die schlicht und ergreifend nie machen. Und ich kann ja auch genau sagen, warum. Weil englische... Weil englisches Unternehmertum. Ich habe durch meine Frau einiges über das englische Unternehmertum gelernt. Die sind Control Freaks in Großbritannien. Da geht es um alles. Also um die Fähigkeit, etwas nicht zu können ist. Oh mein Gott, oh mein Gott, der Kurs stürzt ein. Verstehst du, was ich meine? Und dann musst du auch noch daran denken, dass es gerade eben in England sowieso nicht so geil ist zu leben. Dank Brexit. Denen geht es halt einfach scheiße. Oh, jetzt habe ich auch noch gekriegt mit den Knochenklappers. Denen geht es einfach scheiße. Und diese Denke kriegst du ja aus denen halt nicht so ohne weiteres raus. Du wirst, also das erlebst du ja auch bei uns in Deutschland ja leider nicht so wirklich, dass ein Unternehmen in der Regel sich eingesteht. Sorry, wir können es halt einfach nicht. Dann wird lieber gelogen und verschwiegen. Manchmal sogar bis in den kriminellen Bereich hinein. Bis zur arglistigen Täuschung und so weiter und so fort. Das sind keine Sachen, die man sich normalerweise vorher vornimmt, aber da rutscht man halt unter Umständen rein. Ich sage mal nur, Audi, Abgas, Betrug. Das war auch so ein Ding, wo ich mir sicher bin, dass es halt letzten Endes so eine Sache ist, die hat sich halt so nach und nach entwickelt. Man hat eine Ankündigung gemacht und irgendwann mal war man halt nicht mehr dazu in der Lage, diese Ankündigung zu halten und so weiter und so fort. Und zurückrudern ist halt manchmal einfach ein bisschen schwierig. Und dann kommt der eine oder andere auf die Idee, etwas zu faken und so weiter. Entschuldigung, Volkswagen, es war Volkswagen, Entschuldigung. Aber ihr wisst, was ich sagen will. Der springende Punkt ist einfach der, oh, die gehört auch zu Volkswagen, ist auch alles ein riesiges Komplimenterat, egal. Genau, zurückrudern ist zu teuer. Und in der englischen Unternehmerdenke, also ganz im Ernst, ihr glaubt gar nicht, mit wie viel Juristerei ich zu tun habe, wenn ich mit Engländern als Creator zu tun habe. Das sind die ersten, die mit NDAs um sich werfen, die auftauchen. Du musst das unterschreiben und du musst das unterschreiben. Und übrigens, wenn du das verrätst, dann, wir reden hier von Vertragsstrafen in sechsstelliger Höhe, wenn du mit Engländern zu tun hast. Das ist so. Und, also jetzt nicht bei CA, bei CA war das jetzt tatsächlich nicht der Fall, aber ich habe das schon erlebt. Und, ja, also das ist halt einfach der springende Punkt halt einfach, dass halt einfach eine mega krasse Paranoia herrscht, die aber einfach kulturbedingt ist. Und deswegen wirst du das nicht erleben, dass sie sagen, sorry, wir können es halt einfach nicht. Weil das ist eine riesige Gemengelage. Dann kommen die halt auch gleichzeitig auch noch dann auf den Trichter zu sagen, ja, also wir könnten das Spiel besser machen, aber das würde halt deswegen, oder wir könnten das Spiel anders machen. Deswegen fordere ich ja auch schon seit Jahren eine neue Art von Evolution von Total War. Also, dass sie endlich mal den nächsten Evolutionsschritt machen. Und ich eher den Eindruck habe, dass sie in manchen Punkten eher sogar noch rückschrittig sind. Also, im Sinne von, dass sie Features rausnehmen, die eigentlich ganz, ganz gut waren. Und teilweise einfach nur immer wieder die Münze oder den Bierdeckel umdrehen. Und immer wieder das Bestehende rekombinieren, statt komplett neue Features reinzubringen. Und das ist ein Prozess, den müssen die erst lernen. Und das ist leider nicht immer so einfach. Das hängt dann auch total davon ab, wer hat das Sagen. Und das ist bei jeder Firma eigentlich letzten Endes so. Es ist immer die Frage, wer hat das Sagen? Und was ist sein strategischer Kurs? Das ist das Ding. Dark Numein, danke für den Eindruck. Ich hatte nur mit kleinen Klitschen zu tun. Und die waren stets offen. Ja, ja, also, offen sind die schon. Im Sinne von, dass sie dir zuhören. Das sind sie. Ich habe auch diese Situation, dass die Leute, mit denen ich rede, auch bei CA, immer offen waren. Die haben mir immer zugehört. Aber wenn du dann quasi direkt unter vier Augen oder unter vier Ohren mit denen geredet hast, dann bekommst du halt auch mal mit, so nachdem man sagt, ja, das Problem ist, das wird dann die juristische Abteilung so und so sehen. Ich kann versuchen, meinen Chef davon zu überzeugen. Aber das Problem ist, dass nicht nur diese Person dann quasi auf diesen Chef einwirkt, der diese Entscheidung trifft, sondern dann kommt halt auch die Jura-Abteilung und sagt, ja, aber da gibt es dann dieses eine Urteil aus dem Jahre 1897, das überhaupt nichts mehr mit dem hier zu tun hat. Aber wenn das herangezogen wird, dann verlieren wir die Rechte an BLA. Versteht ihr? Also, das ist halt die Paranoia, die umhergeht. Das ist ja der Umbruch unserer aktuellen Gesellschaft durch Digitalisierung, durch Internet. Das hat aktiv stattfindet. Und da ist halt sehr, sehr viel Angst unterwegs. Oh, warte mal, die Golden Agide? Das wäre auch nicht schlecht. Ich gebe ja nochmal das ja schnell. Champions von Kislev? So. Genau, und Zauber meint noch, zu korrekt. Und bei CA kommt dann auch noch eine japanische Unternehmenskultur, die von oben von Sega aufoktroyiert wird dazu, die noch konservativer ist. Ihr dürft nicht vergessen, dass so Firmen wie Nintendo noch bis heute teilweise es nicht erlauben, dass Twitch-Streamer und YouTuber ihre Games streamen und YouTuben. Es gibt ein paar wenige, die das machen, aber einige von denen sind mit denen in einem Vertrag. Phasenweise sogar müssen sie im Teil ihrer Einnahmen abtreten. Das ist natürlich für das CreatorPro-Geschäft unglaublich hinderlich. Und deswegen gibt es auch nicht im Vergleich zu PC-Spielen oder im Vergleich zu Xbox oder im Vergleich zu Playstation-Spielen so gut wie keine Creator, die zum Beispiel diese japanischen Hauptfirmen wie Nintendo und so weiter und so fort halt streamen. Das ist halt, ja, einfach auch ein Fakt, über das sich der normale Spieler meistens gar nicht so sehr bewusst ist. Und das löst natürlich dann auch eine Menge als Rattenschwanz aus. Und das ist jetzt hier wirklich ein Problem. Das ist wirklich ein Problem jetzt hier mit der Sächsischen Schweiz. Ich sag's euch. Ich tue da mal das hier niederreißen. Wachstum ist schon gut, aber ich brauche hier Truppen. Ich brauche hier Truppen. Jetzt habe ich zum ersten Mal die Situation, dass mein Leben gefährlich wird, weil drei Frontenkrieg steht mir bevor. Mir steht ein Drei-Freunden-Krieg bevor. Wir werden jetzt Wolfenburg nehmen, dem Imperium zurückverkaufen und dann hoffen, dass die Bronze-Festung von denen jetzt hier abgehalten werden kann. Durch ein Chaos-Drache, grüß dich. Willkommen. Aber wie gesagt, ich bin auch kein Fachmann für das. Das sind nur die Beobachtungen, die ich gemacht habe in den letzten Jahren und die Sachen, die mir zugetragen worden sind. Durch Beobachtungen meiner Frau, die in einer ganz anderen Branche, aber auch im Bereich Programmierung arbeitet. Und da kriegst du irgendwann mal einen gewissen Einblick darüber. Okay, von zwei verschiedenen Richtungen kannst du zwar noch nicht triangulieren, aber du bekommst einen Eindruck davon, was halt letzten Endes vielleicht für antiquierte Geschäftsmodelle und Unternehmensführungskulturen in manchen Ländern vorherrschen. Und es ist zum Beispiel auch kein Geheimnis, warum Japan so große Probleme hat. Japan ist ja zum Beispiel, das habt ihr vielleicht alle mitbekommen, jetzt was das BIP weltweit angeht, hinter Deutschland zurückgefallen. War früher, nach dem Zweiten Weltkrieg, relativ bald, schon in den 50er, 60er Jahren, in den 70er Jahren waren sie auf Platz 2 nach den USA. Wurden dann nur noch von China überholt, weil China halt auch noch viel mehr Bevölkerung hat und deswegen viel mehr Wirtschaftsleistung haben kann. Aber die sind jetzt, in den letzten sechs Monaten, hinter Deutschland zurückgefallen. Und das, obwohl Deutschland eine Rezession droht. Stellt euch mal vor, was in Japan los ist. Die müssen ihr komplettes Ding überdenken. Und genauso auch ist es in England so, die müssen auch ihr komplettes Denken revolutionieren, wie man eigentlich in der heutigen Welt ein Unternehmen führt. Insbesondere, wenn du sehr, sehr viel öffentlichen Kontakt hast und die Leute, also wir, es nicht mehr so cool finden, wenn man uns leere Versprechungen macht. Oder uns vielleicht sogar offen verarscht. Komm dann, nur Sigma ist Gott, Ulrich. Und diese Erfahrung hat CA gerade eben ja gemacht. Hi, General Feierabend, grüß dich. Aber nur durch die Abwertung des Jens. Ja, aber das ist ja trotzdem eine Sache. Du musst dir mal angucken, was das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in Japan ist. Du musst dir mal angucken. Im Grunde könnte man ja schon fast schon sagen, es ist schon eine halbe Amerikanisierung der Obdachlosigkeit, was in Japan passiert. Das ist eine Katastrophe für dieses Land. Das ist absolut katastrophal, was in Japan passiert. Das hat nicht nur was mit dem Jens zu tun, sondern das hat etwas mit der grundlegenden Mentalität zu tun, die ihnen auf die Füße fällt. Das Plaza-Abkommen? Was ist das Plaza-Abkommen, Nani-Skills? Bitte mir nochmal erklären. Hallöchen auch nochmal an Chaos-Drache. Grüß dich. Friedrich Hecke meint, ja, liegt aber auch an der mangelnden Öffnung des Jobmarktes wegen Überalterung und keine Migration. Ja, das auch. Das definitiv. Aber auch daran, dass halt sie ein ausbeuterisches System betreiben, das halt auch Menschen kaputt macht. Dass Menschen irgendwann mal in die Brüche gehen. Und ja, wir haben das Problem auch. Wir können im Grunde in die Glaskugel gucken, bei denen, was bei uns in zehn Jahren los sein könnte. Nur wir haben halt noch die Chance, das eventuell noch zu wenden, wenn wir die richtigen Stellschrauben drehen. Ob die gedreht werden, weiß ich nicht. Weiß ich einfach nicht. Nani-Skills 1985 hat die USA, Deutschland und Japan eingeladen, weil die Produktion zu stark war von den beiden. Lies es dir mal durch. Ach so, du meinst, da ging es einfach darum, dass sie für die USA ein zu großer Konkurrent geworden sind. Ja, die USA sind ja leider bis heute King darin. Also quasi ihre Innenpolitik über die Außenpolitik der Welt zu stellen. Und sie machen es nicht immer unbedingt auch für sich selber schlau. Sondern die USA sind leider inzwischen King darin geworden, sehr, sehr kurzfristig. Kurzfristige Entscheidungen zu begünstigen, weil ihr demokratisches System halt einfach auch kaputt ist. Das ist äußerst kurios. Das ist sogar super kurios. Ich habe Wolfenburg. Ganz im Ernst, das Ding hat Gold. Ich werde den Laden behalten. Haben ja auch das Freiheitskommel mit der EU gekündigt, als deren Wirtschaft schwächelte. Ja, ja, ich weiß, die USA sind da. Die USA sind... Das heißt nicht umsonst, es ist eine Weltmacht in der Krise. Es ist halt wirklich so. Und das löst dann halt auch ein solches Verhalten aus. So, warte mal, was wollte ich denn hier noch reinbauen in dieses Teil hier? Wir laufen sehr problematische Grünhäude rum. Also, nur noch mal Männer. Damit wir die sächsische Schweiz verteidigen würden. Sonst wird es nämlich ätzig. Das wollen wir nicht. Zavastra. Doch, ich baue Zavastra aus. Ich halte es für sinnvoll, Zavastra auszubauen. Und das ja auch. Und das hier. Die Fränkische Schweiz wurde auch ausgebaut. Nochmal Gold. Hier oben. Oder was meinst du, Friedrich? Wäre eine Idee. Könnte man holen. Und hier wäre auch noch mal Gold. Äh, nicht hier, sondern... Hier. Aber das ist dann schon ordentlich weit weg. Fort Stragov lasse ich nach wie vor sein. Ich habe immer noch Dasch am Laufen. Äh, was sagt die Diplomatie? Die Diplomatie sagt, dass Wiesenland jetzt mit mir reden will. Jetzt handelt sogar Schutzbögen. Jetzt geht's los. Ich sehe schon kaum, dass der konfiguriert, würde mit mir konfigurieren. Er kann es ja nicht. Er würde mit mir konfigurieren, wenn er könnte, noch bevor ich, äh, alle Befürworter, die nötig sind, zusammenhabe. Hi, Sherrodale. Grüß ich. Dankeschön für 20 Monate Prime. Aus den Posten bauen. Das mache ich nicht. Friedrich meinte, ja, also ich freue mich ja nur über das Wolfenburg-Gold zusätzliche, zu dem potenziellen Tragenhof in Arzak. Ach so, das meint's. Ja, 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 ja. Und ich glaube, jetzt gehe ich doch zum Bronzefest und man macht den da oben alle. Das wäre jetzt hier so mein Gedanke. Aktuell haben sie ja zum Beispiel auch was gemacht, Destroyer und Nani Skills. Das habe ich gestern das erste erfahren. Und zwar, ähm, haben sie wohl jetzt Europa, also Biden hat wohl Europa jetzt den Gashahn LNG zugedreht aus innenpolitischen Gründen. Und der Witz an der ganzen Sache ist, es könnte sogar illegal sein, dass sie das gemacht haben, weil sie dann gegen Verträge und sogar gegen ihr eigenes Recht verstoßen wurden. Ich weiß, an der Stelle bin ich dann doch geistig wieder bei Volker Pissluss, der schon vor 10, 15 Jahren gesagt hat, quasi, die USA sind Kapitalismus im Endstadium. Es ist quasi wie Bürgerkrieg in den USA. Und wenn du halt Verbündete so behandelst wie die, also Europa hat gar keine andere Wahl, als sich zusammen zu raffen und quasi, ähm, sich selbst als Einheit zu betrachten. Das ist zu unserem eigenen Gunsten, wenn wir das tun würden, wenn wir einfach akzeptieren würden, dass wir nur als Europäer überleben können. In dieser Welt voller Supermächte. Dann kannst du nur selber eine Supermacht werden. Aber du kannst keine Supermacht werden, indem du jemand anders eroberst. sondern in Europa kannst du es nur dann werden und das zeigt die Geschichte, liebe Geschichtsfans, dass du es nur werden kannst, indem man halt im Zweifelsfall es friedlich macht und dann sich vereinigt und sagt quasi so, und jetzt haben wir genügend Gewicht in der Welt, um zu sagen, nö, so macht man das mit uns nicht. Denn sonst werden wir selber zur Kolonie von anderen und das wollen wir hoffentlich nicht. Dankeschön übrigens auch in Adlan Gaming für 10 Monate. Dankeschön. Grüß dich. Ben Deena meint ich vermisse Volker Fismus. Ich hoffe, er genießt seinen Ruhestand. Ich glaube, er rauft sich die Haare. Ich glaube, er rauft sich die Haare. Würde ich zumindest annehmen. So, follow your queen to the bronze Festung. Essen wurde besetzt. Das ist jetzt ungünstig. Also, wir brauchen noch mehr Trübs. Wir brauchen das hier immer noch aus. Zavastra können wir das hier noch ausbauen. Oh, ein Helvetica ist fertig. Dann machen wir als allererstes jetzt hier mal das Einkommen. Das halte ich für das Wichtigste. Die Lamianische Schwesternschaft? Ich habe jetzt ein Bündnis mit ihm. Ein Bündnis. jetzt wird es drollig, ey. Das ist ja nur noch drollig. Moment. Dankeschön auch in Adlan Gaming für das verschenktes Hub an Flo Rider. Dankeschön. Aber ist das hier vielleicht etwas... Ja, nominell... Oh, das ist schlecht für ihn. Naja, solange er Ehrengrad hat. Norska ist gerade gut dabei, ja. Aber ich kann nicht mehr tun, als jetzt hier meine Gebiete zu verteidigen. Ich kann nur in eine Richtung vorstoßen gerade eben. Ich will auf jeden Fall das da haben. Dann kann ich das hier auslöschen. das hier kommt weg. 4.680 4.680 und auch 4.680 Ja, also ich brauche auf jeden Fall das Ding hier. Sowas von. dann kann ich die guten Einheiten hier rekrutieren. Felix ist auf dem Weg nach Norden und sucht den Daddy von ihr. Aber ich habe so ein mieses Gefühl. Kann es sein, dass der vielleicht schon tot ist? Und wir haben es gar nicht gemerkt. das sagt mir so mein Gefühl gerade eben so ein bisschen. Ich fürchte auch, dass der schon weg ist. Ich habe auch das Gefühl. und das ist kein gutes. Ehrengrad hat nicht genügend Garnisonen. Ja, ich weiß, was soll man machen? Aber ich meine halt, dann wirtschaftlich hat er genügend, dass er halt Armeen aufstellen kann. Naja, ich habe mir selber ja zum Beispiel jetzt die Situation um Boris noch gar nicht angeguckt. Ostland wurde vernichtet. Okay, das ist natürlich jetzt nicht so cool. Kapelle für Urso. Ich komme noch mehr Hingabe. Wir bleiben bei Dasch. Da stößt für uns gerade eben hier die absolute Unterstützung. So, nächste Runde werden wir um die Bronzefestung nehmen. Also, liebes Helvetica. Man könnte natürlich auch erstmal die große Zitadelle machen. Aber auch das macht Hingabe. Ja, wir bauen das jetzt hier. So, der Kollege hier kann jetzt achtsam werden. Weniger Bauzeit oder ja, ich möchte, dass er die Bauzeit verkürzt auf jeden Fall. Hi, Ataxa. Grüß dich. Ataxa meint, er hat es nur zweimal erlebt, dass Boris sich ausbreitete. Es ist, er hat es da auch wirklich schwer. Es ist wirklich so. Er hat es sau schwer. Oh. Das Imperium läuft hier rum. Waldenhof ist ja auch nicht gerade schwach unterwegs. Also, mehr kann ich jetzt hier gerade eben nicht machen. Die sächsische Schweiz muss jetzt mit den Truppen, die wir jetzt hier nachher haben, zurechtkommen. Fürs Erste. Was bauen wir denn hier noch rein? Erstmal. Ja, vielleicht nachher noch sowas. Aber nicht sofort. Wolfenburg. Gold wäre an und für sich ganz nice, aber ich fange mal an mit Wachstum. Ja, Wachstum und Kontrolle. Prag wäre ganz gut zu haben. Ja, wenn sie endlich mal mit mir jetzt hier konfederieren würden. Aber das tun sie noch nicht. Wiesenland macht mir mehr einen militärischen Zugang. Die Robsmen sind halt leider noch eine ganze Weile davon entfernt mit mehr konfederieren zu wollen. Das wird so schnell nicht passieren. Dafür muss ich erst noch einiges in Macht generieren. Man kann noch mit Kraft zum Konfederieren überzeugen. Ja, aber diese Kraft haben wir noch nicht. Hallöchen Parasakul, grüß dich. Ich meine, Konfederation kommt immer zustande aus die Kombination aus Anzahl an Truppen und wirtschaftlicher Kraft. Wer hat mein Hype-Trainer folgt? Cool. Aber Näheres kann ich an dieser Stelle gerade eben gar nicht sagen, weil die Details sind mir auch nicht wirklich bekannt. Ich bin kein Data-Miner, der sich die Dateien anguckt. An Krieg? Nee. Ich war doch kein Krieg gegen andere Kisleviten, der starb. Das macht mich sehr unbeliebt bei allen anderen Fraktionen, die auch gut sind. Hm. Treue Ritus für den Zar. Use this wisely, my father. Streu dich, danke schön an dich für ein Geschenk. Es hab ein Erbauzelt. Dankeschön. Well thought out. Nee, also ich glaube tatsächlich, der ist weg, Leute. Der ist weg. Ich schicke ihn wieder mal zurück. Boris Ritus Existiert nicht mehr. Na toll, ich komme nicht ran. Ich hasse das. Hat er keine Armee mehr? Warum hat er... Doch, hier läuft er rum. Er läuft hier hinten rum. Okay, das ist jetzt gefährlich für meine Gebiete hier. Es ist mein Recht. Hm. Ich verbessere nochmal die Fränkische Schweiz hier ein bisschen. Oder nee, warte mal, warte mal, warte mal. Das hier müssen wir machen. Als nächstes würde ich schon... Wachstum fraktionsweit, das ist halt schon krass. Nee, ich mache als nächstes diese Gebäuderei, oder? Oder noch mit diplomatisch... Ach, ich bin mir noch unschlüssig. Ich bin mir einfach noch unschlüssig, was ich als nächstes mache. Diese Runde muss ich auch noch gar nicht entscheiden. Ja, ja, ein Elementarbär. Ich werde es auf jeden Fall reinbauen, aber ich werde es nicht als nächstes machen. Der Elementarbär ist auf jeden Fall gut. Da stimme ich dir voll zu. Ich weiß, dass ich viel Besuch bekomme. Deswegen will ich schon mal einen potenziellen Besuch in Form von... Wie heißt er nochmal? Der grüne... Der grüne olle Nörgler. Hi! Scheibenkleister. Ähm. Die kommen aber jetzt gerade sehr plötzlich. Ey, ganz im Ernst, ich akzeptiere einfach, dass ich diesen Scheiß gewinne. Auch wenn sie in der nächsten Runde jetzt hier wahrscheinlich immer Volk angreifen würden. Ach, du ahnst es nicht. Ey, 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 ey. Made Crazy Genius meint, er mag diese Änderungen für Konstrukte und Elementare. Ja, wie gesagt, ich fand ehrlich gesagt diese... Die, 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 äh, wie heißen sie? Die Terrakotta-Krieger. Fand ich nie so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. LOL! Der Bug ist immer noch im Spiel. Oder war das ein Bug? Ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall jetzt hier drei Bruten des Zinsch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wisst ihr, was der Gag ist? Der Laden ist wieder komplett voll. Obwohl alle von nichts wurden gerade eben. Village verteilt Geschenke. Ja, ja, aber war... Wie gesagt, ich verstehe ja nicht, warum ich es bekommen habe. Es ergibt wenig Sinn in meinen Augen, aber okay. Ich weiß ja nicht, was ich ihm geben soll. Ich mache ihn jetzt erstmal schwer zu treffen. Und gebe ihm mehr Lebenspunkte. Mein bei Recht! Dann bekommt er jetzt von mir noch... wieder ein paar Kämpfer. Normale Kisleviten, genau. Das sind die normalen Kisleviten, Freunde, die wir jetzt hier haben. Was sollte an ihnen komisch sein? Ich weiß es nicht. Okay. Mir wird es langsam aber sicher hier ungemütlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fange es hier dann doch mal an, Verteidigung jetzt hier rein zu planen. Und dann das jetzt hier noch. Freund und Helfer. Auch gemacht. Auch gemacht. So, und jetzt wird es wichtig. Das Spiel hier sagt auch ein Pyros Sieg, aber ich glaube, dass... Oh, das können wir sogar automatisch machen. Easy. Wir verlieren nicht mal immer. Plünder und besetzen. Und jetzt haben wir den Frostwürm mit ihr freigeschaltet. Das Ding ist übrigens eine eigene Provinz. Das wusste ich übrigens gar nicht. Hier bekommen wir jetzt noch Zinnbar Ritt her. Und machen auch wieder... das da. Also Wachstum. Also, liebe Eisherrin, du hast jetzt also den Frostwürm. Dann würde ich mal fast sagen, es wird Zeit für noch mehr Rüstung und noch mehr Waffenstarke. Das hier ist noch nicht der Fall. Ich mache sie noch schneller. Ich bin mir noch nie so richtig schlüssig, ob ich das mag, aber okay. Mir fehlen noch Rüstungen. Der Bursche hier... gesegnete Schreiben, ja. Und sind auch zwei Level-Ups. Ich gebe mir Rüstung und noch mehr Lebenspunkte. Die wollen nur spielen, machen wir auch gleich. Sekunde, Sekunde. Noch mehr diplomatische Beziehung mit Kislev. So, die wollen nur spielen. Champion of Kislev. Okidoki. Jetzt müsste Festus noch mehr schimmeln als sonst. Das sehe ich auch so. Ich weiß aber gerade eben gar nicht, wo seine Armee ist. Zuletzt war sie kurz hier gesehen worden und jetzt sehe ich sie schon wieder nicht mehr. Jetzt, wo wir das hier eingenommen haben, müssen wir aber auch so schnell wie möglich zurück. Und jetzt kann ich mir einen neuen hier gönnen. Was nehmen wir denn? Der hat hier aber Geld und Wachstum. Der hat nur Geld. Ich nehme einen, der nur Geld macht. Hier rein. Das wäre gar nicht schlecht, weil das ist sowieso eine unserer Hauptgeldproduzierorte. Deswegen macht das durchaus Sinn. Was, ich kann noch einen da reinsetzen? Ach, weil der hier gestorben war. Der ist in der Schlacht tatsächlich gestorben. Das war mir nicht aufgefallen. König Unsichtbar. Grüß dich. Wer soll denn der unsichtbare König sein? Champion of the Motherland. Destroyer meint, der Frostwurm hat ihn ein wenig enttäuscht. Ich habe den von Anfang an gesehen und habe sofort gesagt, wir müssen gucken, ob der überhaupt was taugt. Weil sein Profil einfach nicht geil ist. Also sein gesamtes Profil ist nicht geil. Aber ihr wisst ja, ich mag sowieso die großen Monster nicht so sehr in diesem Spiel. Weil die alle eher mehr Probleme haben, als Probleme lösen. Allein aufgrund ihrer Größe. Sie sind dann einfach zu leicht zusammengeschossen. Eine Kontrolle jetzt hier machen. Darkness Cup. King Louis Leon Köln. Das sieht doch gut aus, jetzt hier mit Louis. Fire. Who calls? Schutzbündnis mit Hochland. What? So. Genau, gerade eben sind noch leider keine Helden, keine Kommandanten frei. Das kann sich aber noch ändern. So. Oh, die nerven mich hier wie Sau. Guardian of the Land. Ich ahne jetzt, dass die Tebow zerstört wird. Stranger fragt sich, wie der Würm schlechter als der Bär sein kann. Naja, er hat ein größer, alleine die Tatsache, dass er ein größeres Model hat, macht ihn zu einer größeren Hitbox, sorgt dafür, dass er nicht so durchhaltefähig ist. Das alleine reicht schon aus, Leute. Unterschätzen nie die Anzahl der Einheiten, die von rundherum auf eine solche Einheit einstechen. Erst recht, wenn die Flanke und das Heck relativ groß sind im Vergleich zur Front. Vergesst nicht, dass jede Einheit nur in der Front seine maximalen Offensiv- und Defensivfähigkeiten hat. Wenn sie von hinten oder von der Seite angegriffen werden, von hinten ist es am schlimmsten, verliert ihr wahnsinnig viel an Nahkampfabwehr. Das heißt, ihr werdet sehr, sehr safe getroffen. Und das ist häufig einer der Gründe, warum solche großen Monster dann chancenlos sind, wenn sie mittendrin kämpfen. Dann brauchst du teilweise nicht mal unbedingt Speerkämpfer oder Hellebaden-Träger mit Anti-Large-Bonus, die einem solchen Vieh Schaden machen. Wenn sie es aber doch haben, ist es umso verheerender. Und weil sie so groß sind, können Schützen ohne Probleme auf sie draufschießen. Das ist ja mal spannend jetzt hier. Sie können das hier wieder einfach mit Automatisch verteidigen. Jetzt haben sie endlich die Schnauze voll, oder? Genau, am besten noch Bögen mit Anti-Large oder Musketen. Rüstungsdurchdringende Geschosse sind für solche Monster meistens auch absolut verheerend. Das Hauptproblem in meinen Augen ist tatsächlich, dass es halt, also, ich sag's nochmal klipp und klar, eines der Hauptprobleme ist, dass die Total War-Reihe zu viele Konter-Einheiten hat. Sie hat zu viele mit zu guten Konter-Boni. Und, ähm, deswegen kann nichts so richtig glänzen. Samen der Wiedergeburt. So, wir dominieren hier weiterhin. Wir haben schon wieder die nächste Ebene jetzt hier geschafft. Ne, also bei der schieren Anzahl an Einheiten, die zum Beispiel Anti-Large haben, alleine im Nahkampf, ist es verdammt schwer, dann große Einheiten wie Cavalry oder Monster zu haben. Wenn sie wenigstens dann noch unterscheiden würden zwischen Monster und Cavalry, dann hätte man quasi noch einen weiteren Faktor. Aber das haben sie nie gemacht. Hätten sie aber machen müssen, in meinen Augen. Weil so stellt es halt einfach nur eine Reihe von Speer- oder Helibadenträgern auf und alle Armeen, die auf Cavalry basieren oder auf Monster basieren, gucken dumm in die Röhre, wenn sie nicht schießen können. Das ist eines der Hauptprobleme. Diener des Zahns, mit diplomatischer Beziehung mit Kislev, Zauberresistenz, Verehrung des Bären, Osuns Gebrüll kann er dadurch bekommen, Einheitenerfahrung beim Kampf gegen Streitkräfte des Chaos, Worte des Waldes. Passive Fähigkeit Regeneration für die Hexen. Nee, das machen wir nicht. Du, mein Freund, bist ein Diener des Zar. Und bekommst jetzt hier noch Auffüllen. Das Gift ist mein allein. Wenn die KI ihr Monster reinhimmelt, wirst du es immer abschießen können. Ja, ist so. Also, wie gesagt, wir mussten nicht mal großartig was tun. Es ist relativ einfach. Ich hasse alles daran, aber wir machen es. So, dann können wir das jetzt noch ausbauen. Dann unsere Hauptstadt jetzt hier noch ausbauen. Baukosten. Das bringt halt auch fraktionsweite Boni. Rotierungskosten alle Armeen. Ebenso teuflische Müllermeister. Grüßt dich. Hallöchen auch an Candy. Grüße. Na, wie geht's? Hoffentlich gut. Ich finde das so lustig. So, mehr kann ich jetzt hier gerade eben gar nicht rein rekrutieren. Es gibt so viele Orte, wo die Bude brennt. Ich will nicht, dass er stirbt. Ich muss jetzt eigentlich mich in Wolfenburg regenerieren, nach Burg von Rauken gehen und ihn da rausboxen. Den Süden halten wir ja. Genau das habe ich gerade eben auch erkannt, Bandena. Genau das habe ich gerade eben gesagt. Habe ich in einem Brause, Carlo, grüß dich. Tod War 3 auf legendär und das war mir jetzt immer zu anstrengend. Hab dann immer auf normal gestellt. Es ist aber auch wirklich ein Riesenunterschied, normal oder legendär zu spielen. Es ist wirklich ein Riesenunterschied. Also, das, ja. Legendär ist halt das Oberste an der Spitze, sozusagen. Okay, es scheint nicht so katastrophal zu sein, wie ich es erst befürchtet hatte. Wir warten mal kurz eine Runde hier. Schutz von Ursohn, ja, das wäre schon nicht schlecht, aber ich gebe ihm vorher mehr Rüstung. Auf dem Bärchen. Ist die Hexe eigentlich schon in Omas Region? Wie meinst du das, Stranger? Welche, was wäre eine Omas Region? Ich kann dir leider gerade nicht so hundertprozentig folgen. Hochland militärisches Bündnis. Und mach deinen Offen. Gerne? Die Knochenklappers wollen sehr, sehr gerne Frieden haben. Ganz im Ernst, das wäre aus meiner Sicht sogar nicht mal blöde. Dann habe ich nämlich im Osten ganz viel Ruhe. Ach so, meine Hexe, die ist jetzt hier, die ist gerade eben jetzt hier bei Ultuan. Also vier oder fünf Runden würde ich momentan schätzen. Dann dauert es noch, bis wir da sind. Zweimal, zweimal. So, nächste Runde. Und wie gesagt, Boris ist leider nicht mehr. Da müsste man eine Rebellion gezielt hier errichten. Ich glaube, bei Monolith der Eiterung oder sowas. Ist das nicht seine Hauptstadt normalerweise? Ich meine, ja. Aber wie gesagt, hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Der Turm der Pein ist das, okay. Festus ist noch im Süden. Ja, den kriegt man nicht so leicht down. Nur weil der seine Hauptsiedlung verloren hat. Weil es woanders zu voll gewesen ist, Stranger, deswegen. Das ist der ganz, ganz einfache Grund. Das war zu voll. Nee, das kann ich gerade eben nicht tun, mein Bester. Ich werde den noch hauen, aber ich brauche gerade eben einen strategischen Frieden. Hochland wurde kontrolliert. Die Spielmechanik finde ich halt auch kacke, muss ich mal gerade eben mal sagen. Helgik ist vernichtet. Opportunismus. Na, Dickerchen. Das wäre Talabheim ist auch eine große Stadt. Ich bin bereit, die alle zu erobern. der soll nur herkommen. Ich sage es euch. Der soll nur herkommen. Der hier ist es also ein Investor. Ein Investor. Einkommen aus allen Gebäuden. Ja, auf jeden Fall. Noch mehr Geld. Was ist mit dir? Begünstigt Infanterie. Rekrutierungskosten. Auf jeden Fall für Infanterie. Reduzieren, ja. Defender of Kessler. Brüchen, stand ready. So. Ja. Hallöchen Zettelmeier. Grüß dich. Nee, nicht unbedingt. Das kommt total auf die, äh, die Dinge ans an. Moment. Ich finde seine Hauptstadt nicht. Normalerweise kommen immer die raus, die da normalerweise ursprünglich gewohnt haben. Es sei denn, die Chaos-Korruption ist natürlich sehr sehr groß, aber ich glaube, dass er normalerweise auch ein Schüler entstehen müsste. Also ich weiß noch, dass die damalige Aussage von CA war, es war halt woanders zu voll. Und das stimmt halt auch wirklich. Hi, Tuval, grüß dich. Es war halt einfach zu voll. Ich meine, die haben ja schon Boris ausgeladet, ne? Kislev ist halt leider nicht so mega groß. Wenn klar hättest du zum Beispiel Osttank ja auch nach Prag setzen können. Aber das wäre dann irgendwann mal, also, es wird ja kuschelig warm in diesem kalten Kislev. Friedrich meint, es gibt auch Fraktionen, die lassen sich nicht ganz woanders wiederbeleben. Tackles beispielsweise gibt es in WarMods 3 dort, wo er WarMods 2 Mortal Empires war im Sternenturm. Du meinst also, den kann man nur im Sternenturm wiederbeleben, obwohl er dort gar nicht sich derzeit befindet. Da sieht man, dass der Spieler doch Copy und Paste gemacht hat. LOL. Dann sehen wir, die Schlange jetzt mal im Einsatz. Matt Crazy meint, ich würde Motto aus Tankja den Wald von Drücher geben und Drücher in den Wald beim Imperium setzen. Das ist eigentlich gar nicht so blöd, Matt Crazy Janus, das ist sogar eine ganz, ganz gute Idee. Stimmt, hast recht. Tja, wahrscheinlich haben sie es nicht im Überblick gehabt. Ich nutze hier diese Anhöhe. Wir stellen uns hier so hin. Hier stellt euch so hin. Einer so. Einer so. Einer hier so mittig. Und ihr steht hier so in der Mitte. Ihr hier. Und ihr hier. Dann packe ich die Kavalerie auf diese Flanke. Dich stelle ich. Moment. Du musst noch hier so ein bisschen. Dich stelle ich da ein. Sarina da ein. Und ich da. Mir fehlt halt sowas. Oh, jetzt sehen wir übrigens mal dieses. Ja, gut. Er überzeugt mich jetzt auch erstmal so auf den ersten Blick nicht. Ich dachte, der bewegt sich dann doch ein bisschen schneller. Er drückt eher schwerfällig als schnell. Halligchen Martin Meier, danke dir für dein Visum im 30. Dankeschön. It is my path. Repositioning. Leading us on. So, geht sogar ganz da rein. Groß ist immer schwerfällig. Ja, aber sie haben es ja im Text angekündigt, dass er so so schnell sein soll. Ich meine, jetzt würde ich ja von diesem blöden Streitwagen, der eigentlich oft von der Geschwindigkeit langsamer ist, mit 78 eingeholt. Macht euch das mal klar. Wir wurden von dem hier überholt. Wir haben eine Geschwindigkeit von 89 und er war schneller als wir. Was stimmt da nicht, Leute? Das stimmt eine Menge nicht. Was schaffst du es jetzt endlich mal da hoch? Okay, der Kollege ist auch hart verpackt. Sie ist auch so eine Bewegung, ja. Okay. Netter Versuch, mich zu flankieren. Das stimmt nicht. so die schlacht ist in brand die kammer über die flanke ist hierüber sie kämpfte gegen die trolle ihr schießt hier die lebenspunkte für gehen aber bedrohlich schnell runter hier sind lade gebrochen so die kam mir die gewonnen dann geht ihr jetzt hier rüber ihr dreht euch hier ein jetzt heilt sie sich selbst die angreifen nein wir sollten nicht angreifen soll sie 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 schlacht ist auf jeden fall schwieriger gewesen als gedacht aber ich glaube gewinnt ist die schweb die 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 Komm Nariska, mach diese Chaos, kriege alle, dafür bist du doch gut. Oh Gott, die sind schon fast down. Jetzt wird es Zeit, dass die Riesen fertig macht. Also wir werden gewinnen, aber es wird dann doch ein schmerzhafter Sieg sein. Der Sieg ist angeblich nah, sieht fast so aus, als ob es stimmt. Das könnte sein Untergang sein. Hallöchen, Töter, Prokette. Ich bin auch in der freiherzigen Befugung, Leute. Auch mal wieder drüben, sind gerade eben schon in die Flinkierung dran. Ah, von Malle da nochmal. Schießt auf den Dicken, den Dicken! Jetzt flieht er. Ja, wir haben gewonnen. Das war aber Ätzner als gedacht, ich sag's euch. So, ihr Verfolge sind unsere Chaoskrieger. Der ist nicht dick, nur aufgebläht. Ach so, genau. Ich bin nicht nur ein bisschen Vollschlag. Irgendwie hat die Schwierigkeiten, ihn zu cachen, hab ich das Gefühl. Mach mal langsamer. Ne, sie schiebt ihn gerade zu vor sich her. Ja, ich liebe es, wenn das Spiel so rumbackt. Natürlich liebe ich das nicht. Der ist als kleines Kind in den Kesseln. Nein, nein, Türen hat. Er ist als kleines Kind in jeden Kessel gefallen. So, machen wir einen Schuh draus. Nicht nur in einen. Oh man, ja. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir bessere Einheiten bekommen. Das, äh... Nein, ist der wirklich? Echt? Okay, ich kenn seinen Hintergrund nicht so gut. Das heißt, er ist der Evil Obelix. Er ist der Evil Obelix. Oh, wie geil. Also, er ist so eine Mischung aus Obelix in Böse und Miraculix in Böse. Zauber meinte, ich dachte, Kugas ist in den Kessel gefallen. Ne, ne, ich glaube, dass Kugas derjenige war, dem der Kessel gehört hat. Das würde Sinn ergeben. Eieieiei. Wir haben dann noch ein paar Truppen verloren jetzt hier gerade in dieser Stadt. Aber er hat viel mehr verloren. Jetzt haben wir die Gelegenheit, ihn auszulöschen. Hallo, Ropsman. Die wollen jetzt, dass ich hier im Krieg gegen diese Skarven mitmache. Warum nicht? Wir sind Kessel. Es war Kugas in Nörgels Kessel. Ich glaube, das ist einfach so, so der... Da schließt sich der Kesselkreis. Wisst ihr, was ich meine? Bei denen fällt jeder mal in irgendeinen Kessel. Also, ich muss jetzt ihn eigentlich vernichten. Boah, geil. Ey, das ist so cool. Verlust Verstaugungsrate, Vitalitätsverlust reduziert. Körperzähler. Ja, in der Schlacht kein Wunder. So, sie hat jetzt auch Level 8. Wir haben jetzt hier ein bisschen Punkte verdient. Level 19 für sie. Ab Level 23 bekommen wir das Teil. Ähm... Ja, jetzt nehme ich halt einfach hier diesen unbezwingbaren Geist. Ein Gift von Kislevs Great Gods. Noch mehr Rüstung für ihn. Frau Laser. Da... Das wäre noch besser. Bonus gegen... Noch... Noch mehr Bonus gegen Infanterie. Ne, ich mache jetzt hier mal... Ne, nicht intensives Training. Persönliche Leibwächterin. Ja, das fände ich eigentlich ganz gut. Das machen wir später. Das machen wir später. So, jetzt hauen wir dich erstmal... In den Staub, wo du hingehörst. Wie sie aber auf diesen Dinger sitzen, ne? Ich nehme in diesem Falle die Einheitenerfahrung mit. Warum geht's denn nicht auf Rüstung? Weil ich mich zuerst für die Rüstung entschieden habe. Die Fruchtbaren sind nicht mehr so fruchtbar. Dann werden wir uns in der nächsten Runde noch versuchen, Talapheim zu sichern. Wir kannibalisieren das Imperium für seine Inkompetenz, seinen eigenen Scheiß zu verteidigen. Dann noch das hier und dann kann ich mir endgültig jetzt hier die besten Einheiten abholen. Hier verbessere ich noch nicht. Äh, das hier kann ich verbessern. Und Savastra, das ist noch weit genug weg. Ich spare mal gerade eben ein bisschen Geld für nächste Runde. Das hier lassen wir auch gerade eben sein. Ja, sie ist jetzt fast schon da. Gehen wir mal an Land. Irgendwie jetzt da hoch. Ich habe die Befürchtung, dass die auch schon nicht mehr lebt. Mein Gefühl ist da, dass die auch nicht mehr existent ist. WM? Ja? Ja. 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 Da sind jetzt hier mehrere Kesseldiskussionen gleichzeitig laufen und ich kann nicht mehr allen folgen. Ich nehme hier das Gold. Bei Routinepatrouillen haben unsere Lanciers einen jungen imperialen Herzog gefunden, die halbtot auf dem Oblast lag. Scheinbar war sie schon monatelang auf der Reise nach Kislev, um ihren verzweifelten Familie ihre Entschlossenheit zu beweisen. Sie ist beeindruckt weit gereist, aber letztlich forderten die Elemente ihren Tribut. Ja, wir werden natürlich gesund pflegen. So, Zarenwachen sind jetzt nochmal ein bisschen besser. So, dann bauen wir jetzt hier unsere Beziehungen mit dem Imperium noch weiter aus. Das muss Kessel in den Ohren. Hi Frau Ware, grüßt ich. Zarina. Willkommen. Zarina takes Talapai. We are one, people. None shall question me. Halleluja, also wir haben jetzt hier, wir sind nachher ab Ende glaube ich die Metropole schlechthin hier. Wenn das so weiter geht. Wir bauen das hier noch aus, wir haben noch mehr Unterstützer, noch mehr Kontrolle. Leader of Kislevs Warriors. What? Mit Wiesenland, ein Nicht-Angriffspakt machen und handeln. Das machen wir auch. Oh und jetzt kommt schon direkt das Militärische Bündnis, radikal. Fine. Lady of Old Thorn. Is it time? Ein Schutz... It is time, my friend. It is time. Fine. Wow, jetzt geht's los. So be it. So. Das Empire ist auf jeden Fall Art. Arcade besitzt. Ich sag's euch. Come in peace. Right. Und jetzt machen auch die Robsmen mit mir ein Militärisches Bündnis. Jetzt hab ich auch den Goldort noch kennengelernt. Es ist... Diese Phase gibt's jedes Mal, wenn ich spiele, Leute. Jedes Mal, dass dann irgendwann mal der Moment kommt, wo die Diplomatie völlig aus dem Ruder gerät. Und ich einfach nur noch Bündnisse und was, was ich war, schmiede. Und dabei mich dusselig und dämlich verdiene. Das hier war sogar noch nicht mal in den Top-Bereichen. So. Und dann bauen wir dich noch aus. Vitevo. Vitevo ist immer noch so ein Grenzgebiet. Deswegen muss ich ja leider noch Verteidigung reinmachen. Auch wenn ich es eigentlich gar nicht möchte. Okay. Danach holen wir jetzt noch die Burg von Rauken. Heinex, grüß dich. Helvetica, dort mag ich. Was magst du dort? Grüß dich, mein Lieber. Was geht mit den Untoten bei der Küste des Imperiums ab? Fühlt sich heimisch an, mein Timnex. Ist auch so kalt wie ein Kistlösch bei euch oben, ne? Heinrich Kemmler, ja, marschiert er gerne mal im Imperium ein. Der geht, das ist das Verrückte, der geht gar nicht so arg nach Breton, ja, sondern der haut voll aufs Imperium ein. Hier, ja, ja, das ist, das ist der standardmäßige Marsch. Aber guck mal, der Gag ist, der hat tatsächlich den Schwarzsteinposten verloren, seine Hauptstadt. Dafür hat er aber Marienburg. Das Imperium ist auf jeden Fall jetzt hier in der Klemme zwischen zwei untoten Fraktionen. Und ihr seht, ne, wie sich jetzt diese Vampire hier anfangen auszubreiten. Das ist schon nicht cool für sie. Äh, keine Ahnung, was der hier macht, aber er geht mir jetzt schon noch den Zeiger alleine dafür, dass er existiert. Ich gehe jetzt hier meine Truppen ausbauen, ausbilden, was auch immer. Das ist jetzt hier mein Langzeitplan. Savastra, baue bitte das hier noch aus. Was dumm ist halt, dass ein Einkommensalala auch immer noch nicht so gigantisch ist. Dass einfach noch sehr viel Luft nach oben. Was aber auch daran liegt, dass regelmäßig irgendwelche Fraktionen wegsterben, mit denen ich Handel betreibe. Und die sterben halt teilweise auch dadurch weg, dass sie wegkonfordert werden. Das wegkonfordert werden von kleineren Fraktionen ist halt häufig ein krasses Hindernis für einen gescheiten Handel in dem Spiel. So, es sieht nicht so aus, als ob Ostankia noch leben würde. Wie die Mutterland, unsere Freundschaft endures. Jetzt verlangt er einfach, dass ich dem in den Krieg erkläre. Nein, das mache ich noch nicht. Ich mache das noch nicht. Lenni Paul, dir auch einen schönen Sonntag. Grüß dich, willkommen. Ostankia geht meist relativ spät da und wenn überhaupt mein Staatshaar. Wir werden es ja sehen, wie es jetzt ist. Die Ortefraktionen würden sich aber auch nur dumm und dämlich snowballen, wenn sie nicht konfederieren würden. Wenn sie nicht konfederieren würden? Wie meinst du das? Wie findest du die Skills, die jetzt unsichtbare Einheiten aufdecken? Ich finde, das ist ein harter Abfuck für die Skarven. Das ist mehr ein harter Abfuck für den Changeling. Viel mehr finde ich. Funktioniert das bei dem auch? Ich habe den Skill noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir langen bei der Rekrutierung. Zum Himmel beten, zum Land beten. Schnieder werden, Kriegsbären, Reiter, Elementar werden. Spinnen, Vampir, Fledermäuse, wilde Bären, Unheil aus den Welten. Ne, natürlich zum Himmel beten. Der Verleiter des Slanisch wurde auch vernichtet. Ich finde es lustig, dass die Robsmänner oben rumstehen. Ah, ja, das ist die Burg von Rauken genommen. Okay. Okay, okay. Hmm. Ne, das sieht man nicht leider, Stranger. Du musst sie bereits getroffen haben. Du kannst, wenn es durchtickert, kannst du, wenn du die exakte Position der Fraktion kennst. Sie haben normalerweise immer dieselbe Reihenfolge. Kannst du es erahnen. Und plötzlich da was fehlt, wenn plötzlich eine Lücke entsteht. Das ist das einzige, was aus meiner Sicht geht. Ich möchte ihm empfehlen, jetzt nichts Summes zu tun. Aber er hat auf jeden Fall jetzt ja schon mein Land betreten. Hier kann ich jetzt noch mehr Gold machen. Ich werde hier nicht angegriffen. Das ist echt drollig. Aber solange ich nichts baue, werde ich auch nicht angegriffen werden. Haha. In dem Moment, wo ich etwas baue, werden sie mich da angreifen. Deswegen baue ich da momentan noch nichts. Diese Strategie funktioniert immer noch. Seit woanders weiß. Ah, ja. Ah, ja. Asso. Kuckuck. Ich möchte jetzt die Robsman endlich konfigurieren können, man. Ist auch gemein. 260. Ja, bis auf Bauen machen wir ja gerade eben nicht viel, ne. Wir gewinnen Punkte bis Bauen. Ja, für den nächsten Turnbau erstelle ich es immer auf Rekrutierung. Ja, das macht Sinn. Aber erst dann, wenn die Einheiten da sind. Also, wenn ich sie überhaupt rekrutieren kann. Das kann ich ja gerade eben noch gar nicht. Aber du hast recht, Berliner. Danke für die Erinnerung. Das ist eine dieser Sachen, die ich immer wieder gerne vergesse. die Provinz-Erlasse umzustellen. Das ist eine ganz, ganz große Schwäche meiner Vorgehensweise. Nee, noch nicht, mein Lieber. Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich brauche dafür erst eine sehr, sehr krasse Armee. Antislieb meint Aufklärung sind das A und O. Hochelfen der Jade Drache sind am Vorteil. Absolut. Absolut. An der mächtigsten Traits überhaupt durch Handel, die Karte aufzudecken. So, Sarina ist nun Aufseher geworden. Goldorden baut mit Dings. Mission erteilt. Legt einen verbündeten Kriegskoordinationsziel fest. Ja, das machen wir alles noch. Das machen wir alles noch. So, also, dann stellen wir jetzt hier um auf... Ach, ich bin da sogar schon hier umge... Ich habe das schon, guck mal, ich bin schon auf diesem Modus operandi. Das habe ich vor Ewigkeiten schon mal gemacht. Ice Cream will ein Ice Cream oder so ähnlich. Ich übergebe jetzt, äh, die Truppen an ihn. Äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Hat ja 6, 6. Dann übergebe ich noch... Ich übergebe einfach den ganzen Scheiß hier. Ich übergebe auch die Flügel-Ulanen. Oder, ne, ich behalte die nochmal. Die behalte ich nochmal. Ach, sie sind jetzt zu viele. Shit. Dann fliegt der da raus. Und der da. Und die lösche ich jetzt wirklich. So, es geht ja full-stack in diese Richtung zurück. Ulrika rekrutieren kommt auch noch. Alles zu seiner Zeit. Aber dafür brauche ich halt erstmal einen Slot frei. Und mir das entsprechende Gebäude freischalten. Ich spare jetzt übrigens eine Runde. Ulrika kommt noch. Der Plan am Anfang des Streams war kein Gag. Okay. Hi, Josh. Grüß dich. Blut von dem Blutgott. Falscher Gott. Heute sind wir bei Ursun. Ich, äh, habe allerdings gerade eben so meine Zweifel, dass die, äh, der Ostank ja wirklich noch lebt. Ich meine nämlich, dass, also jetzt, jetzt müssten wir sie so langsam aber sicher entdecken, wenn sie noch existieren sollte. Okay. Was macht er? Greift er mich an? Greift er fort Stragow an? Geht er an mir vorbei? 3 Er geht nicht in Ruhe. Er hat aber auch drecksbillig Einheiten. Ja, ich glaube, er hat es kaputt gemacht. Ich komme wohl nicht drum rum, wenn ich die irgendwann mal konfigurieren will. Heide Heidero, grüß dich. Heide Heidero, grüß dich. Kislev und wenn sie noch leben sollte. Ja, genau. Bei einer Kampagne sterben mindestens zwei Latternary Lords in den ersten 20 bis 30 Runden. Das stimmt. Ah, jetzt gehen die beiden wieder. Die Imperiums KI, also die KI macht es normalerweise in der Regel nicht. Ist meine persönliche Beobachtung. Also hier findet er gerade eben gar kein Angriff statt. Das heißt also, wenn ich jetzt Truppen nach Nord, äh, brauche, dann muss ich jetzt hier nach Norden schicken. Ich muss jetzt hier Fort Ostrosk und so weiter und so fort verteidigen. Sag mal, wie lange schimmelt ihr eigentlich noch? Noch zwei Turns, meine Fresse. Also. Wir können jetzt Eiswachen rekrutieren. Ich bin schon ein großer Fan von der Zarenwache mit Zweihandwaffen. Die sind aber auch scheiße toll. Wir beginnen mal so. Bring me to my tent. Das wird jetzt ne Weile dauern. Was ist hier mit ihm? Traditionalist, rang bei der Rekrutierung von Infanterie. Halt, ich muss alles nochmal rückgängig machen. Gang bei der Rekrutierung. Plus eins in Ataman hier. Baukosten. Ne, ich nehme hier den Rekrutierungskreis. Moment, Moment, Moment. Ich, 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 ich. Da ist mehr möglich. Anni, der hätte das sogar schon gemacht. Ne, hätte er nicht. Seht ihr, jetzt, jetzt sind sie besser. Immer auf die Reihenfolge achten, Leute. Immer auf die Reihenfolge. So. Das bringt uns hier nämlich. Wenige Unterhalt. Führung beim Belagern in diese Region. Stellt Garnison bereit. Okay. Wir machen weiter bei Dasch, würde ich sagen. Saaljagd bringt mich nicht weiter. Gerade im Ozone bringt mich nicht weiter. Tor bringt mich nicht weiter. Ne, wir bleiben bei Dasch. Wir bleiben weiterhin bei Dasch. Wir bauen dieses Reich auf friedliche Wirtschaftsaufbau-Sachen auf. Können wir noch ausbauen. Hier haben wir bald noch mehr Gold. Was wollt ihr denn hier oben? Diese Dinge baue ich erst dann aus, wenn ich weiß, dass ich sie verteidigen kann. Kein Geld in etwas stecken, was ihr nicht verteidigen könnt. Er geht in die Stadt rein und du gehst dann nachher zur Höllengrube. Ja doch, dann brauche ich das jetzt doch nochmal. Also wenn wir es jetzt hier nicht finden, existiert sie nicht mehr. Ich glaube, sie existiert nicht mehr. Hi, Arcarol, grüß dich. Ich würde sagen, auch Mutter aus Tankja ist hier. Handel mit den Zufpa-Tragen. Ein, zwei, Zufpa. Jetzt, jetzt! Jetzt! Ja, komm. Vielleicht ist die weite Richtung Nagarond. Ich gucke auch noch, aber ich bezweifle es ganz stark. Ich bezweifle es wirklich ganz stark, dass sie da oben sind. Also ich werde in der Armee von ihr noch einen Platz jetzt übrig lassen für Ulrika. Im Süden will ich gerade eben keinen Krieg. Der ist tatsächlich sehr, sehr durchhaltend geworden, Ben-Dena. Aber der Punkt ist einfach der, ich glaube, sie haben den Trick angewendet, dass er einfach diplomatisch von den anderen Fraktionen weitgehend ignoriert wird. Und das ist ja auch tatsächlich in der Lohr so, ne? Also normalerweise kümmert sich keiner um diese Dünenkönige, weil sie kaum aktiv sind. Also man hält sie ja de facto ja eigentlich für nicht existent. Man hält sie in der Regel für tot. Und das würde ja auch Sinn ergeben, dass in diesem Spiel sie weitgehend in Ruhe gelassen werden, weil man glaubt, sie existieren gar nicht wirklich. Oder sie sind keine Gefahr, sie sind auf jeden Fall nicht aktiv. Niemand soll mich questionen. So, jetzt müssen wir hier noch mehr einkommen aus diesen Gebäuden hier. Wir haben schon 2216 Gold hier. Und es wird noch ein bisschen mehr werden. Ähm... Ich habe noch zwei besondere Gebäude, die ich hier reinklatschen muss. Mamma mia. Ach du. Also ich gucke einmal kurz hier nach unten. Und dann gehen wir hier nach oben. Die Sächsische Schweiz ist ready und jetzt bauen wir das da, um an Ulrika ranzukommen. Jetzt reduzieren wir noch den Unterhalt für unsere Einheiten mit dem Eisen. Und die Diplomatie sagt, dass der es immer nötiger hat, aber wir wollen nicht. Nächstes Mal, würdest du sagen, dass die Kislev Einheiten sind allgemein etwas schwächer als die der anderen Fraktionen? Nein, sind sie nicht. Im Gegenteil. Ich bin sogar der Meinung, dass die Kislev Einheiten eigentlich sogar sehr, sehr stark sind. Ihr eigentliches Problem war, dass sie eine Problematik im Early Game hatten. Sie hatten eine Early Game Problematik. Sie hatten nichts, was so richtig... Sie waren so eine weder Fisch- noch Fleischeinheit. Diese Einheiten im Endgame sind unfassbar stark. Das Problem ist bloß, wenn du das Early Game nicht überlebst, was hast du denn davon? Aus meiner Sicht haben sie genau das hier gebraucht. Sie haben genau so etwas gebraucht, eine Einheit, die dazu in der Lage ist, im Early Game die Linie zu halten. Und das ist genau dieser kislevische Krieger. Und der kann das auch. Und seitdem die jetzt existieren, glaube ich auch, dass... Und es fühlt sich für mich auch ganz klar so an, dass Kislev solide geworden ist. Ganz klar. Auch Begeli hatte ich noch in Cromwell. Genau, wie Cromwell es schreibt. Kislev war nur im Low-Bereich schwach, weil sie bis jetzt keine Millie hatten, um die Front zu halten. Richtig. Weil wenn du dir einfach mal die Werte so anguckst... Das ist jetzt hier einfach mal so eine grundlegende Einheit Corsars. Das ist kein Beschissenes, das ist aber auch kein geiles Profil. Und dann kommt da noch diese schlechte Rüstung dazu. Die halten halt im Nahkampf nicht so lange aus, wie das da. Die hier werden eindeutig nicht so leicht getroffen. Du brauchst im Grunde eigentlich in einer Armee theoretisch maximal... Also wenn du es auf Nummer sicher gehen willst, machst du es so wie ich... Du nimmst sechse rein. Aber theoretisch brauchst du eigentlich nur vier von denen. Und dann könntest du jetzt wunderbar die Front und die Flanke halten. Und die meisten von denen könnten schießen. Das Problem, was Kislev hatte, ist, dass ihnen ihre scheiß Bögen nur die ersten zwei Minuten in der Schlacht was gebracht haben. Danach waren sie wertlos. Weil sie alle im Nahkampf waren. Und das kannst du jetzt halt verhindern, indem du halt einfach deine Formationen änderst. Du kannst jetzt zum ersten Mal diese normalen standardisierten Formationen kämpfen, die du zum Beispiel mit Katai oder mit den Elfen oder mit dem Imperium oder mit den Zwergen spielst. Bei Katai war das halt immer so, ja, du hattest dann diese Einheit hier. Oder diese oder diese. Aber so richtig was gebracht hat das halt einfach letzten Endes nicht. Weil auch diese Einheit hier zum Beispiel... Diese Einheit hier hat zwar einen guten Nahkampfabwehrwert und eine gute Rüstung. Aber sie hat keine Möglichkeit gegen Kavallerie irgendwie, gegen Monster anzukommen. Die meistens auch noch einen Anti-Infantrie-Bonus haben. Das heißt, dass diese Einheit hier einfach niedergemetzelt wird. Dasselbe übrigens auch diese Einheit. Ja, die hat Anti-Large. Aber die wird A zusammengeschossen und hat auch keinen Bonus gegen Groß- und nicht. Gegen Infantrie. Das heißt, sie wird so oder so von Einheiten, die einen Anti-Infantrie-Bonus haben oder schießen können, fertig gemacht. Und wenn dann deine normalen Bogenschützen, die auch keine Anti-Irgendwas-Bonie haben. Bis auf die da. Das war die einzige Einheit in meinen Augen, die etwas wert war. Bei diesen Low-Bob-Einheiten. Aber sie war halt auch nicht gut genug. Ne? Weil sie halt auch den Shootout verliert. Weil sie kein Schild und keine Rüstung hat. Das hat also... Diese Einheit hat Kislev einfach gefehlt. Und sie ist nicht mal overpowered. Weil sie nämlich auch durch Beschuss getötet werden kann. Aber sie kann jetzt die Rolle ausfüllen, die Kislev gefehlt hat. Nämlich eine Einheit, die sehr stark ist gegen Monster und gegen Beschuss, relativ günstig ist. Sodass die anderen im Gesamtkonstrukt, im Duett der Truppen, wenn ihr so wollt. Oder eher so im Konzert der Truppen, überhaupt erst wieder wirksam werden können. Wolltest du mal meine Einschätzung hören? Da hast du sie. Das ist schon eine halbe Bachelorarbeit, was ich darüber schreiben würde. Seit wann haben... Wer hat Rüstungsdurchdringung? Die gepanzerten Corsars. Die haben aktuell noch einen akzeptablen Rüstungsdurchdringungseinheit. Und das als Secondary. Also ein bisschen Rüstungsdurchdringend sind sie aber die Rüstungsdurchdringung von denen ist eigentlich nicht der Rede wert. Tatsächlich ist der Beschuss aus meiner Sicht von denen eher nur Support, wenn sie es schaffen in die Flanke zu schießen. Also das verrückte in der ganzen Sache ist und das möchte ich nochmal ganz ganz kurz ausführen. Diese Einheit hier ist eigentlich konzipiert als Frontlinieninfanterie. Weil Rüstung ist gut und Schild und Nahkampfabwehr und so weiter. Aber die Geschossstärke, wie ihr sehen könnt, ist jetzt mit Rüstungsdurchdringend und Geschoss. Sie haben sieben von diesen 30 jetzt hier nicht übermäßig. Dann kommt noch dazu, dass der Gegner nicht frontal beschossen werden sollte, wenn der ein Schild hat. Das heißt, du bewegst diese Einheit im Idealfall in die Flanke oder in den Rücken und schießt dann erstmal die gesamte Pistolenmunition leer und dann gehst du in den Nahkampf. Aber die Frage ist, wer hält so lange die Linie? Wer hält die Linie? Wer hält sie? War früher nicht möglich, weil es diese Einheit nicht gab. Das musste dann eine von den anderen machen. Jetzt hast du eine Einheit, wo diese Strategie aufgeht. Und diese Einheit ist in meinen Augen halt auch einfach viel zu teuer. Deswegen habe ich auch gar nicht so viele von denen jetzt hier mit drin. Linie halten ist schwer, mein Arkadol. Ja, also. Aber es ist jetzt deutlich machbarer. Achso, Linie halten ist schwer. Ja, ich weiß, was du meinst. Diese Linie. Ähm. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. So. Das wird lustig, wenn wir die alle haben. Ich glaube mehr als 4 von den, maximal 5 werde ich von den Zarenwachen brauchen. Maximal 5. Maximal. Wie lange braucht das denn jetzt hier noch? Noch einen Turn. Dann muss ich es noch um ein Level weiter nach oben pushen und dann sind wir endlich soweit. Ah, guck mal. Er hat sich erholt. Er hat sich absolut erholt, der Bursche. Das wird alles unser sein. Alles wird unser sein. Es dauert nicht mehr lange. Winter ist unser Kombi. Wenn wir das hier erreicht haben. Harharhar. Okay. Sorry, Zettelmeier. Dritter Versuch. Schau doch mal bitte in die Diplo nach, ob Morathi noch Krieg mit Osttank hat. Oh, du hast recht. Das könnte man machen. Das ist ein Umweg, bei dem du absolut recht hast, um zu gucken, ob man so... Also so kann man herausfinden, ob die noch existiert. Ich finde gerade eben die Dunkelelfen nicht. Ich bin gerade zu dumm. Da. Ne, da sind nur Hochelfen. Und die Waldelfen. Die werden nicht mehr existieren. Was man noch machen könnte, ist bei ihm gucken. Der hat Krieg mit Nagarond und mit den Ottonnen. Ne, die existiert nicht mehr. Die ist weg. Die Mutter aus Tankja ist nicht mehr. Wir alle wussten, dass Plesk irgendwann fallen wird. Die Verbandin von Nehek. Nee. Die sind viel zu uninteressant. Hi Originu, grüß dich, willkommen. Also du gehst es da hoch. Schöne Grüße aus der Corona-Verweiterung. Willkommen. Hatte ich ihn auch an Jay Dizzle. Grüße, Grüße. Cromwell meint, naja, die KI kann halt auch nie mit Fraktionen stärkend im Spiel umgehen. Eigentlich wäre aus Tankja OP mit ihren Flügeln. Ja, das ist richtig. Aber es werden viele. Stellt euch einfach mal vor, ein, 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 ein. Wie heißt der kleine Echsenfuzzi, der sich auf der Welt rum beamen kann. Der im Süden wohnt. Ach Gott, mein, wer haben sie gesagt? Irgendwas mit O. Irgendwas mit P. Ihr wisst ja nicht meine. Oxjotl. Danke, Oxjotl. Oxjotl ist eine Fraktion sowas mit P. Dankeschön. Oxjotl. Wenn, äh, ich hab damals als Oxjotl gekommen ist, festgestellt, dass Oxjotl hoffnungslos overpowered ist. Oder wäre, wenn die KI das nutzen könnte, was er kann. Und das predige ich euch ja seit Jahren. Dass, äh, die KI andere Regeln hat. Sie funktioniert nicht so wie wir. Es ist ein asynchrones Spiel. Das ist aber seit Ewigkeiten so. Die Spielmechaniken, die für den Spieler gelten, gelten nur für den Spieler und nicht für die KI. Und deswegen kommt es dem Spieler manchmal so vor, als würde die KI cheat. Weil man einfach ein anderes Spiel spielt. Es ist im Grunde eigentlich so, du spielst hier permanent gegen die Bank. Stell dir einfach mal vor, du spielst Roulette oder irgendetwas, äh, was du normalerweise im Casino spielen würdest. Du sitzt mit den anderen Fraktionen nicht am Tisch und spielst gegen sie, als ob das andere Spieler wären. Das ist alles die Bank, die nach eigenen Regeln spielt. So müsst ihr euch das vorstellen. Und das ist halt einfach das, was dem Spieler manchmal als KI-Cheat so vorkommt. Aber das ist tatsächlich halt einfach das Grundprinzip. Und das ist auch der Grund dafür, warum die Spieler sagen quasi, aber die KI ist so schlecht und so. Ja, weil sie schlecht ist. Und weil es gar nicht so einfach ist. Und das haben wir ja früher schon mal diskutiert. Weil es wirklich, ich habe schon mit einigen Entwicklern darüber geredet, von verschiedensten Spielen. Es ist nicht leicht, eine gute KI zu machen, die den menschlichen Spieler nicht frustriert. Weil ganz im Ernst, wenn die KI schlau wäre hier in diesem Spiel, also das Maximum rausholen würde, was sie kann, hätte ich keine Chance. Deswegen müssen sie die KI an einigen Stellen radikal einschränken. Denn Günner zum Beispiel regt sich ja auch schon seit Jahren zu Recht darüber auf, und das macht die KI ja hier auch schon, dass die KI ganz genau abpasst, wie weit, also sie kann absolut abschätzen, wie weit diese Armee gehen kann. Und dann stellt sie sich zum Beispiel genau hier hin, so dass ich sie nicht mehr erreichen kann. Man könnte das natürlich anders umgehen. Man könnte dann zum Beispiel machen, dass es globale Zauber gibt, dass meine Armee dann in dem Moment weiter laufen kann. Und das gibt es ja teilweise auch durch irgendwelche Riten. Aber es hat ja nicht jede Fraktion. Aber das eigentliche Problem ist halt einfach, wenn du der KI hier frei Hand lassen würdest, mit denselben Regeln, wie der Mensch hat, würden alle frustriert es hinschmeißen. Weil das wäre so, als ob du gegen einen Schach-Computer-Schach spielst. den man nicht gesagt hat, mach Fehler. Und das ist dann aber auch wiederum ein Problem, warum die KI dann dumm sein muss. Also wir haben also sozusagen in der einen Situation immer auf der einen Seite Leute, die frustriert sind, weil die KI zu dumm ist. und sagen, bitte mach die KI besser. Wenn du aber quasi alle Schotten öffnen würdest und das Wasser ungehindert rausfließen würde, was die KI darstellt an ihrer Leistungsfähigkeit, wären dieselben Leute, und ich verspreche euch das, frustriert, dass sie keine Chance mehr haben. Das ist das Problem. Bessere KI und weniger Cheats wäre ein Traum. Ich sag's mal so, wir sind jetzt in einem Zeitalter in dem die KI hochkommt. Also wirklich die künstliche Intelligenz mit JetGPT und so weiter. Ich arbeite auch mit JetGPT. Was glaubt ihr, wo die coolen Thumbnails teilweise herkommen? Aber die Sache ist halt einfach die, wir sind halt auch in den Kinderschuhen. Warten wir mal ab, was in fünf Jahren für Spiele da sind. Vielleicht schafft es sie eh auch, mit KI jetzt hier irgendetwas zu machen, die dann vielleicht sogar ein Roleplay ermöglicht, ne? Dann fütterst du die KI halt einfach mit der Lore von Kostalten. Und dann agiert die wie Kostalten. Aber was dann halt dabei rauskommt, wenn du einer KI vielleicht die Rolle eines Archaun gibst. Weiß ich nicht, ob ich das erleben will. Ja, ich hab geübt, tatsächlich. Das stimmt, Crumble. So. Und dafür brauchen halt die KIs halt auch einfach eine riesige Datenmenge, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. So, jetzt holen wir uns noch aus Tankia. Das ist der Plan. Äh, nicht aus Tankia. Wir holen uns, äh. Ulrika. So, der Marsch der Tsarina. Jetzt gibt's ja die Boni für, äh, diese Truppen hier noch zusammen. Elbe Singulo, grüß dich mal. Naja, die Frage wäre jetzt, ob man die verschiedenen Grade der KI dann einfach als Schwierigkeitsgrad nehmen würde, anstatt irgendwelche gewürfelten Boni zu verteilen. Das, das wäre ja auch der Wunsch für mich. Also, wie gesagt, du kannst ja auch eine KI einstellen. Also, ich habe jetzt schon ein paar Mal mit der KI geredet. Also, geredet. Und du kannst die KI dann einstellen. Aber sie muss natürlich auf einem Erfahrungsschatz heraus lernen, woraus sie dann hat letzten Endes quasi die Schwierigkeitsgrade und die Strategien, die sie verwendet, nutzen soll. Und vielleicht ist das jetzt so langsam aber sicher in der Zeit. Die Frage ist bloß, ob CA, Sega, die anderen Spielentwickler und vor allem auch Steam. Wir hatten ja die Diskussion wegen, äh, New Cycle, ähm, ob da überhaupt das gerade eben erlaubt ist. Denn, äh, New Cycle musste ja seine KI aufgrund der Steam-Richtlinien rausnehmen. Und deswegen ist das jetzt doch kein, äh, KI-Spiel geworden, was ich sehr, sehr schade finde. Also, wir befinden uns gerade eben einfach in einer gewaltigen Findungsphase. Die Menschheit ist in einer Findungsphase. Die Gaming-Industrie muss gucken, wie sie damit umgeht. Je nachdem, was dann die Menschheit für sich entscheidet. Und, ähm, dementsprechend könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man eine sehr, sehr coole Computerspiel-Erfahrung machen kann mit KI. Dann wird Computerspielen so immersiv wie nie zuvor. Was aber auch sein kann, dass es manchen Leuten halt auch Angst macht oder sie frustriert. Naja, das waren einfache KIs, Staatsherr. Das waren sehr, sehr einfache. Du meinst sowas wie, äh, Hello Neighbor und so weiter. Das würde ich aber nicht als die KI von heute nennen. Die heutigen KIs sind ein anderes Level. Okay. Ich glaube, wir brauchen nochmal... Ich hole mir nochmal... Jeweils einen davon. Und noch einen davon. Und dann wäre irgendwann mal nochmal ein bisschen Artillerie cool. Aber erstmal rekrutieren können vorlachen. Äh, war bei New Sighting nicht der Stream das Problem, weil die nicht wollen? Wie meinst du das Stream? Bei mir hat's doch funktioniert damals. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst, Devcon. Welcher Stream? Rekrutierungsschicht um Schicht. Geschossresistenz wäre cool. Einkommen aus allen Gebäuden erhöhen. Einkommen aus Hauptkettengebäuden. Ich mach jetzt mal Einkommen aus allen Gebäuden. Angeblich sind heutige KI's auch nichts im Gegensatz zu den Prototypen, die in der Entwicklung sind. Das glaube ich sowieso, Crumble. Absolut, das glaube ich. Hi Knopfhauen, grüß dich. Grüße an Terrorcouts. Jay Dizzle meint, ist mir bei diesen Let's Play Against mit Gönner eingefallen, warum kämpft ihr nicht als Dämonenlords gegeneinander? Und der Gewinner ist der, der als nächstes einer gewissen Anzahl Runden mehr Seelen hat. Das wäre auch mal eine Idee. Das wäre mal eine Idee, da hast du recht. Friedrich meinte noch zu, das muss wie Mörb ja auch sein, in einem Spiel Spaß zu haben. Sonst würden sie ja beispielsweise in Attila immer nur wegrennen von dir und sie nicht in die absolute, wenn man nicht die absolute Übermacht hat. Richtig. Und das ist halt das große Problem. Also ich verstehe absolut, warum die KI das hier immer wieder versucht. Und das hatte sie auch zeitweilig in Warmer 2 versucht und du musst es wirklich verflucht gut sein, um dann der KI fallen zu stellen, damit sie dir nicht entkommt. Aber für den, wie gesagt, ich bin ein Berufs-Gamer. Dass ich die Zeit dazu habe, solche Strategien zu entwickeln und wirklich hunderte von Stunden in sowas hineinbuttere, das ist halt einfach Teil meines Berufs. Aber wer von euch möchte so viel Zeit in ein einzelnes Spiel hineinbuttern, dass ihr aus eurer Sicht als Freizeit ansägt und es im Grunde eigentlich nur ein frustrierender Faktor für euch letzten Endes darstellt, diese Strategien zu entwickeln oder festzustellen, dann scheiße, das hat wieder nicht geklappt, das hat wieder nicht geklappt, das hat wieder nicht geklappt, das hat wieder nicht geklappt. Das erinnert mich persönlich eher an das, was ich in der Uni gemacht habe, im Labor. Also das permanente frustrierende Arbeiten und Scheitern, das tägliche Scheitern, Wochen und Monate lang, bis du irgendwann mal die Schwachstelle des Systems gefunden hast und dort den Hebel ansetzen kannst. Und das ist halt einfach etwas, was halt dann nicht mehr als Spaß angesehen wird. Zu Recht, das ist dann Arbeit. Und dafür wollt ihr kein Geld ausgeben, um ein Game zu kaufen. Defo meint, das große Fressen als Garven oder als Ogre wäre zusammen mit das meiste Essen oder als Chaoszwerg das größte Wettrüsten. Wer sammelt die meiste Ausrüstung, ohne sie auszugeben? Das wäre auch eine lustige Idee, du hast recht. Hallöchen an Gritteron, willkommen, willkommen. Original und wer genau scheitert im Labor, wird erfolgreicher Content Creator. Ich bin ja gar nicht, also ich bin, ich bin halb gescheitert im Labor. Also ich habe nicht das große rausgefunden, was ich wollte, aber ich habe immer noch was rausgefunden. Also ich habe so kleinen Steps da und für die Wissenschaft gemacht. Ähm, aber das Scheitern im Labor ist halt der Alltag. Das ist halt völlig normal. Und dann musst du halt dieses Scheitern irgendwie verkaufen, als dann doch einen Fortschritt für die Wissenschaft. Was nicht unbedingt lügen ist. Es zeigt halt einfach bloß auf, dass es halt... Es ist halt nicht so leicht. Namen? Aber ich habe noch keinen weiteren Lord, den ich so benennen könnte. Savastra, bitte in... Sons Bäcker Schweiz. Okay. Sons Bäcker Schweiz. Im Zweifel an der anderen Stelle. Sächsische Schweiz. Ja, okay, ich habe jetzt hier Sons Bäcker Schweiz draus gemacht. Original kennt es aus der Chemie. Ja, ich... Ich wollte es bloß erklären für alle, die es nicht wissen. Weil, wenn du es aus der Chemie kennst, weißt du ja vielleicht auch, wie die meisten Leute sich Naturwissenschaft vorstellen, ne? Du rührst ein bisschen was zusammen. Funken, Funken, Feuerwerk. Heureka. Nein, so ist es leider nicht. Leider überhaupt nicht. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier noch mal ein bisschen mehr Geld verdienen. Und apropos noch mehr Geld verdienen. Und noch mehr Verteidigung. Ja, wobei, ne, 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 ne. Wir rekrutieren das hier noch das. Ich brauche dann auf jeden Fall... Ah, ne, ich muss noch gucken, wo kann ich noch coole Sachen produzieren? Ich kann gerade eben keine weiteren coolen Sachen produzieren. Irgendwas ist ja immer... Kommander der Soldaten! Defender der Kessler! Die lassen das gerade eben immer noch in Ruhe. Muss man gerade eben noch mal konzentriert weiterspielen, dann gucke ich wieder in den Chat. Ah... Dauert nicht mehr lang. Dauert nicht mehr lang. Könnte schon nächste Runde der Fall sein. Schubigun, dankeschön für deinen Frames ab im siebzehnten. Vielen lieben Dank. Na super, jetzt hatten wir überhaupt mein Weltbild zerstört. Dafür sind wir Naturwissenschaftler da. Das Weltbild, wie es ist, zu erschüttern und dann neu aufzubauen. Ein Blatt Minz in Olivenöl und Bäm-Heilmittel gegen Haarausfall. Ja, genau. Und jetzt sage ich euch was ganz, ganz kritisches. Dr. Best ist gar kein Doktor. Das ist ein Schauspieler, dem sie einen weißen Laborkittel angezogen haben. Jetzt kommen gleich alle im Chat. Was? Genau, Arkanon. Wie, der ist kein Doktor? Ist er Doktor Med? Nee. Der Typ, den ihr da seht, ist kein Arzt. Das ist in der Regel ein Schauspieler. Aber Dr. Dr. Oetker ist einer, oder? Das weiß ich nicht. Aber der Punkt ist halt letzten Endes sehr... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ne? Aber Doktor ist nicht gleich Doktor. Dr. Oetker kann zum Beispiel auch ein Wirtschaftsdoktor gewesen sein. Dann hat er seinen Doktor einfach nur clever. Das kann auch, genau. Das kann auch ein Doktor HC gewesen sein, ein Honorus Clausus. Das heißt, er hat nie eine Doktorarbeit geschrieben. Das heißt, er hat einfach nur gute Beziehungen in die Politik gehabt. Und dann hat ihm eine politische Partei, die an der Macht war, einfach über die Uni einen Ehrendoktor verleihen lassen. Das ist in der Politik ja leider gang und gäbe. Und ja, ich bin nicht der einzige Wissenschaftler, der einen Doktor sich verdient hat, die da immer wieder so mit drauf reagieren, wenn sowas passiert. Das ist einfach nur gesellschaftliches, politisches Geschleime. und Aufmerksamkeitshascherei. Es wird eine Weile dauern, bis wir Ulrika haben. Warte mal, was? Ich glaube, wenn ich Ulrika habe, brauche ich ihn aber nicht mehr in der Armee. Den werde ich dann später woanders reintun. Das heißt, ich könnte noch drei weitere Einheiten bis hier rein rekrutieren. Der Tsarina. Möchte ich jetzt gegen die Untoten zu Felde ziehen? Oder gegen die Grünen heute? Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich muss mal gucken. Genau, ist also üblich. So, jetzt gehen wir hier nach Süden. 33. 39. 39 Geschwindigkeit wurde ich nicht schlecht. Wir sind jetzt ordentlich flott. So, wir überspringen das hier. Jetzt gucken wir auf die Diplomatie. Klan Angrund. Tatsächlich wird vom Team. Handelspakt noch obendrauf. Insgesamt ist Klan Angrund überraschend stark geworden in diesem Spiel. Es ist niemals hier. Immer noch so ein 50 kleine Spitz. Es fehlt für die Konföderation. Sie sind so quasi, oh, heigesich nicht. So sind die Robsmen gerade eben drauf. Nein, ich will nicht gegen die Spitzohren gegen den Krieg ziehen. Norskau und die Chaoszeuge. Ja, aber ich kümmere mich jetzt erstmal um die Untoten. Die sind einfach so günstige Opfer zum Leveln. Hi, Eisenschrei. Wie lange es wohl noch dauern, bis wir Coppelius mit Doktor ansprechen müssen? Ich weiß es nicht. Dann muss er mich aber, also dann muss ich ihn aber auch, also wenn er, wenn ich ihn Doktoren muss, dann muss er mich auch Doktoren. Die Quest, ob ich die für Ulrike kann? Ne, ne, das ist die Stufe 2 Gebäude Zauberer. Das ich jetzt fertig gebaut habe. Da ist es. Hier. Also die Quest habe ich schon, aber das ist jetzt hier die nächste Stufe. Und jetzt habe ich diesen eisigen Außenposten gebaut. Und jetzt muss ich 15.000 goldene Schatzkammer ansammeln. Was man am besten damit macht, indem man diese Scheiße direkt wieder abreißt. Und wir jetzt nach Süden ziehen. Ich bin sogar am überlegen, ob ich jetzt den Grünhäuten hier auf die Fresse haue. Also erst die Grünhäute. Oh, da ist ein Wagen mit drin. Tja, das heißt nicht umsonst, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also ich hätte lieber eine Fullstack als gar keine Fullstack. So lange wie es möglich ist. Die schmeiße ich halt nachher wieder raus. Es gibt keine größere Eiswitch. Es gibt keine größere Eiswitch. Geht zurück auf die Straße. Ganz im Ernst, ich gebe die Trolla auf. Hier oben ist nichts. Ich habe die jetzt aufgegeben. Ist die eigentlich jetzt endgültig weg? Die ist jetzt endgültig weg, was total dumm ist. Ich weiß, dass es normal ist. Normalerweise, wenn du einen Helden auflöst, also nicht einen Kommandanten, sondern du löst einen Helden auf, dann ist der weg. Bei Kislev bin ich aber der Meinung, dass es scheiße ist, weil du nämlich einen Haufen Geld ausgibst, um einen solchen Helden auszubilden. Deswegen finde ich das scheiße, dass das passiert. Naja. Matti, ich gehe als alle erstes. Yes! Die Konföderation ist da. Heiser, heiser Hopsis. Goldorden möchte ganz drinnen, wenn wir ein Wundes haben. Yes. Es ist... Xiaoming! King! Lady of the Glade! Okay, jetzt machen wir leider ein Minus, weil die jetzt hier natürlich jede Menge Truppen haben, die doppelt gemoppelt sind aus meiner Sicht. Drusena! Was kann der Typ? Das ist okay, ich tue ihn mal raus, den habe ich behalten. Jetzt muss ich mal die ganzen Armeen hier durchgucken, was haben wir denn jetzt hier bekommen? Ja. Ach, den haben wir auch. Mein natürlicher Domain. Mein Seat of Power. Schwierige Ausgangslage. Ich werde das hier mal... also diese Armee hier werde ich löschen. Ich will auch die leichten Kriegsschlitten hier nicht haben. Raus mit denen. Raus mit ihm hier. Und jetzt mal gucken. Ja, das hier will ich theoretisch drin haben. Unterhalb der Greifen-Ulan wird runtergehen oder ist jetzt runtergegangen. Globale Rekrutierungszeit geht runter. Okay. Das hier brauchen wir hier nicht. Den Rest lasse ich mal nochmal. Dann hätte ich ganz, ganz gerne hier Kontrolle. Hier brauche ich keine Kontrolle mehr. Hier mache ich jetzt tatsächlich 1,1 Gebäude plus 5%. Volksgrad haben wir halt auch. Ist halt auch eine schöne große Stadt, ne? Oh nice. Das kann weg. Das hier lassen wir mal. Tja, Plesk kann jetzt offiziell ein bisschen ausgebaut werden. Halt! Das hier brauche ich auch nicht. Ich schmeiße den da raus. Dass er sich jetzt hier anschließen kann. Und wir haben neue Atamane zur Verfügung gestellt bekommen. Ich nehme Wachstum und Geld und packe ihn hier rein. Wir haben jetzt das Gebiet weitgehend von uns gesichert. Hurra, hurra, die Robsmen sind da. Jetzt habe ich doch Krieg mit der Hügelgrab-Legion, aber es war klar, dass das früher oder später passieren würde. Oh, und jetzt kann ich ja auch den unsichtbaren König noch vergeben. Scharfaugen. Scharfaugen. Nein, 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 nein. Mit denen muss ich keinen Krieg haben. Nein, 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 nein. Das Ding leuchtet grün. Hat da jemand eventuell einen Waag auf mich ausgerufen? Oder bedeutet das irgendwas anderes gerade? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Arzak? Ja, aber dann hat er mir auch keinen Krieg verkehrt. Dann hat er... Nee, ist... Ich habe keinen Krieg mit Arzak. Warum leuchtest du grün? Mit welcher Grünhaut habe ich gespielt? Ich habe mir keine Grünhautkrieg. Das ist seltsam. Cromwell fragt, blöde Frage, der Zinschmili-Lord mündet er wie der Zinschhexer-Lord auch in denselben Dämonenprinzen oder kriegt der auch in der eigenen Dämonenprinzen-Variante? Weiß ich nicht, habe ich noch gar nicht angeguckt, muss ich zugeben. Den habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ich will eigentlich eventuell im März ein Let's Play mit... Eventuell mit Kairos starten für YouTube. Das ist einfach nur grünes Licht. Und was macht das? Es beleuchtet grün, oder? Ja, wir werden das Nagenhof angreifen. Der hat Krieg tatsächlich mit... Interessant. Plünder und besetzen. Hier geht es jetzt nur um Geld. Wir arbeiten hier nur um Geld gerade eben zu bekommen. So, Level 20. Dann machen wir jetzt hier die Hof-Elite. Um die jetzt hier endlich zu verbessern. Absolut. Er verwendet jetzt seine Rüstung. Hi Chaos Papa. Ja, wie gesagt. Das Problem ist technischer Natur. Ich habe hier ein 2-PC-System. Also gerade eben wurde ich gefragt, warum ich nicht bei Rust-A-Lot dabei bin. Ich war eigentlich schon eingeloggt in Rust-A-Lot. Also auf diesem Test-Server, wo man alles einrichtet und so weiter und so weiter. Ich habe meinem Charakter sogar eine halbe Stunde in Aussehen gegeben. Es war aber außer mir keiner da. Und dann fiel mir irgendwann mal auf... Warte mal, warte mal, warte mal. Wie funktioniert das eigentlich hier mit dem Voice? Ich habe da bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht dran gedacht gehabt. Und dann habe ich mal nachgefragt bei den Leuten. Also Schackes und Co. Und dann haben die mir gesagt, ja ganz normal, wir machen das über Steam. Also auf der... Also das Spiel nutzt quasi den Steam-Voice und den hören die dann halt intern. Weil wir ja intern die Steam-Voice-Systeme verwenden. Und das wird von Rust irgendwie abgegriffen. Und dann habe ich mir gedacht, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Das ist doch mein altes Problem. Und ja, ich kann einstellen, dass ich dieses Voice habe. Aber dann kann ich die Daten von meinem PC, von der Capture Card nicht zum Streaming-PC übertragen. Das geht nicht. Weil die beide in Konkurrenz zueinander stehen bei mir in meinem blöden System. Weil ich so eine blöde Softwarelösung habe. Ich habe auch in der Vergangenheit schon mal nachgefragt, ob man das machen könnte. Oder hat es geheißen, ja, aber das ist noch viel komplizierter als jetzt. Und ich habe ein bisschen rumprobiert und habe dann irgendwann mal festgestellt, nee, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Also entweder ist es so, entweder kann ich mit den Leuten ingame reden. Ihr könnt dann aber das Spiel nicht sehen und nicht hören. Oder ihr könnt das Spiel sehen und hören, aber ich müsste in Rastalot stumm sein. Und das ist natürlich blöd. Ich meine, theoretisch hätte ich das machen können. Ich hätte auch einen Stummen spielen können, aber ich sollte keinen Stummen spielen. Also ich sollte eigentlich einen verrückten Seemann spielen. Also ich hatte mir einen Charakter zurechtgelegt, der sollte Opa Mörbbart heißen. Und sollte ein verrückter schwäbischer Seefahrer sein. Der im Grunde jede Menge Seemannsgarn erzählt und so weiter und so fort. Und ich hatte mir auch schon ein paar lustige Geschichten zurechtgelegt. Warte mal, ich habe das Dokument sogar noch offen. Hier, Opa Mörbbart. Ich spoilere ihn euch mal gerade eben. Also alter tattriger Seefahrer, Pirat mit Anstand. Und es kommt, fürchtet und hasst Wasser. Das Meer hat ihm schlimme Dinge angetan. Wohnt am Meer, um darauf aufzupassen, dass es keinen Unsinn macht. Er beobachtet die Gezeiten. Und treibt das Meer immer wieder zurück quasi, also ins Meer. Jedes Mal, wenn die Flut kommt. Das war mein Konzept. Und ich hatte mir noch viel mehr aufgeschrieben und so weiter und so fort. Und ja. Technik sei Dank. Ja. Aber die haben gesagt, vielleicht nächstes Jahr. Also ich habe vor dieses Jahr dann im Laufe der Zeit in Ruhe, mein Software-System auf ein Hardware-System zu ändern. Dass das Problem dann endgültig aus der Welt geschaffen ist. Ich habe aber davon keine Ahnung. Und das war halt alles vor... Ja, also am Anfang der Woche. Hätte ich zeitlich nicht mehr geschafft. Erstens hätte ich Hardware kaufen müssen. Die ich dann nicht verstehe. Die ich dann erst noch hätte lernen müssen. Und das unter meinen Burnout-Bedingungen habe ich sofort gemerkt. Nee, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich einfach nicht. Also erstens überhaupt die Technik herzubekommen. Jemanden mir überhaupt erst zu finden, der mir erklärt, welche Technik ich brauche. Wo ich es am besten kaufe, damit ich nicht zu viel Geld ausgebe. Das einzurichten. Und das alles unser Zeitdruck. Habe ich einfach nicht gepackt. Habe ich einfach nicht gepackt. Ja. Und das war halt das Hauptproblem. Oder das einzige Problem eigentlich. Und auch, ich reg mich auch selber tierisch drüber auf, dass es jetzt so gelaufen ist. So, ich möchte jetzt hier gerne einen Mörser haben. Naja, aber was soll's. Dafür spielen wir jetzt halt das hier. Ich möchte... Patriarchen. Rang bei der Heldenrekrutierung. Hm. Geld verdiene ich hier schon. Ah, ich mach das da. Das kann ich gebrauchen. Dann brauche ich das jetzt hier dann doch nicht mehr. Danke Leute für euer Verständnis. Ja, also theoretisch könnte ich es jetzt als Zuschauer genießen. Ja, erst recht. Bloß in der Praxis würde ich natürlich selber teilweise live sind. Ich bin ja auch morgen Abend live. Ich habe dann dafür jetzt wiederum morgen Abend dann die Möglichkeit halt dann mit euch Primal Fury zu machen. Also Age of Wonders 4 Primal Fury. Und ich finde diesen DLC eigentlich ganz ganz nett. Äh, generiert Einkommen. Ja, das wollen wir noch weiter ausbauen. Und ich möchte noch mehr Wachstum jetzt gerne haben. Moment. Halt, halt, halt. Wo ist es denn? Hier. Genau, mehr Kontrolle und Wachstum. Hier möchte ich auch gerne mehr Kontrolle und Wachstum. Ich bin so dumm, ich muss auch mal ein bisschen Geld sparen. Halt Leute, ich muss nicht so viel Geld ausgeben. Ich muss Geld sparen. Ich werde die 15.000 zusammenbringen. Ich brauche die 15.000, verdammt der Axt. Ich will die 15.000 erst haben. Damit Ulrika kommen kann. Okay, jetzt geht los. Und schon wollen die Hochölfen nicht mehr mit mir reden. Ja, aber nächste Runde haben wir die Kohle. Äh, ja, Crumble. Und du wirst lachen. Und ich habe es geschafft, halbwegs realistische Tiermenschen zu machen. Was hältst du von den neuen Fähigkeiten der Greifen-Ulanen? Muss ich gleich nochmal gucken, was das genau ist, Mr. Firetool. Ich habe die ja am Anfang kurz mal besprochen, aber ich weiß nicht alle auswendig auf dem Stehgreif. Dafür sind sie zu neu. Den Trollkönig umschubsen? Ja, später aber. Ich haue jetzt gerade ihm lieber erstmal ein paar Grünhäule. So, wir haben Ulrika am Start. Hallo, Ulrika Magdova. Wir rekrutieren sie. Da ist sie. Da ist sie, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Ja, dann brauchen wir die. Deine Hilfe jetzt hier erstmal nicht mehr, oder? Sie steigert die Mobilität. Wobei der Gag an der ganzen Sache ist, wir könnten... Ne, wir machen es tatsächlich so. Jetzt geht's rund... Blut des Mutterlandes. Ich gebe ihr tatsächlich diesen Talisman. So, uns fehlen da noch andere Waffen dafür, aber... Warte mal, was konnte sie nochmal? Sie konnte doch mega krass buffen, ne? Hier, Nahkampfabwehr beim Verteidigen. Äh, Feuerresistenzarmee des Helden. Zauberresistenzarmee des Helden. Armee des Helden wird immun gegen Psychologie. Weniger Verschleißarmee des Helden. Und noch mehr Verlustverstärkungsrate. War das? Ja, die Frau bufft ordentlich rein. Dann gehen wir es nach Essen. Klümmer und besetzen. Mann, weil ich im Imperium viel Zeug zurückverkaufen könnte. Das ist der Wahnsinn. Noch mehr Hofgebiote. Dann mal gucken. Ich kann jetzt hier Nahkampf... Angriff und Nahkampfabwehr verbessern. Einheitenerfahrung. 12% steigern. Rüstung und Nahkampfabwehr verbessern. Ne, ich nehme auf jeden Fall die Geschossresistenz. Weil die haben keine Schilde. Und jetzt haben die halt jetzt hier tatsächlich eine Geschossresistenz von 10%. Das ist ja schon mal besser als gar nichts. Dann nehmen wir noch die Mobilität von Ulrika. Und hier müssen wir wieder die eine oder andere Entscheidung treffen. Also einmal hier pragmatische Verteidiger, Verschleiß oder Rekrutiere. Rekrutierungskosten reduzieren. Investor, Einkommen aus allen Gebäuden. Ja, ich nehme das Einkommen aus allen Gebäuden. Die goldene Felteidiger. Ich rede in meinen Schad verursacht Flankierungsbonus auch von vorn und gibt. Gilt doppelt so lange. Moment, das könnte tatsächlich das sein, was eventuell für die... Wo sind sie denn? Wo ist meine Armee? War da unten Das könnte theoretisch tatsächlich das sein, was denen gefehlt hat Du meinst das hier, glorreicher Angriff Beim Angriff auf feindliche Einheiten Dauer des Angriffsbonus wird verdoppelt Ist glaube ich normalerweise 60 Sekunden, ne? Feindliche Einheiten erleiden Führerschaftsstrafe, als wären sie von der Flanke angegriffen worden Wie gesagt, das ist aus meinen Augen eigentlich genau das Was diese Einheit hier gebraucht hat 11 Sekunden ist normal Ah, dann war es in früheren Total Wars 30 Sekunden Ich habe irgendwann mal 30 Sekunden von normal In diesem Fall sind es 22 Sekunden Das ist halt sehr, sehr mächtig, Leute Aber ich finde auch, das macht halt auch das aus Was die Flügel-Ulanen halt eigentlich auch sein sollen Das simuliert in meinen Augen das, was das Spiel nicht kann Normalerweise, das hatten wir schon mal besprochen Würde bei einer solchen Charge Einer solchen Kavallerie Die feindliche Infanterie Aus Panik, aus Angst, aus Ehrfurcht Was auch immer Die Linien ins Wanken bringen Und das ist der Punkt, wodurch die Kavallerie Überhaupt das zuerst in der Lage ist zu wirken Es ist also eine selbsterfüllende Prophezeiung Dadurch, dass die Linie nicht hält Können sie die Feinde niederreiten Das funktioniert aber in Total War War immer natürlich nicht Wenn alle Einheiten Nicht Angst haben, nur weil der Gegner kommt Weil ihre Führerschaft aus dem Ansturm nicht reduziert wird Man will aber natürlich auch nicht, dass die Leute automatisch fliehen Nur weil es die Kavallerie anschaut Das wäre ja für den Frühspieler total frustrierend Also wie muss man es machen? Man muss es über solche Methoden regeln Dass im Grunde das Zittern der einzelnen Soldaten Dadurch simuliert wird, dass man einen Effekt hat Dass eine Art simulierter Flankenangriff stattfindet Obwohl es ein Angriff in die Front ist Und diese Einheiten dadurch einen verheerenden Schaden An der Linie anrichten können Finde ich eine intelligente Lösung in der Theorie In der Praxis muss man es sich angucken Aber ich muss ganz ehrlich sagen Ich finde diese Jungs inzwischen durchaus brauchbar Ich bin echt am überlegen, ob ich mir noch eine zweite hole Das ist wirklich so Ich bin ernsthaft am überlegen, ob ich mir noch eine zweite hole Und das bei Flügel-Ulan So Das hier können wir jetzt aufbauen Ja, komm, wir machen das so Helvetica geht jetzt auf die höchste Stufe nach oben Sehr schön Prag kann nun auch Das eine oder andere Gebäude noch errichten Was wir haben wollen Wie lange dauert eigentlich das hier noch? Nicht mehr so lange Ich sag nicht nein zur Kavalerie Die noch mal 30 Sekunden kämpft Wenn sie eigentlich fliehen sollte Feindliche Artillerie oder Fernkämpfer ade Ja, also wie gesagt Das Hauptproblem in meinen Augen war Einfach das dämliche Rein-Raus-Spielchen Was mit dieser Art von Schock-Kavalerie Halt nötig ist Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ich glaube, das wird witzig Ich glaube, das Spiel überschätzt gerade eben die Macht von Arzak Also in meinen Augen sollte der Effekt länger als 11 Sekunden dauern Generell Vor allem bei einem gut organisierten Charge Ich meine, klar, es gibt inzwischen jetzt auch so was Die Sturm widerstehen Charge Reflect und so weiter und so fort Aber das macht der Kavalerie noch unnützer Ich glaube, ich weiß, wo ich kämpfen will Ich habe da so eine Idee Die stelle ich nach vorne Die sollen den ersten Ansturm abwehren Dann stelle ich die hier in die zweite Linie Dann stelle ich die Ice Guard hier oben Ich mache mir ein bisschen Sorgen über das, was vielleicht da hinten kommt Ulrika stelle ich hier hin Sie stelle ich hier hin Katharina stelle ich da hin Und ihn hier Wenn sie jetzt doch von da hinten noch kommen Kann ich immer noch Truppen da hinten hin verschieben Beziehungsweise es wäre vielleicht sogar gar nicht blöd Das direkt zu tun Ich kann direkt zumachen Mörb und Kavalerie keine Liebesgeschichte Mein Friedrich Ich fürchte da nur, dass Ändert sich nur wenig durch die aktuelle Änderung Dass du ja immer Cycle chargen musst Weil die Nahkampfverteidigung von Kislev Kavalerie ist halt sehr gering Also kassieren die dann auch länger, wenn sie bleiben Das ist leider richtig Aber das Hauptproblem von denen war ja Dass sie halt selbst Wenn du sie nur ganz ganz kurz In Nicht-Antilage-Infantriers stehen lassen Sie fürchterlich auf die Fresse bekommen haben Und das ändert sich vielleicht dadurch Wenn die Einheit halt so viel Schaden bekommt Dass die Einheiten gar nicht so lange Also die angechargten Nicht-Antilage-Einheiten Nicht so lange durchhalten Aber das grundlegende Problem Haben ja alle Schock-Kavalerien in diesem Spiel Ich meine, guck dich mal dieses Profil an Es ist halt einfach nicht gut Es ist halt einfach nicht gut Hallöchen jetzt mal Raffi, willkommen Ich glaube, ich gehe mit Sarina Katharin sogar da drüben hin Tja, der wartet jetzt auf seinen ollen Waag Aber er ist der Angreifer, also soll er kommen Die Bären Kaffee ist OP, das ist absolut richtig Aber ich finde es halt immer wieder schade Wenn halt nur eine einzige Einheit Oder ein oder zwei Einheiten in einer Fraktion Gut oder nutzbar sind Und du eigentlich immer wieder quasi drei Kreuze machst Wenn du dann nur noch die benutzen kannst Im Grunde ist es wieder mal die Einladung Zu den Doomstacks und ich hasse Doomstacks Doomstacks, also ich nenne sie auch gerne Doomstacks Weil du nichts können musst, um mit ihnen zu spielen Das ist einfach die einfallsloseste Art und Weise Wie du quasi Einheiten in diesem Spiel zum Einsatz bringen kannst Tja, dann kommt mal ran Ihr komischen Grünhäude Macht's auf Dauer langweilig richtig ganz genau Und ich habe halt eine große Freude daran Wenn ich halt dieselbe Fraktion mit anderen Einheiten auch mal spielen kann Die Schock-Kavallerie ist nur schockiert schlecht leider Ja, leider Bei Chaos zum Beispiel spiele ich gerne Chaos-Ritter Aber halt nur die ohne Lanzen Weil die mit Schwert und Schild Ist halt auch tatsächlich im Nahkampf aushalten Die haben immer noch einen ordentlichen Charge-Bund Können aber auch im Nahkampf bleiben Und kämpfen dann auch was nieder Also du versuchst als Spieler dir ja normalerweise immer so ein bisschen Das Micromanagement zu reduzieren Und ich finde, das sollte man auch können Mehr Micromanagement Mehr Buttons, die du drücken kannst Sind nicht besser Das ist einfach nur wieder dieses typische Guck mal, wie viele Knöpfe ihr hier drücken könnt Alles bunt, alles leuchtet Aber wenn du es dann spielst Ist es halt dann gar nicht mehr so cool Wenn du dir halt denkst Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Warte mal, welche Fähigkeit Oh, Lübe Ihr wisst, was ich sagen will Das ist nicht so toll Den einen hat er voll erwischt Den hat er voll erwischt Ich habe sie übrigens absichtlich jetzt hier daneben geholt Weil ich wette, er wird nicht ein Fliegerchen sie angreifen wollen Na komm mal näher ran, ihr euch hier Zack Warte mal, ich habe eine bessere Idee 1, 2, 3, 4 Ich stelle euch jetzt hier mal ein bisschen so auf Und euch so Der Cars ist aber auch wirklich ein Haufen Mist zusammen Das kann ich machen, wenn die unten durchlaufen Weil die kommen, muss ich jetzt die helle Badenträger nach hinten packen Ich bin glanzös Kislevs-Betens! Kislevs-Betens! Kamerads, auf der Welt! der fliegt hier immer noch um dem ist der plan geht es jetzt auf und er ist schon fast da und er hat sich ein bisschen übernommen kann das sein mit den beiden damen so deren laut die linie ist gebrochen hier müsst ihr wieder raus ihr dreht euch hier nochmal ein schießt es nach hinten und der das ist die beste stelle dafür hier 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 okay das schon sehr weit weg gerannt das war nicht so gut du wirst da noch mit rüber die fangen jetzt ja auch an zu wanken hier 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 Sehr blöd gelaufen, würde ich mal behaupten für euch. Der braucht zu lang. Die Spinne flieht. Und wir haben gewonnen. Hi, brother Ronan, grüß dich, herzlich willkommen. Oh Gott, das war so close. Das war echt knapp. Es könnte sogar sein, dass sie sogar wechseln. Ich hoffe es nicht. So, ich lasse sie noch schießen, solange sie noch können. Hallöchen, Barbarock, grüß auch dich. Easy peasy, genau. Ich bin zum Beispiel auch davon überzeugt, Leute. Dass du normalerweise die halbe Schlacht schon normalerweise mit deiner Aufstellung gewinnst. Und dass es auch historisch normalerweise so ist. Also wenn du halt einfach weißt, wie du deine Truppen gegen die Truppen des Feindes setzen musst. Wie du das Gelände nutzen musst und so weiter und so fort. Dann hast du halt gewonnen. Oder hast du eine gute Chance auf Sieg. Wenn du halt deine Hausaufgaben vorher gemacht hast. Das ganze Herumgeklicke und was weiß ich was und irgendwelche Fähigkeiten einsetzen. Das ist die andere Hälfte. Aber es sollte halt nicht nur das zählen. Weil das halt auch normalerweise nicht das Entscheidende ist in einer Schlacht. Sondern wie du halt vorher schon deine Truppe organisiert hast. Weil es mir einfach zu stressig ist, lieber Babanogba. Ich habe es einfach zu oft nicht mitbekommen. Und deswegen habe ich es weg gemacht. Aber ich mache es jetzt am Anfang und am Ende und manchmal auch zwischendurch. Hallöchen. Im richtigen Leben haben Leute, die Alexander der Große oder Cäsar auch Tabletop gespielt auf eine Art und Weise. Ja ganz genau, Tabletop. Im Grunde vorher schon die Schlacht schon durchgeplant. Destroyer of Fire ist immer den Helden okay zu machen. Ja, 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 ja. Eine Einheit verloren. Ja, die da, ne. Schade, aber wir müssen sowieso nochmal den einen oder anderen rekrutieren. Ne, wir haben gar keinen verloren. Ja, ich noch. Ja. Die erzählen nicht. Ich nehme die Verlustverstärkungswarte. Tada. Das war, also bei 6 war ich mir nicht sicher, ob sie weg ist. Bei 5 wären sie weg gewesen. Garantiert. Aber 6 scheint noch zu reichen. Stellt mich zufrieden. Stellt mich sehr zufrieden. So, von Angesicht zu Angesicht. Die verändlichen Bauern von Prag sahen am Morgen das Gesicht einer brüllenden Bestie in jeder Ecke. Ähre Korn auf ihrem Feld. Ihr Vieh besteht nur noch aus leeren, gesichtslosen Albträumen. Wieder einmal wird die verfluchte Stadt von abscheulichen Mutationen heimgesucht. Talisman der Bewahrung wäre mega nice. Korruption reduzieren oder... Ja, ich nehme den Talisman der Bewahrung. Natürlich. Hat da gerade eben eine Dunkeleve der Schwert des Cain an sich genommen? Ja, hat sie. Und auch sie hat es a-zack besiegt. Drei Level-Ups der Mobilität. Ich glaube, ich mache sie jetzt erst mal wirklich zu einer Kämpferin. Mehr Nahkampfangriff. Okay, dann haben wir dich noch. Geschossresistenz, Zauberresistenz. Hier kann ich jetzt hier die Rüstung... ...und den Nahkampfabwehr für die Zarenwachen. Ich mache jetzt erst mal, dass sie mehr Erfahrung schneller bekommen. Das finde ich fast wichtiger. Er hier bekommt jetzt mehr Lebenspunkte. Und du schließt es hier die Hoflite ab. Es ist mein, bei Recht. Die bekommen jetzt einen Orden. Erstmal bekommen sie jetzt hier einen Arsch voll Regeneration, wie man sieht. Das ist einfach nur so scheppert. Die haben auch jetzt schon einiges regeneriert. Ich bin sogar soweit zu sagen, ich hau den jetzt hier direkt weg. Ich nehme die Zarenwachen. Moment mal, lass mich gerade eben noch mal durchklicken. Wir haben jetzt hier Rang bei der Rekrutierung für Kavalerie. Das brauche ich natürlich nicht unbedingt. Äh, Attribut Vorderaufstellung. Nee, Geschichten erzählen. Nein, Rittmeister. Nein. Wodka-Brenner. Nein. Zauberkünstler. War da nicht irgendwo einer, der mehr Bewegungsreichweite gegeben hat? Ich hatte das doch gerade eben. Hier ist der Steuereintreiber, hier ist der Verwalter. Da gab es doch gerade eben einen. Ja, hier der kistlewitische Korsar. Das gebe ich ihr, weil dann kann ich hier weiterlaufen. Der Priester. Hingabe durch nach Kämpfen, das ist in Ordnung. Die standardische Disziplin brauche ich nicht wirklich. Mehr Kontrolle, nein. Heulendes Spanner. Die fantastischen sechs machen wir gleich. Die fantastischen sechs finde ich gut. Ritualvollstrecker. Kapazität für Einheiten verführen, reduzieren. Und weniger Korruption. Hätte was, hätte was. Irgendeine einer die Vor- oder Aufstellung geben. Das kann halt auch sie selbst sein. Ich nehm's mal. Ein Gift von Kislevs Great Gods. So, jetzt machen wir erstmal die fantastischen sechs. Das waren, glaube ich, die da, weil die haben nämlich am wenigsten. Die fantastischen sechs. Und wir haben jetzt auch den Schlitten. Wir haben jetzt den Eisschlitten freigeschaltet. Ich bin gespannt, was der vermag. Oh ja. Da bin ich sehr gespannt. Ja, ihr Kislev. Jay Dizzle sagt, was ich komisch finde, ist, dass nur Orion die Fraktionseffekt hat, Unterhalt zu reduzieren für jeden Krieg, den er hat. Und warum Scarbrandt das nicht hat. Wahrscheinlich, weil sie es ihm schon gegeben haben und es nicht einem zweiten geben wollten, nehme ich an. Aber das ist ja, was ich auch schon mal kritisiert habe. CA macht zu sehr für einzelne Fraktionen. Sie versuchen alles zu sehr zu individualisieren, statt dass man ein paar grundlegende Spielmechaniken einfach für mehrere Fraktionen oder für alle zur Verfügung stellt. Das würde in meinen Augen viel mehr Sinn machen. Okay. Der Nikolaus II. Der Bärenvolk. Donnernder Redner. Unermüdlicher Anführer. Oder Heiler. Noch mehr Verlust Versteigungsrate. Wäre halt schon cool. Ich gebe ihm nochmal den Heiler. Der soll noch mehr supporten. So, du gibst hier noch mehr Erfahrung für die Truppen aus. Und sie bekommt noch mehr Nachkampf angriff. Roxani, danke dir für den Grüßen und Siebzeln. Willkommen, grüße. Äh, den Greifenwald angreifen. Ja, das machen wir jetzt. Und ich will es spielen, um zu gucken, wie der Streitwagen so ist. Cromwell findet es schade, dass die Release-Fraktion vernachlässigt werden, wie Balthasar Geld. Ja, das liegt halt einfach daran, dass es einfach so viele Fraktionen sind. Hat damals die GameStar und Maurice Weber nicht umsonst gesagt, dass sie gespannt sind, wie CA das stemmen wird. Weil das ist eines der größten... Also ich sag's mal so, gerade eben findet die Diskussion statt, ist Skull & Bones ein Quadruple-A-Spiel? Und so wie die Gaming-Presse gähne ich auch über diese Aussage, weil für mich hat AAA schon längst keine Bedeutung mehr, außer dass man halt einen Haufen Leute und einen Haufen Geld in ein Projekt pumpt. Es ist aber keine Garantie, dass am Ende dabei was Entsprechendes rauskommt, was einfach noch besser ist, nur weil man mehr Geld und mehr Leute reinpumpt, ne? Also, dieses Spiel hier... Ich würde behaupten, dieses Spiel hier ist in Wahrheit das erste Quadruple-A-Spiel. Aber es zeigt halt auch, was für Probleme damit einhergehen. Ne? Also ich meine, größer ist halt auch nicht immer besser. Oder auch nicht immer leichter. Auch nicht immer sinnvoller. Der Punkt ist halt einfach der, was machst du mit den dir zur Verfügung gestellten Mitteln, um das Erlebnis für alle besser zu machen? Wie, bei welchem Spiel soll ich denn bei 4A gewesen sein, Zauberer? Der Goat Simulator, mein Skittles, war das. Aber wie gesagt, es ist ohnehin eine äußerst fragwürdige Einstufung, wie das Ganze hier stattfindet. Ich glaube, ich stelle die Infanterie einmal hier so hin. Und euch stelle ich hier und haben eine absichtliche schwache Flanke. Und euch stelle ich da hin. Ulrika stellt sich hier hin. Du da hin. Du da hin. Und jetzt bin ich gespannt, was wir mit der jetzt hier machen können. Also erst mal angucken, wie es aussieht. Irgendwie gefallen mir die Pferde nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Ich finde die irgendwie ein bisschen zu einfach. Und da ist der Kutscher. Okay, das Model wiederum finde ich cool. Das finde ich cool. Wie das aussieht. Also das gefällt mir wirklich. Aber die Pferde gefallen mir irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Zauberer sagt, ich finde die EU viel größer und komplexer als Warhammer 3. Ja, aber es ist halt auch... Dafür fehlt die Grafik, Zauberer. Dafür fehlt die Grafik. Das spielt auch eine Rolle. Also wenn EU 4 jetzt die Grafik hätte von einem CK3, dann... Aber wie gesagt, es ist halt wirklich so. Also dieses Triple-A, Double-A und was weiß ich was. Es wird halt wirklich einfach nur definiert durch die Größe des Aufwandes und nicht durch die Qualität. Triple-A-Spiel ist deswegen nicht immer gleich Triple-A-Spiel. Man muss sich einfach klar machen, dass Triple-A-Spiel nicht bedeutet, das ist jetzt ein 1A-Game, sondern das ist einfach nur ein Spiel, für das sehr viele Leute sehr lange sehr viel Geld ausgegeben und daran gearbeitet haben. So ist es definiert. Ich hatte tatsächlich am Donnerstag, gerade wegen Skull & Bones mit Jochen, Roman und so weiter und so weiter und so weiter, bevor wir Bordus G3 mit Jules gespielt haben im Stream, genau diese Diskussion deswegen. Und da hat Roman nochmal betont, wie gesagt, der arbeitet bei der GameStar, der muss es wissen, dass es halt genau die Definition ist von Triple-A, Double-A und so weiter und so fort. Einfach nur die Menge des Aufwandes, die da mit betrieben wird und nichts anderes. Und ich meine, früher war das halt auch noch quasi wirklich ein Faktor, aber dieser Faktor existiert so nicht mehr. Und es ist auch ein bisschen, glaube ich, so definiert. Wie groß, also die Zielgruppe ist, also ich glaube, wir sind uns alle darin einig, dass EU4 sich halt dann doch eher an eine kleinere Spielergruppe wendet und nicht an die breite Masse. Das ist leider einfach ein Fakt. Und Triple-A-Spiele wollen natürlich immer wie auch große Kinofilme einfach die große Masse letzten Endes erreichen. Und manche Spiele haben das nicht mehr vor. So, dann gibt es natürlich auch noch Spiele, die das versehentlich schaffen, wie zum Beispiel Helder Alvers 2. Triple-A-Spiele wollen zum Vollpreis auch euer Geld, meint Professor Combell. Mit 10 Euro, es gibt es ja auch heutzutage, wo ich mich auch erachte, dass es eine absolute Katastrophe, dass Triple-A-Spiele heutzutage so gierig geworden sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde es jetzt tatsächlich mit diesen Schlitten gar nicht mal schlecht. Der Schlitten ist wirklich sehr viel besser. Anti-Infantrie-Bonus 30. Genau, es ist auch kaum stecken geblieben. Das liegt aber auch daran, die... Naja, also Katharina muss ein bisschen abnehmen, die wiegt 2200 Kilo. Ja, aber für so einen fetten Streitwagen wie den macht das ja auch Sinn. Für einen magischen Streitwagen, Leute. Ich meine, das ist jetzt nicht einfach nur so ein random Streitwagen. Das ist ein magischer Streitwagen. Da macht das auch Sinn. Der hat gesessen. Aber Feldmarschall, genau. Danke erstmal für die Unterstützung. Aber gleichzeitig machen dann halt auch mehr Dimensionen manchmal auch mehr Probleme. Weil ein Spiel, das halt quasi eine bestimmte, wie soll ich sagen, Zielgruppe anspricht, weiß auch normalerweise, wenn es erfolgreich wird, was es genau machen muss. Also auf was für Spielmechaniken muss ich mich konzentrieren, damit das Erlebnis mit dem Spiel gut wird. Und das ist etwas, was viele Triple-A-Spiele halt einfach nicht mehr hinbekommen. Denn was machen die meisten Triple-A-Spiele heutzutage, um Content zu erzeugen? Sie sorgen halt für Collectibles, für irgendwelche Achievements, klettere auf jeden Glockenturm und so weiter und so fort. Oder, ja, also Dinge, die eigentlich am Ende mit dem eigentlichen Spiel überhaupt nichts mehr zu tun haben. Die machen dann eher so eine Sidesing-Tour durch das Spiel, was aber dem Spielerlebnis nicht mehr wirklich irgendwie einen Bonus verleiht. Und deswegen sind Triple-A-Spiele seit ein paar Jahren zurecht in der Krise. Der gegen gewappnete Hellebarden sollte sie hängen bleiben, würde ich mal sagen, aber das müssen wir mal sehen. Du hast schon recht, Friedrich, da sollte sie definitiv nicht so leicht durchkommen, aber das müsste man halt auch einfach mal gesehen haben. Ich meine, das waren jetzt die Grünen heute und diese Speerträger, ich wiederhole es nochmal, die Goblin-Speerträger sind keine Speerträger, die haben keinen Anti-Large-Bonus. Das sind einfach Goblins, die haben lange Stöckchen in der Hand, die angespitzt sind, aber Speerträger sind das nicht. Von der Spielmechanik her, die funktionieren so nicht. Deswegen kann man das natürlich nicht vergleichen mit einem Angriff, dazu gleich, auf ein Eiswachen. Oh, das besetzen wir einfach mal. So, wieder eine Provinz gesichert. Jetzt muss ich demnächst mal gucken, dass ich die ersetzt bekomme in absehbarer Zeit, aber das wird noch dauern. Jetzt wollen wir gucken, dass wir Artillerie bekommen. Prag. Jetzt mache ich erstmal dieses Material. Hier mache ich noch mehr Geld. Da machen wir noch ein bisschen mehr Geld und da mache ich noch mal ein bisschen mehr Verteidigung rein. Ich habe mich auch gefragt, warum sie da keine Bärchen hingemacht haben. Ganz im Ernst, vor allem jetzt halt, wo ich mir gerade die Pferde aus der Nähe angeguckt habe und die Pferde sind halt leider nicht gut gemacht. Also, die wären jetzt für normale Models. Für normale, okay, wir sehen uns jetzt hier gerade nämlich. Für normale Einheiten Models wären sie okay. Aber du siehst halt einfach den Qualitätsunterschied zum eigentlichen Wagen. Der ist eindeutig zu sehen. So, Talis, meine Bewahrung habe ich jetzt hier. Dann kann er den Ring hier bekommen. Warte mal, ein verzaubertes Objekt für ihn noch. Na, die Krone der Herrschaft ist scheiße. Federupfen Anhänger, mit denen wir mal zusammenlegen. Noch mal eine Krone der Herrschaft. Toll. Zwei beschissene Items. Okay. Obsidian Klingel. Das wäre für ihn sogar interessant. Weil die haben ja alle schon ihre Waffen. Chaos, Kislev endures. The Tsarina. Ja, dann soll es so sein. Dann muss ich mal überlegen, was ich mit der Duellklinge mache. For the glory of Kislev. Okay. Passt so. Werb kann wieder C.A. Supergeheimnis-Balancing-Tool zum Einsatz. Was? Kam wieder das C.A. Supergeheimnis-Balancing-Tool zum Einsatz, wo sie 1-2-Zeiten noch angegeben haben? Ich kann dir gerade ihm nicht folgen. Bitte für immer ein bisschen weiter aufs Cromwell. Hi, Stadter Wolf. Schönen guten Abend. Danke dir für 10 Biddies. Zwei beschissene Items sind besser als ein. Aber das ist das eine, was dabei rausgekommen ist. So, was kann ich ihm jetzt hier geben? Einkommen aus allen Gebäuden plus 10%. Hau rein. Das machen wir. Ach so. Ganz im Ernst. Auf dieses Tool, wenn es es wirklich gibt, vertraue ich nicht. Das ist einfach nur so ein Faulheits-Tool in meinen Augen. Das halte ich für ein Bluff. Ich glaube nicht, dass es existiert. Und ich glaube nicht, wenn es wirklich existieren sollte, dass es wirklich das tut, was... Was sie glauben. Ich werde belagert. Ja, hier oben. Ich muss damit leben. Oder einen Ausfall machen. Und der Angreifer ist jetzt nicht so übermäßig stark. Komm, wir versuchen es. Naja, die PR-Versuche kommen, weil wenn wir jetzt über PR-Versuche reden, können wir auch... Kann ich gerade eben noch mal mich an was erinnern. Ihr erinnert euch vielleicht, das ist gar nicht so lange her, dass sie in Warmer 3 noch mal das aufgewärmt haben, was sie auch schon in Warmer 2 gemacht hatten. Denn diesen Modus, der jetzt auch im Spiel drin ist, bei dem du diese Mega-Schlachten machen kannst, wo du so eine Mega-Sandbox für die Schlachten hast und riesige Heere machen kannst oder mega mächtige Zauber, mega mächtige Physik-Sachen. Das ist in meinen Augen auch einfach nur ein PR-Gag. Denn wer benutzt das wirklich regelmäßig? Das sind ganz garantiert ganz wenige Leute, die das vielleicht für das eine oder andere Videoprojekt machen und für die ist das eigentlich ganz, ganz nice. Aber für den eigentlichen Spieler ist das einfach nur ein Gimmick, das er nie brauchen wird. Dass er vielleicht ein, zweimal ausprobiert hat, dann hat es ihn gelangweilt und dann hat er es gelassen. Und das sind halt diese typischen PR-Gags, die du halt machst, wenn du halt einfach den Kunden nichts anderes geben kannst. Wie läuft es mit der Schneekönigin? Zufriedenstellend. Ich finde, es läuft zufriedenstellend. So, das muss ich aber gerade eben mal dir wieder aufstellen. Damit es auch schön wahre gut läuft. Nein, ich wollte den da. Ich packe die Kabelrie da hinten hin. Den packe ich noch hier mit hin. Wenn man solche Schlachten mal im Grundgame machen könnte. Ja, und genau das ist das springende Punkt Nitram. Dann hätte man hergehen müssen. Entschuldigung, da war ich gerade im Abgebrauch. Danke fürs Erinnern. Man hätte hergehen müssen und die Kampagne von... Man hätte eine richtige Kampagne mit solchen Einstellungen erlauben müssen. Dass du eine komplette Kampagne so einstellen kannst. Aber ich glaube, das gibt die Engine nicht her. Also ich glaube, sie haben halt einfach damit nur gezeigt. So, boah, guck mal, was unsere Engine alles so kann und so weiter und so fort. Ja, aber das ist halt einfach... Das sind dann einfach wieder diese Einstellungen, die eigentlich keiner will. Wo man einfach kurz mal nur so staunt. So, boah, guck mal, da Schlangenöl. So interpretiere ich das. Friedrich meint, ich beschwere mich ja häufig über das Balancing bei OP-DLC-Inheiten, aber ich möchte CA schon zugestehen, Total War hat wie viele bald 20 Fraktionen, da einigermaßen in Balancing hinzukommen, ist auch sehr schwer. Friedrich, ich gehe sogar so weit und sage, es ist unmöglich. Es ist per se mathematisch unmöglich. Ich demand high! Das kann man mathematisch beweisen, dass es unmöglich ist. Weil einfach die Möglichkeiten, die entstehen, so viele sind, so groß ist, dass du nicht mehr alles gegeneinander abwerten und aufwerten kannst. Und das ist einfach zu brutal. Ich behaupte sogar, dass es für einen Computer nahezu möglich ist, all diese Möglichkeiten zu berechnen, weil es im Grunde noch komplizierter als Schach ist. Ach ja, stimmt ja. Ich muss ja angreifen. Ich muss ja angreifen, da war ja was. Komrade der Paar! Sehr gut! Excellent! Halt! 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 Prestige beyond compare! Halt! Aus! Okay... Und jetzt geht's los. Mit jeder Menge Beschuss und so. Genau, plus Unterfraktion. Aber es geht ja nicht nur um die Fraktionsbalancing. Es geht ja auch um die Einheitenbalancing. Und um die Tatsache, dass du in der Autoberechnung ein anderes Balancing-System hast, als zum Beispiel in in der eigentlichen Schlacht. Du hast ja da unterschiedliche Balancing-Voraussetzungen. Die sind ja nicht gleich. Oh, scheiße. Das wollte ich aber nicht. Ich würde behaupten, dass es so schlecht gar nicht läuft. Das war ja. Ihr müsst hier hin. Es ist momentan immer noch nicht zu sagen, wie diese Schlacht endet. Bis jetzt immer noch unangenehm, das Ganze. Ja, das war ja nicht. so auf der linken flanke haben das ein bisschen im griff die bekämpfen die hier gerade eben immer noch hier zum teufel jagen diese nahe kommt wo sie gar nicht sein soll langsam wird zeit wieder oben zusammenzuschießen ihr geht hier wieder raus hier wieder raus die fliehen ihr könnt ihr auch umdrehen sie hat sich gesammelt hauptsache sie stirbt ja wird es auch davon gejagt kommt er kann immer noch zaubern naja du bleibst in dem dran du bleibst in dem dran hier kommt wieder her hat sich echt gesammelt ich weiß es nicht hier wo die sie raus weil sie wird sehr kacke jetzt gerade eben läuft oh man Okay, der wurde vernichtet. Die Munition wird langsam aber sicher schwierig für uns. Ihr sollt, die würdet ihr alle zusammenschießen. Die fliehen, das ist ja schon mal der Wahnsinn. Aber das super-duper-ultra-omega-mega-Ballens-Tool, ob sie sagte, dass er alles so perfekt ist, dass sie gar nicht erst kritisieren müssen. Und dann wieder die Richtigkeit hat. Zitat, naive Fan. Ja. Ich gebe zu, ich war auch ein naive Fan. Aber man sollte sich einfach mal wieder darüber im Klaren sein, dass die Fanbrille halt auch seine Nachteile hat. Und dass es manchmal vielleicht besser ist, noch mehr nachzufragen. Oder wenn man nicht nachfragen kann, sich zu fragen, warum kann ich nicht nachfragen. Wir haben tatsächlich diesen Scheiß gewonnen. Ich bin begeistert. Ja, ja, der Gegner hat gerade einen Armee loskassiert. Zurecht. Jetzt versuche ich noch, die hier noch niederzumachen, so gut es geht. Diese miesen großen Echsenviecher will ich hier nämlich nicht haben. So. So viel wie möglich gekillt. Für Russiege aber gewonnen. Cromwell meint, das Problem ist halt Investoren. Sobald die ins Spiel kommen, arbeitet die Firma nicht mehr für den Kunden, sondern für die. Das ist richtig. Und solche Aussagen werden halt auch nicht für den Spieler gemacht, sondern sie werden für die Investoren gemacht. Der Spieler soll das einfach nur glauben. Und dann heißt es dann für die Investoren, der Aktienkurs steigt, weil die Leute das glauben und der Meinung sind, das ist eine mega, mega, super, duper tolle Firmenpolitik und so weiter. So funktioniert das halt. Im Grunde werden die Leute überall geblendet. Im Grunde ist das schon so eine Art von, also aus meiner Sicht ist es eine Art von Kursmanipulation. Nur eben eine, für die es keine juristische Strafe gibt. Wenn man sie dir nicht nachweisen kann, dass es ein halt nicht gestimmt wird. Oder sich keiner drum schert. Die Tram hat natürlich recht, was er gerade eben schreibt. Ach was. Nur wenn man dann immer mal nachfragt, wie so etwas schlecht läuft, dann wird man als dummer achtet, um das Spiel richtig spielen zu können. Ja, das ist dann die nächste Strategie, wenn du halt selber zu dumm bist, um ein gutes Spiel zu machen. Oder nicht willens bist. Dann schiebst du, dann machst du sozusagen die Täter-Opfer-Umkehr. Das ist de facto nichts anderes, die Tram. Es ist Täter-Opfer-Umkehr, was Bethesda macht. Also im übertriebenen Sinne. Aber du, der Täter ist Bethesda, ein schlechtes Spiel auf den Markt zu werfen, es in den Himmel hochzuloben, obwohl es das gar nicht verdient hat. Und man täuscht dann halt einfach die Gute. Also man glaubt, und man muss sich auch einfach mal darüber im Klaren sein, man weiß ja von Anfang an, dass man nicht alle Leute täuscht. Man hofft nur so viele wie möglich täuschen zu können. Und weil man weiß, dass immer wieder naive Spieler nachkommen, die mit der Firma noch nichts zu tun haben oder mit der Gaming-Industrie noch nicht so viel zu tun haben, weil sie zum Beispiel neu reingekommen sind oder jung sind und auch neu reingekommen sind, die reichen dir dann völlig aus, um quasi den Kurs nach oben zu pushen und die Verkaufszahlen. Und das reicht denen dann völlig aus. Und der nachhaltige Erfolg der Firma spielt für die dann ja auch gar keine Rolle. Muss man sich einfach mal darin klar machen. Es geht ja nur darum, dass er jetzt für diese kurze Zeit nach oben gedrutscht wird. Wir haben das ja gerade so geschafft. Und ich hätte ja noch mal ein bisschen mehr Infanterie, um das beim nächsten Mal hier noch weiterhalten zu können. Ich brauche hier keine Hofelite, ehrlich gesagt. Aber ich fand es gut, wie er gekämpft hat. Er hat einen guten Job gemacht. Was konnte der Zauberer noch mal? Angriffsbonus. Das ist doof. So. Man darf nicht vergessen, Gaming-Industrie ist eine Industrie. Und deswegen, also ich war schon als Schüler, ich habe ein Wirtschafts-Abi, ich war schon als Schüler Spinnefeind von Kapitalgesellschaften, insbesondere. Also GmbHs finde ich noch in Ordnung. Aber Aktiengesellschaften, habe ich schon als Schüler gesagt, das endet nicht gut. Wie gesagt, ich habe das schon als Schüler erkannt. Aber was ich lernen musste in meiner Naivität, als ich meine Kritik als Schüler geäußert hatte, schon damals gegenüber meinem Wirtschaftslehrer, war, dass ich nicht erkannte, dass die Verarsche gewollt ist. Dass das Absicht ist. Dass das nicht etwas ist, oh, das könnte passieren, dass dadurch die Mitarbeiter und die Kunden der Firma hinter das Licht geführt oder getrollt oder sonst irgendwie schlecht behandelt werden. Nein. Es ist der Zweck der Aktiengesellschaft, aus den einfachen Leuten das Geld nach oben wegzusaugen. Das ist der Zweck. Das muss man verstehen. Habe lange gebraucht, um das zu akzeptieren, weil ich zu naiv war, zu glauben, dass man tatsächlich so etwas tun würde. Weil ich bin leider so erzogen, dass die Welt anständig zu sein hat. Dass die meisten Menschen anständig sind. Und das stimmt auch, dass wahrscheinlich die meisten Menschen anständig sind. Aber eben nicht alle. Und die Unanständigen, es reichen wenige aus, in bestimmten Machtpositionen. um sehr viel unanständige Dinge anzurichten. Es ist ein bisschen was von einem, ein bisschen was von anderen, Friedrich. Sowohl als auch naiv anständig. Es ist beides. Man kann auch anständig sein und sich darüber im Klaren sein, dass andere nicht anständig sind. Aber ich habe mir das einfach nicht vorstellen können. Ein militärisches Bündnis mit Zufpaar. Wie kann ich da verlieren? Let's hear what you have to say. Agreed. Feldmarschall meint, ich glaube, es ist ein Stück weit auch Hilflosigkeit. Sie wissen es besser, können es aber nicht besser. Nee, sowas wie eine Aktiengesellschaft entsteht nicht aus Hilflosigkeit. Bei vielen anderen Sachen würde ich zustimmen. Aber bei solchen Sachen nicht. Ich habe es neulich, ich habe ja in meinem Freundesumkreis, habe ich jemanden, der ist ehemaliger Unternehmer, also ehemalig, der ist in der Firma aufgelöst und ist dementsprechend gut betucht. Und er selber hat zum Beispiel zu mir gesagt, er kann absolut nichts verstehen. Also er selber, er ist Aktionär, sein Leben ist erst Aktionär und er kann absolut nicht verstehen, warum es in Deutschland weniger Steuern für die Aktionäre zu zahlen gibt, als für jemanden, der mit seinen Händen und mit seinem Kopf arbeiten muss. Hat er mir auch ausführlich erklärt und der Mann hat Ahnung, der ist Jurist, also der ist Jurist, muss man dazu sagen. Und er hat mir gesagt, er kann absolut nicht verstehen, warum das existiert. Weil er nur 25% Steuer auf seine Aktien zahlen muss. Jeder andere, jeder normale Arbeitnehmer zahlt mehr. Egal ob verheiratet oder nicht. Und er kann von seinen Aktien leben. Würde ich auch gerne. Aber ich habe keine Aktien. Und das ist dann einfach das Ding, wo man einfach sagen muss, daran erkennst du, wo das System halt einfach absichtlich so gedreht ist. Es ist absichtlich so gemacht. Von der Obrigkeit sozusagen. Ich rede jetzt nicht von der politischen Elite. Nee, die politische Elite ist nur das ausführende Organ. Es sind die Reichen selber, die das so gedreht haben. Und das nicht erst seit gestern, schon seit langer, langer Zeit. Das ist einfach ein Kampf, den man halt einfach auf Dauer verliert. Wenn man halt nicht dieselben finanziellen Mittel hat. Völlig normale Rechnungen. Und die Politik versagt halt leider daran. Und deswegen haben wir halt auch diese politischen Spannungen. Die Politik versagt halt schon seit längerer Zeit daran, diesen fairen Ausgleich zu schaffen. So, jetzt muss ich ja gerade mal gucken. Jetzt habe ich hier fünf. Ich brauche noch mal eine Weite. Äh... Noch mal eine Kavallerie hier wieder rein. Ach, komm, ich mir noch mal eine Infantrie. Wollen wir herrgig ausbauen? Ich glaube, langsam aber sicher ja. Ich weiß genau, was du meinst, Arkadol. Ich weiß ganz genau, ich habe auch so eine Erfahrung gemacht. Was würdest du von dem Phoenix King haben, Stranger? Glücklich. Defender von Phoenix. So, wir handeln jetzt mit den ersten Hochreiten. In der Politik ist es einfach immer so, du musst halt in dem Moment der ideale Kandidat sein in den Ortsvereinen, der gerade eben von deiner Partei als... der Richtige angesehen wird. Das richtige Alter, die richtige Meinung, das richtige Geschlecht, die richtige... äh, was auch immer. Früher auch richtige Religion, ne? War ja früher auch wichtig. Unter Kohl und so weiter und so fort. Oder unter Adenauer hätte man zum Beispiel einen Muslim in der CDU nicht erlebt. Heutzutage ist es normal. Ähm... Das ist, äh... Aber wie gesagt, da hattest du gar keine Chance. Ich stimme dir voll und ganz zu, Arkadol, dass das... dass das schwierig ist. Also selbst, wenn du die meisten Faktoren erfüllst, kann es sein, dass sie dir sagen, ja, aber... Keine Ahnung. Äh... Wenn du halt so aussiehst, dann halt nicht. Das kann schon reichen. Völlig und zu sagen, was ich damit... Was ist jetzt im Speziellen? Das hängt ja auch von Partei zu Partei ab. Und, ähm... Das ist halt einfach so eine Sache, die halt letzten Endes... Es frustrierend macht, glaube ich. Für viele. Josh meint in der Politik in den letzten Jahren die Person an und sie für sich einen größeren Einfluss auf, äh... den Wahlerfolg als das Programm. Das ist richtig. Und warum ist das so? Dreimal durfte erraten. Ich sag's jetzt direkt vorne raus. Es liegt daran, dass die Themen so mannigfaltig geworden sind. Und teilweise halt auch absichtlich in bestimmte Richtungen gelenkt werden. Ähm... Dass der Einzelne teilweise gar nicht weiß, worüber redet man eigentlich. Und dass halt auch alles politisiert wird. Also das große Problem ist einfach, dass es... Ich bin jetzt wieder bei diesem Thema Grundrauschen. oder einfach alle schreien durcheinander. Ähm... Es wird einfach so viel Lärm erzeugt, dass du als Einzelner, der vielleicht gar nicht Fachmann oder Fachfrau von einem bestimmten Thema sein kann, dass du kannst nicht überall fachlich, äh... so kompetent sein, um voll einschätzen zu können, hat denn jetzt der oder der recht? Ähm... Und dann musst du irgendwann mal eine Bauchentscheidung treffen. Oder... Du hängst dich an ein oder zwei Argumenten auf, die dir halt wichtig sind und folgst diesen beiden Argumenten. Und das ist ja auch der Grund, warum Populismus leider zur Zeit wieder so erfolgreich ist. Und folgst dann quasi diesen Leuten, die ein oder zwei Punkte benennen, die du wichtig erachtest und die dann deine Sicht aus der einen Sicht vertreten. und bemerkst dann eventuell gar nicht, dass diese anderen 98 Thesen dieser Partei deinem Interesse entgegenstehen. Und dann wählst du eine Partei, die du sonst nie gewählt hättest. Genau, Populismus leider einfache Antworten auf komplexe Fragen und das funktioniert nicht. Populismus ist per se Gift. Gift für jede Gesellschaft. Das haben wir jetzt ja auch bald. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich jetzt hier gegen die Untoten hier zu Fälle ziehen soll. Ich stelle mir das witzig vor, die jetzt zu hauen. Ja! Ich will auch gar kein Geld dafür von den anderen. Könnte lustig werden. Ich rede gar nicht so sehr vom Machterhalt. Ich rede eher davon, dass halt auch manche mit Populismus an die Macht kommen wollen. Ich meine, dass Populismus tatsächlich überall ein bisschen betrieben wird. Das ist klar. Aber es gibt halt auch welche, die halt nicht in der Macht sind und wirklich nur Populismus betreiben. Aber wie gesagt, lassen wir das Thema. Sonst gehen wir immer tiefer da rein. Das ist ein Kaninchenbau. Dann können wir auch aufhören zu spielen. Und das möchte ich nicht. So. Jede Menge Skelette können wir jetzt hier zu Knochenhills amalen. Oh Gott, wir haben schon wieder so ein blödes Gelände. Ich würde mal sagen, wir greifen von dieser Position aus an. Also von rechts aus. Und marschieren dann so darüber. So. Warte mal. Ich will mal gerade mal gucken. Was ist denn ich mich in die 1 reinnehme? Seid ihr denn alle? Oh nein, seid ihr nicht. Die werden tatsächlich als Nahkämpfer betrachtet. Ich gucke mal, wie viel Schaden ich machen kann mit ihr. Also, du gehst da hin. Ihr geht da hin. Du da. Du da. Du da. Der bleibt hier. Dafür müssten wir irgendwann mal eher einen reinen äh, lasst uns mal ganz friedliche Politikreden streamen machen. Aber ich ahne, dass der nicht friedlich bleibt. Ich kenne doch das Temperament der Menschen heutzutage. So. Und das ist das, was ich am allermeisten tragisch finde. Damit will ich quasi abschließen. Diese Thematik. Das dramatischste finde ich, dass die Menschen verlernt haben, ähm, einfach vernünftig und ruhig in Politik zu reden. Das ist der dramatischste Teil in allem. Dass man den anderen immer gleich zum Feind erklärt, nur weil er eine andere Meinung hat. Aber das sind dann dieselben Leute, die dann sich beschweren. Man dürfte nichts mehr sagen. Also meistens sind die Opfer selber die Täter. auch. Oh, ich kassier mal noch mal ein bisschen, vielleicht kommen wir dann doch mal. Die Queen marching. Make haste. It is my part. Sehr schön. Genau der Spruch, das wird man wohl noch sagen dürfen. Natürlich darfst du das sagen. Aber du musst halt damit rechnen, dass du halt die Kontra bekommst. Das muss jeder. Auch ich muss damit damit rechnen, dass mir jemand Kontra gibt. Egal, ob dieses Kontra quasi aus der politischen Mitte kommt oder aus der Linken oder Rechten. Aber das ist das mit dem Zusammenhang. Und sich dann zu beschweren, dass es jemand Kontra gibt. Das ist der eigentliche Chauvinismus. Der eigentliche Chauvinismus ist der, sich zu beschweren, dass der andere auch was sagt. Kuckuck. Das ist irre, was da passiert. Aber das ist seit Jahren so. Tja, wie viele von euch kann ich hier noch ordentlich einheizen? Hoffentlich noch ein paar mehr. Ich finde es übrigens lustig, dass ich Skelette einfrieren können. Jetzt muss ich mal gerade mal gucken. Ich will die Armee mal ein bisschen weiter aufteilen. Das wird man wohl noch sagen dürfen, dass sie hochreifend einer der kurzen Fraktion in Warhammer sind. Ja, finde ich auch. da kommen eine Menge Untote. Wie viel kostet der Zauber? 22. Ich bin ehrlich der Meinung, dass der vielleicht sogar fast zu teuer ist für das, was er kann. So, jetzt gehe ich mal hier auf Tuchfühlung mit diesen Verfluchten hier mit meinem Streitwagen. Mal gucken, wie viel Schaden die bekommen. 9200 haben sie gerade eben noch ein Leben. Und jetzt einmal hier durchflügel. Wusch. Das waren schon ein paar. Jetzt hier durch den Streitwagen. Oh, das ist sehr nice. Es ist eine Menge Schaden, was die jetzt hier anrichtet damit. Also das ist ein wirklich geiler, smoother Streitwagen. Eiei, was da alles gerade ankommt. Vertribution! Choke on ice! Strike left down! Acceptable! Die Frau ist jetzt hier eine One-Woman-Wracking-Maschine geworden dadurch. Und der kommt nicht so wirklich hinterher und das finde ich auch lustig. Hatte ich gerade eben ein Drittel der... Wow! Ich hätte einen Drachen-Follower, ja. Wow, 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 ist das heftig. Ja, jetzt ist hier kurz mal hängen geblieben, aber guck mal, selbst aus den Speerträgern kommt es easy wieder raus. Oh! Das ist ätzend, was auf der Flanke passiert. Es sind halt einfach zu viele, ne, darf man da auch nicht vergessen. So, dann fangen wir an zu schießen. For the Motherland! Sarina, advancing! Ulta Kislevites! Holy shit! Ey, nein! Du greifst da drüben, du kämpfst jetzt den ja noch wieder. Das gewinnen die ja nicht so sehr Flanke. Äh, sie hat den Götchen aufs Maul bekommen und zerfällt. Sie zerfällt immer noch. Ich kann nichts dagegen tun. Ulrika ist gleich weg. Okay, ich habe Ulrika eindeutig Tafel in Erinnerung. Tja, Ulrika ist weg. Ich schieße den Drachen ab. Dann ist das Problem schon halb erledigt. So, komm schon. Die hat schon 970 Kills, Leute. Ja, ich schieße den Drachen ab. Die Königin schieße. Sie schieße sie runter. Herz des Augen. Die Königin ist in Kraft. so ist jetzt hängt hier drin rum das will ich aber nicht so ist hier noch durch Tja, das Fräulein hat ein ordentliches Brummbrumm hier am Start, ich sag's euch. Da zerfällt die feindliche Armee. Krass, 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 krass. 1240 Kills, Tendenz steigend immer noch. Der Witz ist, da kommt sogar noch was nach und es zerfällt beim Nachkommen. Die hatten nie eine Chance anzukommen, die Blutritter, es sind Blutritter und sie sterben einfach. Oh, wie gut. Ja, was soll man da noch sagen? Sylvanische Armbrustschützen gibt's auch noch. Tja. Gleich alles wiederbelebt. Ja, also Ulrika, ganz im Ernst Ulrika, das kannst du doch mit mir nicht machen. 1243 Kills in der laufenden Schlacht, wow. Die haben 515 Skelette gemoscht. Kann man mal machen. Die Kislevittischen Kriegsschlitten sind eigentlich auch gar nicht so schlecht. Aber halt nicht so gut wie das Ding. Ich find sie bloß einfach wie immer zu viel Gemicro. Deswegen nutze, hab ich sie bis jetzt nie wirklich ausgiebig benutzt. Also höchstens eine oder maximal, also ein bis maximal zwei Einheiten normalerweise. Äh, ne, die haben sich tatsächlich gar nicht so sehr wieder aufgefüllt. Nochmal zwei Punkte. Ich nehme jetzt hier die Nahkampfabwehr und die Rüstung für die, ähm, Zarenwachen. Und sie nimmt jetzt hier einerseits die Plänkeltradition. Als auch von Ursohn gesegnet. Wodurch die jetzt hier noch mehr Nahkampfabwehr hier bekommen. Und wir nehmen das Mordheim noch ein. So, liebe Untote, das habt ihr jetzt davon. Bechhafen ist nicht in... Wo ist Bechhafen? Kappelburg? Wo ist Bechhafen? Höh? Ach, da oben. Das ist eine Provinz. Das ist immer noch ein bisschen komisch, dass es eine Provinz ist. Achso, das ist sogar noch mal ein Level ab. Mein guter Freund und Kupferstecher. So. Ja, jetzt müssen wir halt warten, bis die Olle wieder da ist, ne? Die fehlt uns jetzt halt fünf Runden. Eine Einheit Flügel-Ulan in, äh, Katharinas Armee in Ersatzpferde. Ja, die haben ja noch gar keinen Namen. Das sind die Ersatzpferde. Und warte mal, wir haben ja immer noch den Namen unsichtbarer König. Das ist jetzt definitiv für er jetzt hier. Unsichtbarer König. Zack. Das kann man abschließen. Das kann man abschließen. Und dann haben wir noch Holsteiner Schweiz. Oder geht die Städte nur bei Helden benennen? Ne, ne, das ist in Ordnung. Wir können beide... Ach, ich muss das endlich mal ändern. Wo mache ich denn jetzt die Holsteiner Schweiz rein? Holsteiner Schweiz ist auch eher flach, oder? Ich nehme immer mal, das ist die Holsteiner Schweiz. Oh, da möchte natürlich... Wieso der Hasselhoff? Warum? Warum, Cromwell? Warum? Erkläre er sich. Erkläre er sich. Warum soll diese Fraktion der Hasselhoff heißen? Wegen I've been looking for freedom, oder was meinst du denn? Äh, da, 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 da... Nee, wachstum. Dann verbessern wir hier nochmal die Verteidigung. Hier braucht es noch, hier braucht es noch. Hier können wir noch mehr Geld machen. Leader of Kislevs Warriors. Hier mache ich momentan noch nix. Das ist Geldverschwendung. Das mache ich nicht. Okay. Guten Abend, Teutonic. Und natürlich noch ein Frank. Willkommen. Provinzen selber kann man leider nicht benennen. Stimmt, das geht tatsächlich nicht. Haben die das jetzt hier eigentlich schon fertig? Nee, noch nicht. Genau, man kann nur Regionen benennen. Wahrscheinlich muss irgendetwas hardcoded so bleiben vom Namen her, wie wir es kennen. Vermute ich zumindest. Deswegen der Weltkartenansicht. Ja, wahrscheinlich. Das meine ich ja. Das ist das, was ich meinte mit hardcoded irgendetwas. Wobei man es theoretisch auch an der Weltkarte so einbauen müsste. Dann merkt man einfach mal, dass die Weltkarte nicht wirklich den Namen aus derselben Datenbank abgreift. So rein programmiertechnisch. Durrtu wurde als Lauro entdeckt. Das ist mir aber relativ egal. Dann rollen wir jetzt hier auf Niedling drauf. Mal überlegen, mal überlegen, mal überlegen. Das hat leider keine Artillerie oder sowas dabei. Die wären schon cool. Ja, komm, die nehmen wir mal rein. So als Übergangslösung. Und attackieren wir. Easy. Ich finde es lustig, dass das Spiel jetzt hier. Guck mal, daran lag man die kaputt. Ja, ähm, das ist der, der, der auch die Autoberechnung ist. Hier nimmt das Spiel an. Ich hätte jetzt mit ihr nur 51 Kills machen. Da gibt doch keinen Sinn. Mordheim in Mörpheim, um, äh, das zu kriegen wir hin. In Mörpheim. Nicht Mörpheim, Mörpheim. Äh, so. So, das hier ist jetzt Mörpheim. Und einmal Steigerwald. Der Greifenwald wird zu Steigerwald. Erledigt. Ich überspringe mal wieder. Da ist es wieder Nikolaus, der zweite, der wieder gelevelt hat. Und wieder Lebenspunkte bekommt. So, und da kommt die Sarina jetzt hier noch, haltet die Stellung. Und sie bekommt jetzt hier noch die Unübertroffenen im Oblast. Äh, die sind schon sehr tough. Die sind schon sehr tough. Zauberresistenz, nope. Hier gebe ich kein Geld aus, nein. Ich brauche kein Außenposten, nein. Das hier reiß' ich nieder. Das hier kann ich reparieren. Ich glaube, ich werde direkt danach nach Festung Oberststeyr gehen und dann Schloss Tempelhof erobern. Ready, der reiß' ich. Defender of the Evac... I, Lord of the Night. Türmein finde es schon fein, wenn es manuelle Schlacht- und Autoresolve-Kompositionen gibt. Ja, aber wenn sie völlig aus dem Ruder laufen... Ich meine, normalerweise mache ich Autoresolves ja nur dann, wenn ich weiß, ey, ganz im Ernst, diese Schlacht gewinne ich sowieso. Und, äh, ich finde es total, äh, totale Zeitverschwendung, jetzt, äh, da reinzuladen, rauszuladen, diese Schlacht zu schlagen, obwohl ich einfach nur weiß, dass ich sowieso gewinnen müsste. Und zwar spielend. Aber wenn dann einfach der Autoresolve zu sehr abweicht von dem, was in der Realität entspricht, durchbricht es auch meine Immersion. Und das ist dann halt nicht mehr gut fürs Spielerlebnis. Zumindest in meinen Augen. So, wir machen noch mal ein bisschen mehr Geld aus allen Gebäuden. Als nächstes möchte ich. Okay. Noch mehr Geschossresistenz. Ja, warum nicht? Dann rollen wir hier drauf. Wir setzen. Jetzt sind wir wieder in der Phase, wo wir einfach mal so über alles drüber rollen können, ne? Magische Reserven möchte ich als nächstes haben. Und du schließt jetzt hier noch die, die Buffung der Eiswache ab. Oh ja, die sind schon sehr, sehr gut. Tür meint, solange die Armee mit dem mehr oder weniger sein Ergebnis gewinnt, ist mir egal, wer die Kills macht. Kann deine Position aber gut verstehen. Ja, wie gesagt, ich habe das bloß hervorgehoben, weil es ein super Beispiel war dafür, dass es halt, äh, also wie schlecht im Grunde die Einschätzungsfähigkeit des Systems zum eigentlichen Spiel ist. Also wie sehr es von der Realität abweicht. Deswegen habe ich das hervorgehoben. Halten, nein. Ich möchte jetzt hier gucken, wie ich zur Arte drin komme. Hier dauert es noch einen Turn. Prag kann das hier noch ausbauen. Volksgrad kann sich selber ausbauen. Wenn man mal bedenkt, wie friedlich es jetzt hier gerade eben ist. Wir hatten ja schon deutlich schlimmere Situationen. Also das war hier alles schon mal ätzender. Die Situation ist relativ entspannt geworden. Ich würde mir nur noch überlegen, könnte man Krakatrak erobern? Hätten wir Diamanten? Ich glaube, mit zwei Armeen wäre das drin. Ich bewege die mal gemeinsam da drüben jetzt hin. Bau des Trollkönigs. Okay, was können wir jetzt hier noch? Das Stirnland gibt es noch. Die hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Das ist schön, dass du für den König spricht. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal nochmal einen Handel mit euch. Ich wirke sehr übermächtig. Ja, bin ich auch. Aber, also es ist halt leichter als früher. Keine Frage, es ist leichter. Das würde ich definitiv so sehen, dass es leichter ist als früher. Neatling, bauen wir das hier noch rein. So, nächste Kunde. Also da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was nachgebalanced werden. Das ist absolut klar. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt davon aus, dass sie jetzt dann auch an Thrones of Decay arbeiten. Und vielleicht wird es dann auch wieder ein bisschen knackiger. Hi Dodo Flowers, grüß dich. Es ist zur Zeit fast so, als, also ich habe das Gefühl, dass sie den Anti-Player-Bias weitgehend raus haben. Weitgehend aktuell mal wieder. Der war ja immer wieder mal da, mal wieder weg und mal wieder oder weg und wieder da. Und gerade eben scheint er wieder weg zu sein. Und durch die... Aber das, daran sieht man auch immer wieder, wie knifflig das Balancing ist. Dadurch, dass halt weniger Armeen unterwegs sind und die KI nicht mehr absurd so schnell Armeen hochziehen kann. Fällt es ihnen offensichtlich schwer. Ah, sehr schön. Fällt es ihnen offensichtlich schwer, jetzt halt einfach das Balancing herzustellen, um mich in meine Schranken zu weisen. Oh, jetzt weiß ich, was eigentlich der perfekte... Das perfekte Item für dich ist, äh... Die glitzernde Schuppenrüstung, das perfekte Ding. Gar nicht so sehr etwas, was man aktiv einsetzen muss. Und du nimmst jetzt den Helm der Zwietracht. Das Schwert des Haders? Nee. Was mache ich denn da mit der immer volle Kosch-Atem? Okay, das gebe ich ihm jetzt ihm einfach mal. Weniger Korruption verbreiten? Nee, das will ich nicht. Mehr Kampagnen-Sichtfeld. Oh, doch. Was meinst du damit, was ist das letzte Offizielle? Friedrich, meine Meinung nach, hattest du teilweise auch Glück, dass dich weder Vlad noch Festus noch Arzak früh angegriffen haben. Das ist richtig, ja. Das ist natürlich absolut... Wir haben ja vorhin am Anfang des Films darüber geredet, dass ich da schon Glück hatte. Meiner Erfahrung nach kommen die häufig sehr früh vorbei und teilweise gleichzeitig. Und Astragos ist auch häufig schon früh in der Runde da. Ja, aber wie gesagt, ich habe ja auch wieder sehr, sehr vorsichtig Diplomatie getrieben. Ich habe nicht zu früh mit anderen Fraktionen nicht Angriffspakte gemacht. In dem Moment, wo du zum Beispiel mit irgendeiner imperialen Fraktion nicht Angriffspakt machst und die wird gerade eben insbesondere gehasst durch Arzak oder durch Drücher oder so, dann hast du sofort mit Arzak und Drücher Krieg. Wenn du allerdings diese Diplomatie erstmal herauszögerst, also quasi so eine Art Isolationismus betreibst, dann habe ich die Erfahrung gemacht, lässt sich die KI weitgehend in Ruhe. Ja, dann tut sie so, als ob du... Also dann hat sie keine numerischen Werte, mit der sie dich verrechnen kann und lässt sich erstmal außen vor. Sie sieht dich also jetzt nicht quasi als große Meta-Bedrohung an. Tja, auch das wird einfach. Auch das wird einfach. Schloss Temp-Lof ist gefallen. So, und wir sind übrigens erst Level 29, ne? So, jetzt machen wir noch den Eisschild. Die gesamte Armee bekommt noch mehr Rettungszauber. Wir gönnen uns das Herz des Winters. Jetzt haben die alle 8% Rettungszauber. Was machen wir jetzt mit ihm? Ich will, dass er mehr Schaden machen kann. Die Nariska ist auch schon ein höheres Level. Ich gebe ihr jetzt noch Halte die Stellung. Dann bufft sie jetzt hier noch ihre umgebenden Mitkämpfer auch noch gewaltig nach oben. Ganz genau, Friedrich. Das ist halt das Ding. Im Multiplayer ist es natürlich unter Umständen auch ein bisschen anders, ne? Weil das Spiel dann wieder die Sachen anders verrechnen muss. Äh, das hier lassen wir mal gerade, wie es ist. Jetzt läuft er hier durch die Gegend und will Ärger machen. Ich bewege dich jetzt hier nach Süden. Ich lasse dich ja noch stehen, bis der andere da ist. Helgik hat nun endlich eine weitere Entwicklung. Hier könnte ich jetzt mehr Holz machen. Nein, ich mache noch mehr Wachstum. Wolfenburg kann noch mehr Gold machen. So, das hier bauen wir auch auf. Noch mehr Wachstum bitte. Noch mehr Kontrolle. Wie gesagt, das hier lasse ich alles gerade eben noch. Zuffbar, will ich immer noch kein Ding ins Bauen. Ist Geldverschwendung. Militärischen Zugang, ne? Verteidigungsbündnis mit Zerland. Herr damit. Prinz of Fire. Iron Armour. Äh, und das war es auch schon wieder mit der Information. Okay. Vlad müsste langsam um Gnade kommen. Ich bin gespannt, worauf es tut. Er will jetzt wieder, dass ich denen den Krieg erkläre. Das kann ich leider nicht tun. Ich muss mal gleich mal gucken, ab wann der kurze Sieg mit ihr erreicht ist. Es könnte sein, dass wir auf einem guten Weg dahin sind. Die Hochreifen bekommen hart auf die Nischel. Okay. Ah, ich glaube, jetzt geht's los. Der große Krieg unserer Zeit? Fragezeichen. Archer und hat jetzt wohl seine Kräfte gesammelt. Und kommt. Das Schöne ist, wir werden höchstwahrscheinlich vorbereitet sein. Zuchtbar wurde konföderiert. So, was kannst du jetzt noch lernen? Mehr Kontrolle. Ne, ich nehme die Forschungsrate. Hahaha. Seine Chaos-Bundestacks werden die Apokalypse bringen. Nicht. Jetzt disst den Armen doch nicht so. Hahaha. Der kann doch auch nichts dafür, dass er nichts drauf hat. Ähm. Wir werden das jetzt hier direkt noch einnehmen. Kiesleven-Jews. 41 Mann habe ich verloren. Das ist schon mal original Nix. Tja. Da hat der Eishof jetzt hier allerdings erstmal gezeigt, was er drauf hat. Oh, Verlustverstärkungsrate. Ja, noch mehr Bonuspunkte. Das habe ich völlig vergessen. Ja, wir heilen jetzt halt einfach absurd nach oben. Vor allem, wenn die beiden hier drin sind. Die Armee ist wahrscheinlich nach jeder Schlacht voll einsatzbereit. Wo ist der dritte Eisengel? Der muss gerade eben immer noch seine Wunden lecken. Wird allerdings in einer Runde wieder da sein. So, du gehst jetzt hier runter. Nice. Wir gehen jetzt erstmal auf noch mehr Kohle. Dann hätte ich ganz, ganz gerne natürlich noch... ...das hier. Auch wenn wir es nicht mehr unbedingt brauchen. Und last but not. Wir haben die Kohle nicht. Verdammt, wir haben die Kohle nicht. Dann spare ich so lange. Was ist hier? Rosina, ready? Госpodar, my blood. It is my right. A true action. Also, die gehen jetzt hier gemeinsam davor. Ich hoffe, dass sie dumm genug sind, hier in den Hinterhalt zu rennen. Dann ist der Weg frei für uns. Nein, ich baue immer noch keinen Außenposten hier. Das hier können wir wieder niederreißen. Das hier können wir behalten und reparieren. So. Wirklich eindrucksvoll ist die Armee nicht, die er sich uns jetzt hier entgegenstellen lässt. Vladi, 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 das sieht nicht gut für dich aus. Also, Vladi ist durchaus bereit für einen Fliegen. Nur ich bin es nicht. Sigmas will. Billiger. Was ich übrigens schön finde, ist, dass ich mal wieder ein Spiel spiele, bei dem ich derjenige bin, der Angriffsbefehl erteilt. Also, ich bin derjenige, der attackiert. Sonst war das bis jetzt immer so, ihr wisst, ihr erinnert euch vielleicht, ich habe immer wieder betont, dass ich teilweise nie auch nur irgendeinen Krieg erklärt hatte in Total War War immer. Und immer derjenige war, dem der Krieg erklärt wurde. Und das ist jetzt zur Zeit vorbei. Was aber auch nicht daran liegt, dass die KI so etwas grundsätzlich nicht mehr alleine tut, sondern auch, dass sie sich nicht mehr so mächtig fühlt. Die KI neigt halt dazu, anzugreifen, wenn sie sich mächtig fühlt. So kennt es Friedrich auch, ja. Hi. Der Krieg ist ja der Apokalypse ist da. Heiser, heiser, hopps, heiser. Der war schneller da, als ich gedacht habe. Und es hat geklappt. Sie sind uns voll jetzt hier in die Falle getappt. 40% kann man auch mal klappen. Tja, das ist ein Problem. Die Zerstörung hier von Norden sind wir nicht wirklich vorbereitet. Wo ist sie denn jetzt? Sie ist jetzt hier hinten. Ja, irgendwie haben sie jetzt schon das sinkende Schiff verlassen. Ich besetze es nicht. Ich will es nicht so sehr kaputt machen. Mein Einkommen ist jetzt sehr, sehr schön hoch. Ich mache noch mehr Gold. Das hier brauche ich nicht. Und du marschierst jetzt hier runterwärts und sollst dich dieser Armee anschließen. Okay. Okay. Der begleitende Kommandant. Ne, ich mache jetzt mal, dass er das jetzt selber noch besser kämpfen kann. Ich weiß nicht. Vielleicht behalte ich dieses Mal den Scheiß auch. Ich bin ernsthaft am überlegen, ob ich den Kram behalten soll. Warum sollte ich es dem Imperium jetzt zurückgeben? Ich bin da jetzt, äh... Einfach ein bisschen gierig. Ich gebe ihm mal Talsproteil. Tors Schlachthymne. Ne, die Hofeliede brauchen wir eigentlich nicht bei dem. Ich gebe ihm noch mehr Rüstung und Feindes hier. Aber das ist das, was er braucht. Und du nimmst noch mal einen besseren Hagelsturm. Und den beißenden Windmalitz als Zauber mit auf. Und die können jetzt halt tatsächlich das Ding hier... angreifen. Aber Moment. Ich will nicht, dass das Olle Vieh dabei stirbt, was wir jetzt gerade eben dabei haben. Das würde mich nerven. Jetzt. Vielmehr. Plünder und Besetzung. Krakatrag ist unser. Und damit auch diese Diamanten. Die Beteiligungsanlage mit rein. Bödes Wagen waren Fluges, habe ich noch mal genommen. Jetzt kann ich dich hier wieder rausbewegen, dass ihr nicht mehr hier sterbt. Leader of Kislev's Warriors. Mann des Landes. Ja doch, das nehmen wir. Ich werde Verlustversteigungsrate. Das ist sehr cool. Also Mann des Landes ist ein cooler Trade. Hier Kampagnen-Sicht, Erfolg-Chance für Hinterhalt und noch mal Verlustversteigungsrate. Hinterhaltsleger. Finde ich komisch, dass hier quasi, hier ist der Bonus für Hinterhalt und das Ding heißt Hinterhaltsleger, hat aber keinen Hinterhaltsbonus, sondern nur einen Bonus für die Bogenschützen. Also für die Armbrustschützen. Also nicht mehr für alle Bogenschützen. Das finde ich ein bisschen enttäuschend. Mann des Volkes ist auch nicht schlecht, aber tatsächlich finde ich Mann des Landes unterm Strich besser. Oh, Space Marine 2. Hoffe ich, dass ich das auch machen darf, Leute. Hoffe ich wirklich. Das wäre cool. Oh. Okay. Gucken wir mal auf die Diplomatie. Avaland. Hallo Avaland. Die Bibbern alle gegen uns. Die sind einfach alle im Bibbern. Cromwell meint, ich hoffe die FPS bleibt bei 10.000 Models stabil. Ich habe eine RTX 3090 immer noch. Ich habe jetzt gerade eben erst erfahren, dass die immer noch besser ist als die 40, 70 Ultra. Also, ich bin guter Dinge. What news do you bring to the ice throne? Ne, mit denen will ich gerade keinen kriegen. Ich habe genug Kriege. Destroyer hat eine 30, 60 in Aufgenutzt. Was meinst du mit Aufgenutzt? Was heißt Aufgenutzt? Ach komm, es hat da. Sorry, it's a blow in our race. Genau, ich habe gerade eben dran gedacht, Ben-Dena, wo du gerade mich daran erinnerst. Wirklich. Ich gucke jetzt. Aber es ist auch gut, dass du mich erinnerst. Es ist immer gut, dass du mich so an was erinnert. So, oh Gott, die hat gerade eben viele Trades bekommen, die Frau. Also. Siegbedingungen. Noch zwei Siedlungen. Ich brauche nur noch zwei Siedlungen, dann haben wir den kurzen Sieg. Das sollte nicht das Problem sein. Eins haben wir schon. Jetzt fehlt nur noch eine Siedlung. So, als würde ich, dass sie wieder in diese Armee jetzt hier irgendwie reinkommt. Dafür schmeiße ich jetzt den Kerl hier raus. Du steigert jetzt hier wieder unsere Mobilität. Und du nimmst es den Mentor aus. Es ist mein. Jetzt wird es halt schwierig, diese eine Siedlung noch zu bekommen. Hm. Ich glaube, ich marschiere mit denen da hin und greife Winterfeuer an. Wäre jetzt so meine Idee. Ah, ich habe einen neuen bekommen. Cool. Nördliche Sylvania, noch mehr Geld machen. Konfidoriere einfach den Opa? Welchen Opa? Ich kann niemanden mehr konfidieren. Die Zeit meiner Konfideration ist vorbei. Es gibt keine Fraktionen mehr, die ich konfidieren könnte. Das ist gerade eben so ein bisschen das Problem. Ach so, den. Das passiert automatisch, ja. Aber nicht sofort. Wenn das hier durch ist, dann ist es soweit. Weaver of the Frosts. Genau, das geht nur über den Wettkampf. Ganz genau. Also die große Orthodoxie, meinst du? Ja, ja. Also das, darin arbeiten wir, ja. Und es geht schneller, umso mehr Gebäude ich baue. Weil ich ja immer noch Dasch anbete. Cromwell schreiben. Mörbs, begrüßung. Hallo, meine lieben Freunde und Freizeit-Strategen da draußen. Wir spielen heute hier Space Marines 2 und wir im Hintergrund hören können, der explodiert gerade eben mein Rechner. Nee, also ich glaube, so schlimm ist es tatsächlich nicht. Ich habe ja seinerzeit auch, wie heißt es, World War Z mal gespielt. Und das war auch sehr, sehr auffällig. Sau viele Models und das ging auch ganz gut. So, mehr Verteidigung hier rein. Oh, der steht jetzt hier allerdings in der gesamten Armee bereit. Nee, dann gehen wir doch wieder zurück. Dann gehen wir zurück. Ich weiß, wo ich meine letzten Siedeln herbekomme. Da. Easy. Tada. Ah, nee, ich brauche... Ah, nee, der kurze Sieg. Da fehlen mir noch die 600 Befürworter. Ah, verdammt. Ich muss jetzt hier die letzten Befürworter noch irgendwie herzaubern. Verflixt. Also, Leute, baut so viel ihr könnt. Das ist der schnellste Weg, das jetzt hier hinzubekommen. Jetzt gibt es hier eine Wirtschaftsinitiative. Die Siedlungen haben wir jetzt auf jeden Fall. Genau, zu früh gefreut. Wir arbeiten daran. Es wird uns nicht aufhalten. Hm. Wächter der Zarina. Nee, ich gebe jetzt das hier. Und... Loyalität zum Mutterland. Ja, dann gebe ich ihr jetzt bei unserem Blute. Das hätte ihr eventuell mal helfen können. In ein oder zwei Situationen. Das hier behalten wir. Ach, das können wir eigentlich auch behalten. Das hier reißende Lilo. Hier können wir auch noch mal ein oder zwei Dinge errichten. Moment. Einmal das da. Einmal das da. Das da. Das da. Das da. Wir bauen noch das hier aus. Wir bauen noch das hier aus. Talapain bauen wir auch noch einiges aus. So. Kann ich irgendwo noch... Ja, hier oben kann ich noch ausbauen. Hier mache ich nix, weil das wird sowieso demnächst zerdeppert. Aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg, den kurzen Sieg hinzubekommen. Prag verschlingt Unmengen an Gold beim Ausbau. Ja, das tun viele Siedlungen, wo es jetzt nicht unbedingt ideal vom Klima ist. Aber wir hatten gerade 30.000. Also... Und wir haben ein geiles Einkommen von über 6.000. Mir tut Bogus in der Reiche des Chaos leid, meint Cromwell. Er ist da von Chaos-Zwergen umgeben. Stimmt. Der startet ja in den schwarzen Landen. Wobei ich es eigentlich recht angenehm fand damals mit ihm, als ich das zum ersten Mal geplaytestet hatte. Aber das ist halt auch schon ewig, ja. Das ist noch zum Release gewesen. 5.13 Uhr, guck mal. Also das dauert auch nicht mehr lange. Kritiker bauen wir auch noch weiter aus. Ich glaube, Schwarzhafen fällt jetzt gleich in die Hand von den Zwergen hier. Und dann ist das Thema mit den Untoten hier erledigt. So, ihr geht da noch lang. Ihr haltet hier noch die Stellung, falls das Chaos vorbeikommt. Das ist nämlich hier... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich nehme die Bärchen. Damit Volksgrad sicher verteidigen können. Ich werde den Pass von dir trainieren. Schloss Drakenhof. Da brauchen wir noch mehr rein, damit es schnell geht mit dem weiteren Ausbau. Candy hat eine Frage. Bei Yuanbo, um die Verstärker zu bauen, muss ich die Siedlungen besitzen oder reicht ein Verteidigungsbündnis? Du musst die Siedlungen besitzen. Also sie müssen wirklich leider deine sein. Soweit ich mich erinnere. Ich meine, ich habe mich damals sogar im Let's Play geärgert. Oder ich hatte Angst, dass einer meiner Verbündeten nicht mit mir konfederieren wollte. Aber ich weiß es nicht mehr so richtig. Oh, die wollen ein Friedensangebot? Können wir machen. Ich habe sowieso Ärger mit dem Chaos. Also das heißt, du musst entweder die konfederieren oder irgendwie es schaffen, dass sie diese Siedlung nicht mehr haben. Sodass sie du dir holen kannst. Nagenhof ist ja... Nee, wir müssen... Ich hau jetzt die hier raus, weil ich jetzt hier die Artillerie reinnehmen will. Die ich jetzt hier auch rekrutieren kann. Ich nehme wieder Dash. Weil wir es nämlich bald geschafft haben, wenn wir weiter bei Dash dranbleiben. Die beiden Leveln wieder. Du kannst jetzt hier... Rang bei der Eisjungferne... Ja doch. Und bei dir... Pragmatische Verteidiger, Rekrutierer... Und Rekrutierer... Ne Tier 5 Siedlung ist 100.000 Gold wert. Was ehrlich gesagt absurd ist. Ach, der hat auch Level. Günstiges Infanterie... Als ob ich jemals großartig Kavalerie machen würde. Oh, 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 oh. Ich hab kein gutes Gefühl bei dem, was hier auf mich zukommt. Lass mich grad eben mal hier... Woanders erstmal noch Dinge errichten, bevor ich jetzt hier mein Geld verschwende. Genau, Helgik. Da können wir jetzt... Das noch reinbauen. Und da verließen ihn so langsam aber sicher seine Geldmengen. Ich mach schon 9.000 Gold, Leute. Ich könnte demnächst auch nochmal ein paar weitere Armeen aufstellen. Die Eisgäste. Mein Ziel ist es jetzt nur noch den kurzen Sieg jetzt hierher zu stellen. Und ich glaube, wir dominieren halt trotz allem. Also selbst wenn jetzt A schauen kommt, ich hab ein gutes Gefühl. So Leute, denkt auf jeden Fall auch daran, morgen Abend 17 Uhr schauen wir uns den neuen DLC Primal Fury an. Von Age of Unders 4. Freu ich mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ja, geil. Ein heldenhafter Sieg. Ja, hauen wir sie mal weg. Da haben sie sich gerade eben geschritten. Äh, ich warte ehrlich gesagt, glaube ich sogar noch auf einen Code. Ich glaube, ich hab noch gar keinen. Ich hoffe, ich muss nochmal gucken. Ich glaube, ich hab noch gar keinen Code. Es kann sein, dass erst noch einer kommt. Wir nehmen die diplomatischen Beziehungen mit Menschen. Deft, du musst arbeiten. Dann kannst du es auch immer an Katern gucken. Was ja auch toll ist. Hoffe ich so. Die Siedlung haben sie komplett in Ruhe gelassen. Und hier, hier machen sie jetzt einen Angriff. Oh, das ist Archie selbst. Ach, du Kacke. Aber das wäre sogar eine Schlacht. Wie cool wäre sie zu schlagen, wenn er vorbeikommt. Also, dann würde ich jetzt hier tatsächlich diesen kleinen Grom zweimal mit reinnehmen. Dann haben wir nämlich hier eine ordentliche Artillerie noch für unsere Truppe. Dauert halt zwei Törns, bis das Ding drin ist. Naja, Belrea, du kannst es alles nachlesen. Das haben wir ja schon im Grunde bekannt gegeben. Moment, ich guck mal gerade eben. Primal Fury. Was du öffentlich einlesen kannst. Also, es gibt jetzt vier neue Reittiere. Elefanten, Mammuts, Säbelzahntiger, Krokodile. Es gibt neue Tiereinheiten. Mammuts, Elefanten, Säbelzahntiger, Krokodile. Inferno, Kolosse, Pestilenz, Krokodile. Neue Reichsinhalte, Sturmkronen, Inseln als neue. Ein Reich, Feind, also eine neue Map. Neuer Skin für die Benutzeroberfläche. Und zwei neue Magiebücher gibt es. Und urtümliche Kulturen. Also, du kannst aus... Du kannst also eine Kultur... Es gibt also sieben verschiedene neue urtümliche Kulturen, die du auswählen kannst. Das ist also schon einiges. Das kannst du alles lesen. Commander of the Soldier. Auf deren... Also auf der Steam-Website findest du das sogar schon direkt. Verbesser nochmal den Eisschild bei ihr. Und jetzt sind die hier schon sehr gefährlich nah. Das ist eigentlich... Verbesser... Das ist hier noch... Hier spare ich's mir, tatsächlich noch was zu bauen. Das geht eh alles nur kaputt. Mal gucken, wie lange es dauert. Wir können aber nicht lesen, nur schreiben. Wir sind nur einfach ein Ungolvögel. Der hat den Nicht-Angriff-Packen mir beendet. Lustig. Deswegen habe ich sie ja vorgelesen, schon will. Jetzt bin ich gespannt, ob er hier direkt angreift. War ja schon dran. Ich glaube, er war noch nicht dran. Da kommt er jetzt. Nee, er greift noch nicht an. Schönen guten Abend an Pantheos. Oh, sind sie auch schon beim Bau des Treukönigs. Eieieieieiei. Ja, ich habe den Norden vernachlässigt für den Süden. Aber... Wir werden umso stärker zurückkehren. Druzina, stand ready. Hallo, ich will... Ich will die Armee anklicken. Druzina, ready. Ich kann gerade schwer beurteilen, ob ich das gewinnen würde. Ich schaue mir das nachher mal an. So, Mörpain wird ausgebaut. Hier rekrutieren wir gerade eben noch Truppen. Wolfsgrad kann seine Verteidigung noch weiter ausbauen. Du levelst. Du Eishexe, du. Die Höllengrube kann aufgestuft werden, wird halt ewig dauern. Wir können... Nee, das hier mache ich noch nicht. Das könnte jetzt hier alles schief gehen. Eine neue Armee muss her. Ja, früher oder später auf jeden Fall. Ach, jetzt willst du doch wieder ein Bündnis haben. Das muss ich wieder ein militärisches Bündnis mit ihm. Aber das bricht manchmal einfach ab. Das ist manchmal echt seltsam. Also mit der großen Orthodoxie Bündnisse zu machen, ist ein bisschen buggy. So, jetzt sind wir hier schon bei 452. Da ist kein größer Eiswitch. Defender of Kislev. Geht's out. Wenn man ihn jetzt hier schlagen würde. Destroy the champion of Kislev. Könnte mein Archer und in den Rücken fallen. Lasst mich das mal probieren. Ja, die goldene Kriegerin war schon im Gefecht. Schon ein paar Mal. Okay, wir machen jetzt euch hier die Nummer 1, Leute. Die Monster packe ich allerdings eher auf die Flanke. Euch packe ich auch auf eine Flanke. Denn ihr könnt ja schießen. Die wurde gerade und sagen, greift er an. Nein, er greift nicht an. Do not give him cause to turn from us! For the throne! Eich serve Kislev! Observe my location! Kursars! ja die drehen sich ein das wichtige soll sie zusammenschießen ja 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 Sehr gut! Patriarch! Defender of Kistler! Priest of Kistler! Priest of Kistler! Priest of Kistler! Priest of Kistler! Und schon hat's begonnen! Die schießt auf ihn hier! Jetzt nehmt euch mal ein Ziel, Leute! Priest of Kistler! Der metzelt mir hier tatsächlich die normalen Kistlerbieten gerade eben weg. Das tut weh! Priest of Kistler! Das tut weh! Warrior and Leader! Meine Fresse wie die Männer draufgehen! Wir verlieren die Schlacht! Ich bin überrascht, wie wir aus dem Auge kommen. Wir verlieren die Schlacht. Wir verlieren die ca. Unser Beschuss wirkt zu wenig! Oh, 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 oh. das war wirklich problematisch okay und das war heftig und der hat gegen ihn ja gar keine chance dass der army los ok ich bin an rock einfach mal so abgeprallt sie sich zurück sie musste sterben das muss das immer noch verlangsamt gerade eben durch irgendwie ein frost effekt ok diese armee ist de facto ausgelöscht das kann man auch nicht immer so mal neu spielt genau einfach deleted ich bin gerade ehrlich gesagt beeindruckt wie die uns weg gehauen haben als ob wir nichts könnten ja ich habe gegen noskar verloren richtig chrome wird ich bin gerade selber ein bisschen überrascht und die haben noch einiges auf lager also es war es war ja nicht mal knapp ok müssen wir jetzt einfach mal so akzeptieren mein freund das dumme ist er wird das jetzt hat auch nicht überleben das was es hier auf uns zukommt ist das todeskommando der eis jung verbringt mir gerade eben nichts moment hier kann ich ein patriarchen herstellen ich nehme einen waffen meister dass ich diese armee hier noch anschließen soll nee da kann ich nichts machen das tut weh die neue armee wäre schon nicht schlecht ein einziger tier 1 war reist alle mit in den abgrund ein bisschen schon woran hat es gelegen dass die einfach härter waren als wir dass sie uns innerhalb kurzer zeit weggeholzt haben ganz im ernst ich habe so was ehrlich gesagt seit jahren nicht mehr gesehen dass die ki so über einen drüber gerollt ist also die sind ja die haben uns kommt also der spruch kommt einfach deleted von pantheos max war absolut richtig wir wurden die wurden einfach gelöscht das war einmal durchfegen mit dem besen was wir gerade eben erlebt haben kromwell meint throck ist aber auch der fraktion als laute der einzige der bei den norsen was taugt das kann man so sehen also ja throck ist mächtig aber normalerweise bufft throck jetzt die normalen chaos barbaren nicht so sehr der bufft halt seine monster normalerweise darin ist er stark deswegen bin ich gerade eben ja so irritiert guck mal er hat einen von diesen neuen auserwählten helden ich glaube aber tatsächlich das jetzt gegen ihn hier gewinnen müssten weil er hat keine weitere verstärkung und wir haben als sauviel fernkampf also sein hauptangriff findet an zwei stellen statt einmal hier und einmal auf der anderen seite ich würde tatsächlich sagen dass ich jetzt hier eine menge leute auf diese mauer stelle das wäre jetzt hier so mein plan a und den brauchen wir nicht so dann bauen wir mal ein paar hellebardiere hier auf weil ich glaube dass wir sie wirklich an den toren schon abwehren können es kann aber auch sein dass ich mich hart irre da habe ich die da hinten noch ich die truppe mir noch hin ich habe ein paar weitere schützen einheiten aber ehrlich gesagt würde ich ne 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 ich weiß wie ich das mache ich nehme euch hier nochmal von der mauer ich stelle euch dahinter hin und nehmt wieder auf die mauer drauf dann stelle ich euch noch dahin und die sind alle hier ja dann stellen wir euch hier noch hin die gehen dann hier voll auf das was die mauer klettert fallen das alles weg dann haben wir hier nochmal eine einheit euch stellen wir da noch hin auch nicht unbedingt ideal aber wir stellen euch hier hin du stehst hier die kavallerie stellen wir komplett hier hin er steht hier noch mit dabei er steht hier noch mit dabei und du unterstützt hier wo die große masse kommt mit einem zaubern dann bauen wir noch türme ein turnier wie gesagt da wo halt die meisten gegner kommen da machen die türme hin und dann let's go so wenn jetzt hier in die reichweite kommen erwarte ich dass meine schützen die wegräumen nett die versuchen es hier dumm sind sehr nett schlar mag dich froß Das hat ja fast gar keinen Schaden gemacht. Ich wollte gerade schon fragen, wann die anfangen zu schießen. Hallöchen, Björn Scott, willkommen. Die Möbelste, die Möbelste! Äh... Okay. Hier greift die jetzt hier noch mit an. Dann brauchen wir nochmal einen gescheiden Turm. Hier nochmal einen gescheiden Turm. Hier wird nichts angreifen, das heißt du kannst da rüber. Also die Chaos Krieger hier haben es zum Glück schon so gut wie hinter sich. Du stellst dich hier noch hin. Hier schießt die noch wunderbar zusammen. Die Hauptstreitmacht braucht halt noch so wie es aussieht von denen. Die sind noch gar nicht eingetroffen. Wir gehen hier rüber, bauen einen weiteren Turm hier. Okay, du greifst hier mit an, du gehst da mit rüber. Euer Ziel ist, die da zu verfolgen. Nee, ich greife die an. Ich habe überlegt, ob ich sie nicht angreife, aber doch mal greife. So, der Riese, wenn wir uns jetzt dran glauben. Ihr geht euch ja mal ein bisschen ein. Hier wurde die Mauer eingerissen, was jetzt nicht so ideal ist. Ihr geht hier runter. Ihr geht hier hin. Und ihr geht da hin. Okay, der Riesen muss weg. Der Riesen muss einfach weg. Leider hat die Zauberin so was aussieht gefallen. Irgendwas ist ja immer. Irgendwas ist ja immer. Mehr Turme. Hier noch ein Turm hin. Und nachher nochmal ein Turm hin. Aber ich glaube, hier gewinnen wir das Ganze jetzt hier gerade eben. Ja, also hier haben wir gewonnen. Hier können wir also in diese Richtung gehen. Hier verfolgt diesen Trupp hier. Hier macht euch das wieder alle. Die da alle euch doch wieder hier reden. Ja, ich bin überrascht, wie kacke das hier gerade eben läuft. Was ist mit euch passiert, um Gottes Willen? Da hat aber jemand die Ordnung nicht ausgelöscht. Ja, mach diese Horrors, alle. Noch ein Turm bitte. Wie gesagt, nur falls in die Nähe reinkommen oder so. Man will sie ja gebühren im Schwang. Also hier bricht tatsächlich die Verteidigungslinie ein bisschen zusammen. Da waren sie stark. Die Verteidigungslinie ist immer im Krieg alles sehr einfach. Aber das Einfachste ist schwierig. Und Wirb, ach irgendwas ist ja immer. Ja, ist doch wahr. Okay, ihr kommt und attackiert die hier. Ihr habt hier irgendwie nichts mehr zu tun. Ihr werdet hier auch nichts mehr zu tun haben. Also kommt mal hier rüber. Hier haben wir gewonnen. Jetzt geht es nur noch darum, endgültig zu gewinnen. So, ich will euch hier auch jetzt hier drüben haben. Tja, die Situation hier bleibt durchwachsen. Es könnte sein, dass Arche und vielleicht alleine zu viel für uns ist schon. Im schlimmsten Fall ist Arche zu viel. Und das werden gar nicht packen. Also ihn alleine nicht. Oh, die Kabler jetzt hier. Die haben sich jetzt hier wieder gesammelt. Also seine Armee ist so gut wie weg. Oh, der ist gar nicht unerschütterlich. Okay, dann schaffen wir ihn doch. Weil, wenn Arche auch unerschütterlich ist, dann ist es sehr, sehr schlecht für uns. Okay, wir haben ihn abgewehrt. Das soll mir reichen. Waren zwar üble Verluste, aber wir haben ihn abgewehrt. Das Worst Case Szenario blieb uns erspart. Sag ich jetzt mal. Naja, es gab zwei Worst Case Szenarios. Einmal verlieren und einmal er ist unerschütterlich und deswegen verlieren wir. Und sie ist wirklich leider tot, verdammt. Nee, das versuche ich nicht. Den kriegst du auf seinem Gaul nicht wirklich getötet, Hydro. Aber ich glaube, das weißt du selber. Deswegen lächelst du auch so. Ich ahne, du weißt das. Genauso wie ich es weiß. Okay, im Moment haben wir es geschafft, Arche und dafür abzuhalten. Ja, und es passiert das, was ich so zu sagen. Verdammt. Das habe ich befürchtet. Aber er hat Arche und besiegt. Ein netter Bonus-Stack hier. Gesegnete Helm, okay. Die wilde Jagd endet. Ja, 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 ja. Plus 40 Diplomatie mit Orthodoxie. Hallöchen, Clan Gedden. Es läuft okay. Ich kann mich nicht beschweren. Jetzt, wo wir auch unsere finale Armee endlich haben. Läuft es eigentlich ganz gut. Dann bekommst du zum Nahkampfabwehr, liebe Ulrika. Wir haben jetzt auch noch mehr Geschossresistenz für unsere Einheiten. Und ich wäre jetzt ein Fan davon, mehr Geld bei den Hauptkettengebäuden noch zu bekommen. Ja, wir machen jetzt 12 K pro Runde. Wir müssen so langsam aber sicher gucken, dass wir unsere Situation verbessern, was unsere Einheiten angeht. Also ich rekrutiere jetzt hier dann doch wieder einen Kommandanten. Jetzt, wo wir den einen verloren haben. Ich nehme wieder einen Drushina. Ja, das ist wieder Kacke. Ich nehme den Zuversicht. Oh ja. Oh ja. Und was rekrutieren wir da jetzt am besten rein? Also wir können jetzt hier schon ein nobles Volk rein rekrutieren. Ich bin mir nicht so sicher, was ich für den Strelzi zu halten habe. Ich nehme jetzt erstmal diese Jungs hier. Und ich nehme auf jeden Fall drei Strelzi. Dann gönne ich mir auf jeden Fall auch nochmal einen von denen hier. Der ist ein Festungswart, ein eigenem Territorium, Stratege, Taktiker. Ich nehme den Festungswart. Dich lasse ich mal hier so. Needling wird ausgebaut. Ja, jetzt gebe ich ihm doch noch die Ruhe. Er hat es sich verdient. Verteidigungsanlagen ausbauen. Das hier ausbauen. Er holt sich wieder Units ran. Eine Zauberin wäre toll, aber die kriege ich jetzt so leicht. Ja doch, ich kann hier sowas ihm hier geben. Taktiker. Das ist besser als nix. Dann bauen wir das hier aus. Das hier. Und noch mehr Befürworter pro Runde. Zip. Zip. Das hier reparieren wir nicht. Das hier bauen wir aus. Und dann machen wir noch diesen Bein hier rein. Und dann durften wir es jetzt hier in ein oder zwei Runden endlich geschafft haben, den kurzen Sieg zu erringen. Das ist einfach dieses Ziel, was ich mir für heute gesetzt habe, Leute. Ich will diesen kurzen Sieg. Kannst du nicht in Prag Kommandanten mit höherer Stufe rekrutieren? Ich glaube nur, wenn ich es geforscht habe. Ich habe Prag noch nicht so dermaßen ausgemacht. Wieso sollte das in Prag gehen, Hydro? Also ich weiß es einfach gerade eben. Vielleicht weißt du etwas, was ich gerade eben nicht weiß. Oh ja, Kromwell, Valkia. Plus 10 auf Magiereserven. Kurzer Sieg. Ja, sehr sinnvoll für Korn, ne? Das wirkt schon beinahe wie eine Schmähung von Korn. Doch das Spezialgebäude. Ich gucke gleich mal. Aber ich will eigentlich gar nicht in Prag einen Kommandanten rekrutieren. Ja, da kann ich wie gesagt nichts machen. Ich kann in Prag gerade eben keinen sinnvollen Kommandanten rekrutieren, der sofort Truppen rekrutieren kann. Ein brutales Geschäft. Ja, sind wir schon bei 86. Also nächste Runde wird es soweit sein. Vokale Rekrutierung. Nee, ich mache die Baukosten. Nee, ich mache die Baukosten. Keine sinnvollen Gebäude. Und das hier würde mir halt Boni... Ja, jetzt kann ich es machen. Jetzt könnte ich hier die... Oh, 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 oh. Da habe ich aber was dagegen, Freunde. Sogar sehr. So, die bleiben hier stehen. Das hier baue ich noch aus. Dann baue ich noch das da. Das da und das da. Das da noch. Ähm, das dauert mir zu lange. Ich muss erst noch Truppen rekrutieren. Moment. Noch einen vierten. Dann hole ich mir noch... ...die Speerträger-Duts. Von der Truppe. Wir bauen noch das hier aus. Das und das hier. So. Haben ein gutes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl, Leute. Ja, die zwei Stufen machen es im Kohl nicht so fett. Das wäre was anderes, wenn wir da noch was anderes hätten. Was die Boni noch weiter nach oben treibt. Sicherlich wäre es besser gewesen, aber der Unterschied ist marginal. Ich glaube nicht Hydro. Ich glaube nicht per se. Zumindest nicht global. Also jetzt für den kurzen Sieg würde ich halt plus drei Stufen bekommen. Dann würde ich... Dann machen zwei Sinn. Dann hat man nämlich von Anfang an Level 6. Und von Anfang an Level 6 zu haben, ist nett. Und da ist der kurze Sieg. Und wir... Was? Ich kann dem den Krieg erklären? Warum sollte man das tun? Gerade eben noch 10.000 plus und jetzt 1.100 minus. Ja. Muss man auch erst mal verkraften. Oh, der hat aber mal eine interessante Armee hier, die ich sofort auflösen werde. Der hat ernsthaft jetzt hier zwei Frostwürme hier. Bei Gott, Drehgut Felix mit drin. Den hier lösche ich auch raus. Der ist sinnlos. Der Level 8er hier. Nee, den mag ich auch nicht. Aber den lösche ich nicht. Den behalte ich nochmal. Das ist auch eine Katastrophenarmee, aber euch bewege ich jetzt hier mal da rein, dass ich diese Siedlung hier theoretisch noch verteidigen kann. Ich bin Kostaltin. Tja, Kostaltin. Drusena. Ich lösche dann mal ein paar deiner Armeen, wenn es direkt ist. Mein Wahl ist nicht persönlich. Die ist Level 17. Okay, die behalte ich auch. Hatwitz. So, das Wichtige ist, ich würde es hier wieder Geld machen. Aber Leute, wir haben den kurzen Sieg. Für heute ist gut. Wir machen nächste Woche weiter, wenn ich mich recht entsinne. Total Warmer 3 machen wir dann nächsten Sonntag. Morgen am Montag spielen wir ab 17 Uhr dann Age of Wonders 4 Primal Fury. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen und schicke euch weiter. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Startet gut in den Tag. Holt euch gerne einen Rabatt bei Gamesplanet. Da habe ich wieder eine Menge Rabattcodes, gerade eben für euch. Macht auch so ein Rabatt in den Chat. Guckt auf meinen Discord. Da gibt es mehr Informationen, mehr Mitspielergelegenheiten. Zum Beispiel gibt es zur Zeit tatsächlich auch eine Project Sombol-Spielerunde, die da stattfindet. Und immer wieder suchen Leute auch Mitspieler für diverse andere Strategiespiele. Bis morgen, Leute. Und macht es gut. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye. Und natürlich gucke ich, wo ich euch heute Abend hinschicke. Wo schicke ich euch heute Abend hin? Hm. Oh, ich weiß, wo ich euch hinschicke. Ich schicke euch zu der lieben Sturmei. Das ist eine nette Frau, die ich schon seit vielen, vielen Jahren kenne. Die spielt Red Dead Redemption. Grüßt sie von mir. Das ist eine wirklich Liebe. Naja, sie ist eine taffe Frau, aber eine Liebe. Eine liebe taffe Frau. Macht's gut. Grüßt sie von mir. Grüßt sie von mir. Bye. Grüßt sie von mir. Grüßt sie von mir.